Du kannst nicht sagen, Islam ist rein, ohne Beweise zu haben. Das sind du aufgerufen. Du kannst auch nicht etwas dazu sagen, wenn du keinen Beweis hast, verstehst du? Ich habe dir den Vers gelesen gerade. Du hast gerade ein Vers von mir bekommen, ja oder nicht? Vers 4. Da steht, du kannst kleine Kinder heiraten. Da steht, wenn du ein Kind heiratest, das noch keine Tage hat, und du sie angefasst hast und sie scheiden lässt, musst du sie warten drei Monate, bevor sie wieder geheiratet wird, obwohl sie ihre Tage gar nicht hat. Nur kleine Kinder dürfen geheiratet werden, geschieden geheiratet werden und auch mit denen schlafen. Weil nur dann gibt es die Wartezeit. Die Wartezeit gibt es nur, wenn du deine Heirat konsumierst. Weil in einem anderen Vers steht, Also wenn ihr euch von Frauen trennt, ohne sie angefasst zu haben, müsst ihr keine Wartezeit haben. Und dann sagt ihr, und für die kleinen Kinder, die ihre Tage noch nicht haben, die haben eine Wartezeit von drei Monaten. Das heißt, die wurden angefasst, die haben noch keine Tage, die haben noch keine Blutung, und die wurden dann geschieden und müssen wieder heiraten, sie müssen warten drei Monate, obwohl die ihre Tage nicht haben. Ja, ich glaube, weil es drauf steht, aber wie soll ich denn glauben, ob der Autos steht? Ich glaube, dass du das nicht akzeptieren kannst. Ich kann verstehen, dass du dich schockierst. Ich bin normal, weil das auch schockiert. Das war eine der Gründe, warum ich den Islam verlassen habe. Aber es war, ja, aber es war, nein, du warst noch nicht. Nein, ich habe gedacht, warum sagt Allah für eine kleine Mädchen, die soll drei Monate warten? Kleine Mädchen können hier nicht, eine Mädchen, die ihre Tage nicht hat, kann doch nicht schwanger werden. Warum weiß das Allah nicht? Warum sagt er, die muss warten drei Monate, um zu gucken, ob sie schwanger ist oder nicht? Sie hat noch ihre Tage gar nicht bekommen. Warum weiß Allah solche Sachen nicht? Das ist die Frage. Außerdem, es gibt viele Fehler im Koran, volle Fehler. Nur weil du es nicht verstehst, hast du die Sachen nicht gesehen. Aber weil das meine Muttersprache, habe ich das alles herausgefunden. Und es sind viele Katastrophen, das ist jetzt hier nur die Spitze von der Eisberge. Es gibt viele Sklaverei für gewaltig und verheiratete Frauen. Katastrophen stehen da im Koran. Also du interessierst mich, die Kinder in Islam interessiert dich. Also die Kinder, die missbraucht werden, interessieren sie dich. Nicht, die gehen dir am Arsch vorbei oder wie würde ich das verstehen? Ja, ich möchte das noch gerne über die Federale und sowas. Ja, aber es passiert jeden Tag. Es passiert nicht, weil die Kinder in Deutschland nicht mehr. Nur weil du das nicht siehst in Europa, nur weil du das nicht siehst in Deutschland, weil es verrund ist, heißt das nicht, dass es nicht gibt in den Islamländern. Es gibt, in jedem Menschen sterben täglich acht Mädchen wegen der Kindesheiratung. In täglich acht Mädchen in jedem Menschen sterben wegen der Kindesheiratung. Osmani, bildest du fünfmal am Tag? Nein. Das darfst du nicht, habe ich gehört. Also wenn Gott weiß, ich verstecke nicht von dir, erzählst du mich nicht für keinen Muslime, für keinen Christ, für keinen, verstehst du? Wenn Gott etwas weiß, ich verstecke nur keinen. Ich habe auch eine richtige Herrscher, Angst. Aber was hast du gesagt, ob du etwas zu tun hast, oder Kinder, oder egal. Es gibt kein, Bruder, du hast ein Buch bekommen, der sagt, dass Allah das gesagt hat. Ein Beweis, dass Allah das gesagt hat, gibt es nicht. Ein Beweis, dass Mohammed mit Allah gesprochen hat, gibt es nicht. Und du glaubst daran, nur weil deine Eltern dir das erzählt haben als Kind. Das heißt Indoktrination, Indoktrinieren. Das heißt Indoktrinieren. Du nimmst die Information von deinen Eltern. Dein Gehirn als kein Baby, als kein Kind kann sich das nicht analysieren. Du nimmst das als absolute Wahrheit. Aber das ist keine absolute Wahrheit. Du kannst deinen Kopf benutzen. Dein Gehirn, den kannst du anmachen und denken. Du brauchst nicht jemanden für dich zu denken, der vor 1400 Jahren gelebt hat. Das kommt nicht von Allah. Das kann nicht von Allah kommen. Allah weiß, dass kein Kind das nicht ertragen kann. Das ist schädlich. Das ist psychisch, körperlich und alles. Nicht mal Tiere machen das, Mann. Nicht mal Tiere, weil sie sind keine Tiere. Tiere machen das nicht, Mann. Sogar Tiere, sogar Hunde warten, dass die Hunde in ihre Tuch bekommen. Und ihr Muslim wollt das nicht machen? Das heißt Allah, ich muss es annehmen. Hast du einen Beweis, dass Allah das gesagt hat? Hast du einen Beweis, dass diese Kochte Allah... Ja, ich bin der einzige Beweis, wenn gar... Es gibt nicht Koran oder egal was. Ich bin der Beweis, weil es gibt einen Herrscher da oben. Und es muss kein Mensch sein, es muss kein Vogel oder egal was sein. Ich glaube daran, ich bin der Zeuge. Ja, du sagst, ich glaube nicht, ich bin 20 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt. Ja, aber das heißt nicht nur, weil du glaubst, stehst du auch für Kindesmissbrauch. Nur weil du glaubst, müssen auch Kinder dabei sein. Aber was glaubt ihr mal? Mit Kindern, was braucht uns so bei ihr? Seid ihr Pädophil oder was braucht ihr mit euch? Ja, aber dein Prophet war doch einer. Ja, aber so gerne, verstehst du? Ja, wir verstehen. Ein normaler Mann, Nussmani, ein normaler Mann, der 54 Jahre alt ist, wesentlich geregnet ein 6-jähriges Kind sich. Der hat keine Lust auf 6-jährige Kinder, außer das ist wirklich das, was du gesagt hast. Warum hat Mohamed Bock auf Eichhör mit 6? Warum hat er Lust auf sie mit 6? War er ein normaler Mann mit 54? Der hatte 54 und sie war 6 Mann. Das sind 50 Jahre Unterschied. Findest du, dass ein 54-jähriger Mann Lust bekommt auf ein 6-jähriges Kind? Siehst du jetzt, wenn du ins Schwimmbad gehst, werden Männer geil, wenn die kleine Kinder sehen, 6-jährige, 6-jährige? Nein, weil die keine Pädophilie haben. Aber wisst ihr ja bis erstmal, wie das dazu gekommen ist? Wie ist das dazu gekommen? Er hatte Lust auf sie und wollte dich heiraten. Und dann hat jemand Abu Bakr gesagt, ich bin doch dein Bruder. Er sagt ihm, ja egal, du bist mein Bruder in Islam, aber deine Fuchte ist halal für mich. Ich darf sie heiraten. Walhabillah, das ist eine Lüge. Allah bett euch, Walhabillah, wir schaffen solche Lüge. Das ist alles falsch. Ich kann dir gerne einen Verditt geben. Ich schwöre es dir. Alle Lüge. Ich komme mir hin zu Hause. Warte, warte. Nein, nein. Du kannst mich nicht als Lügner bezeichnen, wenn du keine Ahnung von deiner Religion hast. Entschuldigung. Nein. Das ist unfair. Nein, Osmani, das ist nicht korrekt. Wenn du keine Ahnung hast, dann bist du der Lügner, der gerade Sachen behauptet, die nicht stimmen. Nicht ich. Ich habe sehr gute Ahnung über den Islam. Ich habe ihn auswendig gelernt. Alles. Ich kenne mich besser als Salafisten mit dem Islam. Bitte schön, Christoph. Warum ist der jetzt raus, Christoph? Keine Ahnung. Vielleicht wollte er sich verabschieden, aber der ist von alleine rausgegangen. Keine Ahnung. Nein, der ist unten. Hier, der kommt wieder. Natürlich. Ein normaler Mann bekommt nicht Lust auf ein 6-jähriges Kind. Ich bitte euch. Der war gestört, der Typ. Der kann nicht normal gewesen sein. Und der hatte auch mit ihr geschlafen. Also das heißt, der war erregt und der hatte einen Ruck gekriegt und der hat ja auch alles gemacht. Einen 54-jährigen Mann mit einem 6-jährigen Kind reden wir hier, Leute. Man muss wirklich ein bisschen denken. War diese Person psychisch normal? Ja, Christoph, wir hören dich. Ja, hi. Danke, dass ich da nochmal Zwischengrätschen brauche. Osmani, du hast doch vorhin gesagt, dass du nicht zu Hause bist und keine Koran zur Hand hast. Guck mal, der Mann, der gibt dir ganz fachmännisch eindeutige Quellen. Du hast doch bestimmt einen Kugelschreiber und ein Stück Papier zur Hand. Schreib es dir doch einfach auf, was der Mann dir welche suchen sagt. Und dann kannst du es doch morgen überprüfen. Es bringt ja nichts, dass du dich künstlich jetzt hier stundenlang aufregst. Damit treibst du nur deinen Blutdruck hoch und wahrscheinlich unseren mit. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht sagen. Danke, Bruder. Ja, man kann nicht behaupten, dass es falsch ist, wenn man nicht recherchiert hat. Also, wenn es einen Gott gibt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ob ein Gott sowas sagen konnte, absolut nicht. Ein Gott würde keine Sklaverei erlauben. Und ein Gott würde nicht sagen, wenn der Leute geht und tötet Leute und raubt deren Frauen und deren Klamotten und gibt mir 20 Prozent. Wozu braucht Allah 20 Prozent von der Beute, von dem Diebgut? Wozu braucht Allah Sandalen und Klamotten und irgendwelche verbrannte Töpfer? Wozu braucht Allah das? Ich bin ganz bei dir. Aber ich muss jetzt auch fairerweise sagen, weil bei mir geht die Gerechtigkeit mit dich. Ich muss jetzt auch fairerweise sagen, für einen, der in diese Religion reingeboren ist und einen gewissen Stolz aufgebaut hat im Laufe der Jahre, ist es wirklich sehr, sehr schwer, das mit offenem Geiste zu empfangen. Das ist wirklich, als ob der gerade einen Stein vor den Kopf kriegt. Ich kann das also gut verstehen. Das nennt man kognitive Dissonanz. Aber wenn der ein Charakter... Das ist wie kleine Kinder. Guck mal Bruder, das ist wie kleine Kinder. Wenn du denen entfährst irgendwann mal, dass es keinen Weihnachtsmann mehr gibt. Die denken, das ist absolute Wahrheit, weil die haben die Information als Kinder genommen. Genau so ist klar. Deine Gehirn waren nicht in der Lage zu analysieren, diese ganzen Geschichten. Deswegen hast du es angenommen als absolute Wahrheit. Weil wir genetisch, die Natur hat das so gemacht, dass wir alles, was unsere Eltern uns geben, und uns helfen wird in der Natur und in unserem Leben. Auch Tiere lernen ihre Kinder Sachen, die für sie wichtig sind. Aber die lernen dann keine Religion. Das ist das, was der Mensch macht. Aber sogar auch Tiere heiraten keine kleinen Kinder. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Tier ein kleineres Tier vergewaltigt hat. Noch nie. Ich glaube, alle, die sie erreicht haben. Kurios an der Geschichte ist ja auch noch, als er selber Kinder hatte, ich glaube, die Fatima war da. Dann ist ja einer gekommen und wollte seine Tochter heiraten. Und die war ja schon zwölf gewesen. Und was hat der als Argument benutzt? Beide. Omar und Abu Bakr. Beide wollten sie heiraten. Omar und Abu Bakr. Beide wollten sie heiraten. Und er sagte, nein, die ist zu jung. Die war zwölf. Ganz genau. Nein, nein. Aber guck mal, ich finde das nicht normal. Erwachsene Männer bekommen keine Lust auf Kinder. Außer die haben wirklich ein psychisches Problem. Und müssen behandelt werden. Das ist nicht das einzige Problem in der Islam. Ich komme aus Marokko. Ich bin in Marokko geboren und groß geworden. Ich habe dort studiert, meine Ausbildung gemacht. Und dann erst nach Europa. Ich habe den Islam in Marokko verlassen. Ohne eine andere Religion oder ohne einen anderen Vergleich zu haben. Verstehst du? Das hat gereicht. Diese schlimmen Sachen haben gereicht. Also ich kann da nur sagen, Hut ab. Dein Geist war offen. Ja, du bist mit offenem Geist an die Sache rein. Ja, aber ich habe ja auch die Sklaverei gesehen. Und wir hatten selbst Sklaven zu Hause. Verstehst du? Nach islamischer Art. Verstehst du, was ich meine? Ich habe das alles gesehen. Das hat mir nicht gefallen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Allah dir sagt, du darfst Leute verkaufen und kaufen in den Märkten. Du sollst Leute versklaven und entführen und kleine Kinder entführen. Und versklaven. Und sie dann auch sexuell missbrauchen. Ich konnte das nicht erklären. Das ist ja eben halt das Brutale an der Seite der Geschichte. Das ist ja das. Die Leute, die erfahren das nicht. Also ich habe noch mit zwei Sklavinnen gelebt bei uns. Sie waren noch bei uns zwei älter Sklavinnen. Die sind bei uns bis zu Ende geblieben. Und ich habe mit denen gelebt. Ich habe das gesehen mit meinen Augen. Das kann mir keiner sagen. Marokko wurde die Sklaverei erst 1926 verboten. Trotzdem hatten wir noch Sklaven. Heute sind es immer noch in Mauritaniensklaven. Heute werden noch Mauritaniensklaven verstrengt, vererbt, als wären sie Gegenstände. In Saudi-Arabien erst in 1964. 1964 wurde die Sklaverei in Saudi-Arabien verboten. Durch Amerika, durch UN-Deutsche. Die haben sie ausgeschlossen aus der Welthandlung. Die haben sie alle boykottiert. Und Saudi-Arabien wollte trotzdem nicht die Sklaverei verbieten. Die sagte, wir verbieten nicht, was allein ist. Und wir machen nicht, was verboten ist. Schreib einfach auf YouTube Sklavenmarkt. Schreib auf YouTube Sklavenmarkt Mekka. Und guck dir, wie die Frauen in 1962 verkauft wurden nach neben dem Kerber. Neben dem Kerber, dem heiligsten Ort, wurden Frauen nackt verkauft. Nach islamischer Art. Guck dir das Video. Schreib Sklavenmarkt Mekka. Schreib auf YouTube Sklavenmarkt Mekka. Und guck, wie die Araber, was die Araber und die Muslime gemacht haben. Bis in den 20. Jahrhundert, Mann. Ja. Frau ist so. Sein von Frau ist so. Jeder mit seiner Sünde. Ich habe, ich werde nichts, äh, ich werde nichts, äh, ich werde nichts, äh, für mein Kind etwas, äh, irgendwas in der Sage haben. Für meine Mutter, für meinen Vater, sie auch nicht für mich. Jeder für sich, was er machen wird. Verstehst du? Ja, aber nicht, wenn die Gesetze dafür gibt, ne? Wir haben die Gesetze, die das klären. Wir haben den Koran, wir haben den Hadith, da, da ist gar kein Zweifel. Nur weil du es nicht gelesen hast, das ist dein Schuld. Wenn du es liest, wirst du finden, was... Allah, das, was du alles erzählt hast, Allah verbietet alles. Verstehst du? Das ganze... Okay, gib uns... Okay, gerne, danke. Okay, ich respektiere, gib uns die Quellen. Wo steht das Verbot der Sklaven? In Isra. Danke. Allah... Hast du eine Quelle, Osmani, wo steht, dass die Sklaverei verboten ist? In Isra? Ein Vers oder ein Hadith oder irgendwas? Alles Sklaverei, ist verboten, zum Beispiel... Deine Meinung nach, ohne Quellen, deine Meinung nach? Ja. Okay, und in den Quellen, was steht in den Quellen? Ich weiß nicht, aber es gibt ja... Wenn ich dir jetzt sage, okay, wenn ich dir jetzt sage, Amerika ist Kindesheiratsverbot, ja, und ich bringe dir keine Beweise, ich behaupte zum Beispiel nur, dann wirst du es auch nicht von mir nehmen. Ich muss einen Beweis haben. Und wenn ich ignorant bin, wirst du sowieso nichts von mir nehmen. Also, wenn du keine Ahnung hast, wie willst du wissen, ob es verboten ist oder nicht? Wie? Wenn du keine Ahnung hast. Meine Vorstellungen sind für mich vielmehr glaublicher als alles, was alles hier näher ist. Ja, weil du gehst davon aus, dass Allah der Allmächtige ist, dass Allah der Beste links, dass Mohammed der Beste mensch und dann denkst du... Lass mich glauben, wie ich will. Ich bin jeden Tag nur Drapa. Ich brauche nichts von dir. Aber warum liest du nicht deinen Koran und bist dann sicher? Warum recherchierst du nicht und dann weißt du sicher, ob es verboten ist oder nicht? Babu, Babu? Ja? Gib ihm die Quellen, er soll sie aufschreiben und er soll nächstes Mal nochmal kommen und... Also, ob die Sklaverei ist das, was meistens geschrieben ist in der Koran. Also, den gibt es in jedem Vers in der Sklaverei. Und sogar verheiratete Frauen darfst du für Sklaven und vergewaltigen. Verheiratete Frauen. Und die verheiratete Frauen, außer die, die eure rechte Hand benutzen. Ja, es steht auch noch. Und heiratet zwei oder drei oder vier. Und wenn ihr Angst habt, nicht gerecht zu sein, dann heiratet einer. Und ihr könnt schlafen mit so viel Ehebord von eurer Rechte an Besitz, also von Sklaven. Ich gebe dir einen anderen Vers. Und die, die nicht fremd gehen, die keine SRX machen, außer mit deren Erfrauen oder deren Sklaven. Es steht im Koran alles, Bruder. Ich frage mich, wie kannst du das übersehen haben? Wie kannst du das übersehen haben? Es steht überall in dem Koran solche Sachen. Es steht ja nur Müll da drin. Du denkst, da ist was Heiliges, da ist nur Müll. Der redet nur über SRX, Kindheit, Sklaverei, Tötungen. Das ist nichts, wovon du redest. Das ist nichts. Wenn man die Sprache versteht, hat man Erfahrung. Und auch wenn man die Sprache nicht versteht, kann man auch die Sachen suchen, übersetzen. Lies die Hadithe, lies die Tafsire. Bruder, bitte. Ich war ja genauso wie du. Ich war ja Moslem. Ich habe gebetet. Ich habe mein Leben gebetet. Ich habe geglaubt. Ich hatte Angst vor der Hölle. Denkst du, ich nehme so einen Riesenkurs, ich verlasse eine Religion und ich kriege das Risiko ein, dass ich in die Hölle lande, wenn ich mir nicht sicher wäre? Das ist meine Muttersprache. Wenn ich den Koran lese, Bruder, als würde meine Mutter mit mir reden oder mein Vater. Das ist alles für mich klar. Das ist meine Muttersprache. Und dass ich als Araber so... Was glaubst du denn? Was glaubst du? Ich bin Agroostiker jetzt. Ich glaube an gar nichts jetzt. Ich bin Agroostiker. Es gibt keinen Beweis. Keine Religion hat einen Beweis. Gäbe es Beweise, gäbe es heute nur eine Religion. Es gibt keine Religion. Das heißt ja auch Glauben und nicht Wissen, weil es keine Beweise gibt. Aber man kann sagen, okay, aber einen Gott, der Allmächtige kann uns doch nicht sagen, geht und beklaut Leute und festklaut sie und gibt mir 20 Prozent. Wozu braucht Allah Töpfe? Das steht in der Koran. Glaubst du? Glaubst du am nächsten Tag? Nein, ich glaube gar nicht. Am wahrscheinlichsten glaube ich, dass es gar keinen Gott gibt. Auf der Auferstehung auch nicht? Bitte? Auf Auferstehung. Glaubst du nicht auf den Tod? Aber du hast nie einen Tod gesehen. Nein, ich glaube, dass die Leute sterben, weil ich sehe, dass die Leute sterben und werden sie verraten werden. Aber ich sehe nicht, dass sie wieder aufstehen. Ich sehe, dass sie sterben. Okay, wenn mich jetzt ein Hai frisst, ich habe denen gesagt, wenn ich sterbe, die sollen mich für einen Hai oder einen Zoo für die Tiere geben. Wo soll Allah meine Leiche wohnen vom Ozean? Der Hai wird mich doch überall scheißen. Das macht doch keinen Sinn von der Aufstehung. Das passiert nur, wenn du denkst, dass du in deinem Grab bleibst bis Ende. Aber Menschen wurden von Löwen gefressen, die wurden von Geparden gefressen. Es gibt nicht nur diese Art und Weise zu sterben, begraben werden und wieder aufstehen. Das ist doch... Nicht diese Art. Dass du nicht diese Art auferstehst. Aber keiner ist zurückgekommen, um uns das zu sagen. Aber wir sehen, dass die Leute sterben, genauso wie Tiere, dass die sich dekomposieren, dass man gar nichts mehr braucht, nur die Knochen und auch manchmal die Knochen nicht. Aber wir sehen, keiner, der zurückkommt. Ein Beweis auf Sterben. Gibt aber einen Beweis auf Wiederaufstehung oder auf einen Himmel, gibt es nicht in gar keiner Religion. Ich weiß nicht, was du sagst, aber ich habe auch... Ja, aber da musst du verstehen. Ja, das haben sich die Leute gewünscht. Die Leute früher hatten keine Wissenschaft. Die haben sich gewünscht, dass sie ihre Familie wieder treffen. Und dann haben sie eine Religion erschaffen. Das ist die Wahrheit. Der Mensch hat eine Religion erschaffen, nicht die Religion. Das ist das Gegenteil. Das ist sehr schön. Die wollten ihre Familie wiedersehen, die wollten ihre Kinder wiedersehen, die wollten Gerechtigkeit erlangen. Aber welche Gerechtigkeit ist das, wenn ich einen Kind töte und das ich brauche, und danach gehe ich in Hajj, mache ich Hajj, und Allah hat mir alles verzeiht und ich sitze neben diesem Kind in dem Himmel für alle Ewigkeit. Ist das fair? Ist das Gerechtigkeit? Nein. Nein. Und dann hier musst du verstehen, okay, Allah geht es gar nicht um Gerechtigkeit. Allah geht es nur, dass du nach Saudi-Arabien gehst und Geld gibst. Du musst nur Geld für Saudi-Arabien geben, um Mekka zu besuchen, und dann gehst du in den Himmel. Ob du Mörder bist, ob du Kinder missbraucht hast, egal was. Ist das Gerechtigkeit, Osmani? Nein. Ja. Und dann... Also... Das ist kein... Das ist kein... Das ist kein wahrer Islam für mich. Egal, wenn es ein Araber ist, oder egal was, ist es nicht für mich ein Muslim. Ach. Verstehe. Wie meinst du das? Ich habe nicht verstanden. Das ist die ganze Art, was du erzählst von... Ein wahrer Muslim ist etwas anderes für mich. Also... Ich kann es nicht überzeugen... Also... Auch wenn jetzt Mohammed selbst kommt und sagt dir, das stimmt, wirst du sagen, Nein, Mohammed, du kennst das nicht, du repräsierst nicht den Islam. Auch Mohammed hat nicht den Islam repräsentiert. Ich habe mich auch mal gefragt, wie hätte er das jetzt in dieser Zeit gemacht? Weil es gibt so viele Menschen, es gibt so viele... Jeder ist hier ein Prophet geworden. Bei euch... Ich meine, bei Christen sind ja jetzt alle Götter geworden. Alles... Ich bin halt Götter. Ich glaube an ihn gar nicht. Ich habe gesagt, ich glaube an keinen Gott. Ich bin auch Götter. Bei Noah und sowas... Wieso... Ich glaube auch nicht an Noah. Wie soll er diese Tiere gesammelt haben, überall auf der Erde? Ja, an der Gott. Der Gott macht alles. Der kann alles machen. Der Chef, warte, guck mal. Der weiß nicht, dass es auch Tiere gibt, die einen Sex haben. Zum Beispiel Schnecken. Da sind keine Männer und Frauen. Zum Beispiel ein gelber brasilianischer Skorpion. Der hat gar kein Geschlecht. Der andere... Der musste nicht von alles einen Mann und eine Frau holen. Das hat er auch nicht gewusst. Und außerdem, es passt nicht. Es gibt kein Schiff. Wir haben 10 Millionen Tierarten auf der Welt. Wir haben heute 10 Millionen Tierarten. Wie bist du sie alle auf einem Schiff? Mit den Bakterien, mit den Fledermäuse, mit den Mücken, mit den Bienen, mit 50.000 Arten von Fliegen, 50.000 Arten von Würmern. Wie bist du das alles auf einem Schiff behagen, Mann? Und du musstest dann nach Nordpol den Polarbeer holen. Müsstest du nach dem Süden den Pinguin holen. Du musst nach Australien den Kangaroo holen. Du musst nach Afrika, nach Amerika gehen. Das wusste ich nicht aus Amerika. Nach Amerika gehen, den Bison holen, den Puma holen, andere Tiere. Der gibt keinen Platz für diese ganzen Tiere. Und der hat nur Elefant und Löwe und Katze genommen. Der kann es eigentlich sein. Der Mann singt. Wenn du seinen Kopf bist. Wenn du seinen Kopf bist, die Logik. Sehr interessant. Ich will mehr hat, weniger hat Gott etwas gegen euch, die nicht glauben, als ein Gott sich vorzustellen. Und jedes Mal, wo sowas passiert ist, da waren die Söhne von Adam, Söhne und Jungen. Wir erzählen uns jetzt gerade von unserem Thema. Ja. Ich glaube nicht an solche Geschichten. Und dann hat sich auch so auf Gott gemacht. Und was kam? Wie kam wieder Moses? Jedes Mal. Also wenn jetzt, diese Art wieder geht so mit, äh, mit, äh. Ja, ja. Also ich glaube auch nicht an Adam und Eva. Sorry. Ich glaube nicht an. Viele Christen sagen die, ey, bei mir ist der Geist heute bei mir. Ja. Was ist denn? Was ist denn das? Das sind deren Erlebnisse. Das sind deren Erlebnisse, die jetzt in ihrem Erlebnisse. Was sagst du darüber? Jetzt kommen auch Muslime und sagen die, ich hab von Mohammed geträumt. Wo ist das Problem? Nein. Es ist schwer, den da. 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 Was er sagt. Weil er lebt nach menschlicher Moral. Er geht nach Logik. So. Ich akzeptiere solche Menschen. Ich bin friedlich. Aber was er, was er dann erkannt hat als Muslim, dass der Islam nicht friedlich ist. Das, das war der Grund, warum er da rausgegangen ist. Jetzt beim Christentum ist das aber nicht so, dass wir, äh, Schlachten führen, Morde machen, Kinder vergewaltigen, Kinder ihnen erlauben. Deswegen sagt er, okay, ich glaube zwar nicht an ihre Religion, aber ihre Religion ist ja friedlich. Dann soll sie bleiben wie sie ist. Genau. Es ist friedlich. Versteht? Nein. Ich attacke das. Ich schrieb das nicht, weil da kommt keine Gefahr. Für mich ist das keine Gefahr. Für mich ist das keine Gefahr. Für mich ist das keine Gefahr. Es ist ein Turm. Jesus hatte nie ein Schwert in der Hand. Jesus hat nie Kriege geführt. Er hatte keine Sklaven. Er hat keine Kinder. Er hat sie missbraucht. Warum soll ich diese Religion bekämpfen? Und außerdem, ich kenne mich nicht mit Christentum gut. Osmani. Osmani. Ja. Ich glaube, dass du den Islam gar nicht kennst. Also ganz ehrlich gesagt. Okay. Ich habe meine Meinung gemacht. Ich höre jetzt ein bisschen zu. Oder schon die ganze Zeit. Und ich finde dich eigentlich ganz gut, respektvoll. Alles. Mit dir kann man reden. Aber ich glaube einfach, dass du 90 Prozent gar nicht kennst. Kannst du beten? Weißt du, wie man betet? Ja. Kennst du die ganzen Rituale? Hey. Guck mal. Ich erzähle auch nichts Muslimen, was ich mit meinen Herrschern bete. Das ist meine Sache. Aber verstehst du? Natürlich. Guck mal. Ich war ja auch das gleiche wie du. Und ich konnte gar nicht beten. Also ich habe das gar nicht gewusst, wie das geht. Ich bin da reingeboren aus Tradition. Und ich glaube, du bist so wie ich. Weil so wie du gerade redest, erinnerst du mich absolut an mich. Ich habe es genauso verteidigt wie du. Wenn einer zu mir gesagt hätte, dein Prophet hat ein Kind geheiratet, ich hätte ihm auf die Fresse geschlagen. Ja. Aber Osmani, die Quellen hierzu gibt es. Und deswegen, beschäftige dich damit. Der Babu kann dir das bestimmt schicken, wenn du Fragen hast, schreib ihn an und er schickt es dir. Dann gehe, was weiß ich wohin, auf albanisch, arabisch, albanisch, ist sehr spät übersetzt worden. Ganz spät. Also heutige Übersetzungen stimmen nicht überein mit dem Originalen. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja, aber egal, was alles da draufsteht und sowas und was passiert mit Uran, mit unseren Hadithen und sowas. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Christ wäre, zum Beispiel, aber ich hätte nichts dagegen, verstehst du? Ich hätte Angst gehabt, weil ich wäre mir auch nicht sicher, verstehst du? Ja, du hast Angst, weil wir nur mit Angst, die Religion war für uns Angst. Hab Angst vor Allah, hab Angst vor Allah, fürchte dich. Und jetzt sagst du nicht einfach. Wie bitte? Und jetzt sagst du keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr, nein. Ich habe keine Angst mehr, nein. Was meine ich? Hier geht es um Aufklärung und nicht um Werbung für irgendwas. Du kannst deinen Frieden egal wo finden. Der Babu macht keine Werbung, sagt, geh zum Christentum, geh dorthin, geh dorthin. Der Babu sagt ganz offen, ich bin Agnostiker. Und hier gibt es auch andere Muslime, wo reinkommen. Hier gibt es Christen, wo reinkommen. Die Hope war drin als Jüdin. Das ist komplett gemischt hier. Das ist kein christlicher Frieden. Und wir geben es dir mit auf den Weg, die kritische Punkte, wo du dich drüber aufregst. Weil ich sehe ja, dass du immer in den Kommentaren schreibst und dich drüber aufregst, dass der Babu spricht. Du bist ja immer wieder da und dann tust du ja in den Kommentaren verteidigen. Und alles, was hier gesprochen wird, kann er dir die Quellen geben. Und du kannst die zweite Quelle, dritte Quelle, dritte Quelle, das Buch kaufen, das Buch kaufen. Und es wird immer dasselbe drinstehen. Oftmals wird, auf Deutsch wird dann oftmals die harmlosere Bezeichnung verwendet. Aber es führt immer dorthin. Immer dorthin. Ja, schau mal. Osmani, guck mal, ist für dich Alkohol und Schwein verboten? Das hat doch alle ein Buch verboten, oder nicht? Ja, und ich kann nicht... Guck mal, der Gott hat Schweinefleisch verboten, aber die Sklaverei erlaubt. Was ist jetzt schlimmer? Schweinefleisch essen oder Sklaverei für dich? Ich verstehe nicht, Sklaverei. Das kann nicht stimmen. Sklaverei, weil das Gott... Zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel... Kannst du, Osmani, hast du ein iPad oder ein zweites Telefon, das du ins Internet kannst? Nein, ich habe keine Lust auf solche Sachen. Sollen wir dir den Koran-Fersen zeigen? Ich will mich nicht von dich zu sehen. Machen wir auch, Osmani. Osmani, sollen wir dir den Koran-Fersen jetzt sagen und du gehst jetzt raus und liest ihn und kommst wieder rein? Ganz einfache Sache. Aber was, um was geht es dann? Ja, um die Sklaverei dann zum Beispiel. Moment kurz, du kannst den auf Albanisch aufmachen, auf Deutsch auf Mann, egal welche Sprache. Wir geben dir die zwei, drei Suren, du gehst jetzt hin, setz dich hin, fünf Minuten später kommst du wieder hoch, dann können wir wieder rein. Du musst das erklären, zum Beispiel, das, was du liest, es gibt ja eine Erklärung. Alle Tassiere kannst du aufschlagen. Alle Tassiere kannst du aufschlagen dabei. Alles online, digital kannst du aufschlagen. Geben dir keine Online-Seite. Du bist du selber. Suna.Konkurs zum Beispiel. Guck dir Tassiere durch und da kommt wieder hoch, da können wir widersprechen. Kein Problem. Allah hat mir doch Verstand gegeben. Du kannst doch lesen und selber verstehen. Ja. Du hast doch selber gesagt, wer das sagt, wer das sagt. Wer weiß, vielleicht habe ich einen direkten Kontakt oder so. Wer weiß. Das ist ja meine Frage. Ich meine, du bist doch nicht dumm. Du bist doch ein normaler Mensch. Du kannst doch selber verstehen. Gott kann jemanden ausbilden. Er kann jemanden ausbilden. Er kann jemanden ausbilden. Und andere können auch neidisch sein. Auch über Muslime. Es gibt viele Menschen. Es ist Katastrophe. Und Jesus hat nicht sonst gesagt, Gott was Zeit nehmen. Osmani. Osmani, Moment kurz. Weißt du, was mit einem Muslim passieren muss, wenn er zwei Tage nicht betet? Weil du hast ja gesagt, du betest nicht. Was habe ich gesagt? Du hast ja gesagt, du bist ja nicht praktizierend. Du betest ja nicht fünfmal am Tag. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich habe noch nie so... Alles gut. Alles gut. Weißt du, laut Fatwa von einem großen Gelehrten, was mit dir passieren muss, wenn du drei Tage nicht betest? Als erstes müssen sie dir sagen, du musst beten. Und dann kommen sie drei Tage später, wenn du immer noch nicht betest, dann bekommst du Nackentherapie. Also weg vom Fenster. Kann ich dir die Nummer geben, auch die Fatwa von Saudi Arabien, von den Gelehrten? Ja, aber diese Araben und alles interessiert mich nicht, weil es gibt ja... Ich bin in Frankreich jetzt, ich lebe, weißt du? Und es gibt so viele Araben, ja, Alhamdulillah, ich bin Muslim, der schnickt mir nach Alkohol, weißt du? Ich könnte nur einen Klatsch einbockieren. Also, das sind die Menschen. Verstehst du? Das sind die Saugen. Das sind die Gelehrten aus Saudi-Arabien aus Mekka. Woher willst du das wissen, wenn du... Woher willst du das sagen, wenn... Moment, Babu, Moment. Das ist das Video ohne eine Ahnung zu haben. Der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung, aber der weiß das. Wie weißt du das, wenn du keine Ahnung hast? Wie weißt du das, wenn du das nicht gelesen hast? Woher weißt du das? Das sind Behauptungen. Der macht mich wahnsinnig. Babu, der ist gerade schockiert, wie ich und du schockiert waren. Jetzt kümmert sich das auch nicht so mit dir. Der weiß es ja nicht. Der ist nicht schockiert. Der sagte ja, dieser Araber, der beleidigt mich gerade. Dieser Araber, die kennen den Islam, das sind doch gar keine Muslime. Die haben keine Ahnung. Und er selbst sagt, ich habe keine Ahnung. Ja? Der sagt, der hat keine Ahnung. Der hat noch in dem Koran gelesen den Hadith, aber der behauptet, dass ich eine Lügner bin, dass ich nichts zu tun mit dem Islam habe und dass ich keine Ahnung habe. Hat er nicht. Hat er nicht. Das ist halt einfach. Das ist halt einfach. Der wird jetzt gerade drückt. Wer hat euch den Islam gebracht außer den Arabern? Wer hat euch den Islam gebracht außer den Arabern? Ist Mohammed kein Araber? Sie sind die Freunde von Mohammed kein Araber? Die Leute, die die Sprache verstehen, wissen nicht. Und er weiß aber, der versteht nicht die Sprache und er hat noch nie gelesen. Aber er weiß es. Er hat noch nie gelesen, er hat noch nie recherchiert. Wir sagen ihm die Verse. Der will nicht kontrollieren, der will nicht checken, ob wir lügen oder nicht. Aber er weiß, dass wir lügen und er weiß, dass die Araber keine Ahnung haben. Obwohl er keine Ahnung hat. Erklärt mir das bitte, Leute. Ja, aber Babu. Logik funktionieren. Babu. Der ist halt jetzt geschockt. Einerseits schämen sich ja die Leute dafür. Und ich weiß es. Aber wir geben ihm ja die Möglichkeit, die Quellen aufzuschlagen. Der kann ja nicht ins Internet. Der soll aber aufhören zu sagen, dass die Araber keine Ahnung haben und nichts zu tun haben mit dem Islam, dass ich keine Ahnung habe. Wenn er selbst keine Ahnung hat, dann soll er sagen, ich weiß es nicht. Ich werde kontrollieren. Ich werde nachgucken. Aber das sollten die Leute nicht als Lügner bezeichnen und als Unhehrlich und als Unwissen bezeichnen. Ich habe nichts von Lügnern erzählt. Wer hat denn Lügner gesagt? Verstehst du? Du hast gesagt, die Araber haben keine Ahnung von dem Islam. Warum haben die Araber keine Ahnung? Warum hast du die Ahnung? Ich frage die. Diese Araber, weißt du, die reichen. Aber auch Araber. Ich habe letztes Jahr gesehen und sowas. Die waren schlimmer als die Franzosen und die Amerikaner mit dieser Halloween und sowas. Verstehst du? Und das sind keine Muslime für mich mehr. Verstehst du? Und solche Sachen. Nein. Ich weiß ganz genau, was bei uns verboten ist. Was bei mir Allah und unser Prophet verboten hat. Sag nicht, dass ich... Hey, Osmani. Osmani. Die feiern nur. Die haben keine Ahnung, was Haram ist. Das wissen sie. Die Araber wissen, was in dem Koran steht. Weil das ist deren Sprache. Aber Osmani, das ist dir traditionell von deiner albanischen Tradition verboten. Weil ihr Albaner würdet sowas nie machen. Und das geht ja gar nicht. Was du als gut oder schlecht findest. Die Sache geht ja hier um die, dass es in den Büchern steht. Dass es erlaubt ist. Das hat doch jetzt keiner gesagt. Das hat doch jetzt keiner gesagt, dass es der Maßstab ist der Araber in Frankreich oder der Araber in Deutschland. Sondern der Maßstab sind die Schriften. Das ist der Maßstab. Ich weiß, dass 90% der Muslime hier in Europa oder 100% nicht praktizieren. Aber die Sache ist ja die, dass es in den Schriften steht und dass es erlaubt ist. Ich weiß, dass deine Eltern sowas nie praktiziert haben. Oder du auch nie praktizierst. Ja, die haben auch das gemacht. Aber Osmani, das geht darum, dass der Maßstab die Quellen sind. Und die werden hier genannt. Verstehst du mich? Das geht nicht darum, deine persönliche Einstellung, ob das mit dir vereinbar ist. Ja, ist normal. Jeder hat seine Meinung, verstehst du? Nur eine Meinung. Ja, aber es gibt keine Meinungen. Hier wird sachlich gesprochen und mit Quellen. Wir geben dir eine Quelle. Wir geben dir eine Quelle, du kannst sie lesen. Ob sie dir passt oder nicht, das musst du selber herausfinden. Okay, soll ich dir eine Quelle geben? Sagen wir ja, bei den Christen zum Beispiel. Die sagen ja zum Beispiel, wie Jesus, der hat keine Sünde gehabt. Der hatte ohne Sünde gelebt. Und der ist nur für die Sünde gestorben. Wir haben unsere Sünde gemacht. Die sagen ja zum Beispiel. Willst du damit sagen? Ja, Osmani, das ist eine christlich-theologische Frage, die kann ich dir nicht hundert Prozent beantworten. Vielleicht gibt es den Adonis, der das besser weiß wie ich. Aber wenn das so wäre, verstehst du? Ja, warte mal. Und die Grünen. Was hast du denn die Grünen gesagt? Hör mal zu. Willst du sagen, dass Jesus Sünde hatte? Dann bringen wir Ihnen ein Vers oder so, wo drin steht, dass Jesus gesündigt hat. Du, Adonis, Adonis, Adonis. Ich weiß, dass der bei Hamdi und Joko schon Gehirn gewaschen wurde. Dass er dort vielleicht zugehört hat. Aber die Frage, die du erstellt... Ich hab nicht. Ich hab das selber herausgefunden. Ich hab von keinem gehört. Ja, sag doch selber. Vater, Vater oder Gott, Gott. Hast du mich verlassen? Hast du mich verlassen? Das ist noch meine Sünde. Ich werde nie meinen Gott... Ich werde mich verlassen. Okay, pass auf. Du hast zwei gute Wörter gebracht in deiner Frage. Du hast gesagt, ist er für unsere Sünden gestorben? Kann ich dir sagen, ja. Und in dem Moment, wo er am Kreuz war, hat er die Sünde auf sich gehabt. Und Sünde ist unrein. Dann hat er den Kontakt zu Gott verloren. Das kannst du dir so vorstellen. Gott hat mit Sünde keinen Kontakt. Der war in dem Moment mit Sünden geladen. Wie du schon gesagt hast. Und ich bin jetzt kein Profi. Aber wenn ich jetzt was Falsches sage... Du machst ihn wieder nicht zum Ungott. Jetzt machst du ihn wieder zum Ungott. Also wenn das so jetzt stimmen würde, wie du das sagst. Dann hat er seine Gottheit von ihm weggenommen. Dann hat er von einmal erfahren, hast du mich verlassen? Das ist ein bisschen groß. Ich verstehe das falsch. Du hast doch selber in deinem Leben Sünden gemacht. Kleine und große Sünden. Lass mich auch schmecken. Du hast größere Sünden. Du bereust sie bis heute. Und du trauerst bis heute hinterher. Und das kränkt dich so extrem. Überleg mal, jetzt nimm mal die ganzen Sünden der Menschheit, die vor dir waren, die mit dir waren, die nach dir kommen, auf deinen Schultern. Was glaubst du, wie es dir dann in dem Moment geht. Darum geht das. Darum sagst du, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott rein ist und Gott keine Sünden hat. Und das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ja, das ist ja so. Du wirst es jetzt irgendwie so verstehen. Aber ja, guck mal, das ist ja eine Sache. Ja, aber ich meine, egal, wenn er so denkt, dann ist das okay. Aber ich meine, für mich hätte, ich glaube nicht, weil das das auch gesagt hat. Also für mich, außer zum Beispiel, wenn ich es, ich würde nicht glauben, weil das gesagt hat. Weil zum Beispiel im Koran steht, der ist von fünf außerhalb. Also wenn da so schlecht alles das gesagt hätte, hätte er nicht geschrieben im Koran. Okay, aber okay, dann wieder zurück zum Koran. Okay, Jesus Kreuz. Und Allah hat doch einen anderen Jesus kreuzigen lassen und hat das Gesicht von Jesus einem anderen Menschen gegeben. Ist das richtig, Osman? Ich guck mal, diese Worte von vielen Gelehrten. Diese Worte, guck mal, steht, dem wurde er erschienen oder so. Da waren ja Zeugen dabei. Die haben ja den Isa runtergeführt, so wie die Geschichte mit Jesus. Die haben ihn ja geschlagen und an den Menschen vorbeigeführt. Wie ist es denn erschienen? Wie ist es denn erschienen? Wie ist es denn erschienen? Egal, es ist denn erschienen. Aber wer war der Typ, der an dem Kreuz gestorben ist, anstatt Isa? Das ist doch eine wichtige Person. Wer war der Typ? Wer war der Typ? Wer war der Meinung? Es war so ein Jude oder sowas. Wer? Nein, er ist Meinung. Wo steht das? Das ist die ganz wichtige Sache. Wer ist anstelle von Isa gestorben an dem Kreuz? Nein. Es hat nicht erschienen. Es hat nicht erschienen. Gott kann irgendwas machen, nur zu zeigen. Er kann alles. Verstehst du? Gott kann alles machen. Aber wer ist da gestorben? Also, jetzt kann ein Artikist kommen. Er kann dein Vater oder Mutter, wenn er nicht gestorben ist, oder so. Wer ist laut der islamischen Lehre an dem Kreuz gestorben? Wer ist das? Nein. Wer ist laut Koran an dem Kreuz gestorben? Wer? Keiner. Er ist erschienen. Ich sage auch ganz genau, laut Koran. Er ist erschienen nur an dem. Weil er hätte nicht seine Antwort. Ich habe noch eine Frage, dann gehe ich raus. Wer ist verantwortlich dafür, dass das Christentum entstanden ist? Nein. Er hat viele andere Sachen drauf gemacht, glaube ich. Nein. Laut Koran meine ich. Laut Koran. Wer ist dafür verantwortlich, dass 600 Jahre Christentum entstanden ist? Wer ist dafür verantwortlich? Für mich ist Allah verantwortlich, dass das Christentum entstanden ist, weil er einen anderen Isar anstatt den originalen Isar da gekreuzigt hat und die Menschen 600 Jahre in die Irre geführt hat. Ist das richtig? Bis Mohammed gekommen ist. Wir Menschen haben 600 Jahre lang an den Jesus geglaubt und Allah ist verantwortlich für die Entstehung vom Christentum. Ja, aber viele wollten nicht mehr glauben und da musste auch eine richtige Glaube kommen, verstehst du? Weil viele haben wieder angefangen in Mohammeds Zeit. Viele haben wieder angefangen über Mekda, so viele andere Statuen und sowas zu glauben. Du hast meine Frage nicht verstanden. Da ist doch ein anderer Isar gekreuzigt worden. Und dem Menschen ist es erschienen, da ist Jesus oder Isar. Ja? Und anhand... Es hat keine Stadt gegeben. Ja, jetzt... Gute Nacht. Es erschien ihnen so, ob es diese Kreuzigung war, verstehst du? Nein, es erschien ihnen so, dass es Isar war. Dabei war es ein anderer. Das ist eine Meinung von Gelehrten, verstehst du? Aber ich kann jetzt auch meine Meinung drauf geben, verstehst du? Ich kann auch ein Gelehrter sein. Und der Koran wird immer praktiziert bis Ende der Welt, verstehst du? Nein, es gibt ein Gesetz im Islam. Wenn du eine Einigung hast und einen Text hast, kannst du keine eigene Initiative machen. Nur die Gelehrter, die damals waren, dürfen es deuten. Und nur die Texte, die du hast, musst du respektieren. Das ist ein ganz klare Gesetz im Islam. Ja, es gibt ja. Aber es wird nicht mit mir gefallen, verstehst du? Aber ich kann normal... Der Koran kann es auch selber praktizieren, verstehst du? Nein, darfst du... Nein, nein, das wird von... Nein, du musst von Ibn Kathir, Ibn... Nein, 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 das ist kein... Dann bist du kein Sunnit, oder? Dann bist du kein Sunnit. Wenn du... Und du bist Kafir. Man ankara Ma'loumen mined dini bid darura, fakat kafar. Wer irgendwas von... Was bewusst ist, von Religion leugnet, ist ein Kafir. Man ankara Ma'loumen mined dini bid darura, fakat kafar. Ganz klar. Also die Gesetze sind ganz klar im Islam. Da ist keine Interpretationsmöglichkeit. Es wurde damals alles geklärt, alles klar bis heute. Hundert davon Jahre. Es gab nie Zweifel oder irgendwelche Probleme. Nur du hast damit Probleme. Keiner andere hat damit Probleme. Nur weil du in dieser Zeit gebrochen bist. Nein, ich hab auch nicht Probleme. Ihr habt doch Probleme. Achso, okay, ja, glück ruhig, glück ruhig. Ich hab doch kein Problem mit Ahnung und das alles. Ich hab doch kein Problem, was los ist. Ich weiß... Ich weiß nicht. Ja, Leute. Du ignorant bist. Ich schaffe richtig gegen den Islam. Wenn du Ahnung hast, hättest du auch kein Problem. Wenn du Ahnung hättest, hättest du auch ein Problem. Weil du keine Ahnung hättest, was ich nicht weiß. Gottes Frieden mit dir und so. Nein, das kommt dir auch. Wir haben dir jetzt mehrmals Sachen gegeben. Du hättest ja recherchieren können. Aber du machst, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also wenn ich es nicht wisse, weiß, dann existiert es nicht. Aber nein, es existiert in deinen Büchern. Du musst es nur suchen. Auch wenn du es ignorierst, gibt es trotzdem. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Guck mal. Ich bin nicht etwas... Wenn etwas gibt, verstehst du? Ich glaube einfach daran, verstehst du? Und wenn es... Wenn es ein Fehler ist, dann sollen... Du hast dir das gemacht. Du hast dir das gemacht. Nur weil du als Kind das genommen hast. Hätten sie dir diese Geschichten als erwachsener Mann erzählt, würdest du da lachen. Du wirst es nicht glauben. Aber wenn es dir als erwachsender Mann sagt, Moama ist auf ein Pferd geflogen mit Jibril hinter ihm und Jibril hat sechs Flügel, wirst du lachen. Du wirst es nicht glauben. Aber wenn es dir als Kind gesagt wurde und du damals seine Fantasie groß war und du sowieso nicht analysieren kannst mit der Logik und dein Gehirn gar nicht so entwickelt war, hast du alles geschluckt und hast absolute Wahrheit genommen. Das nennt man indoktrinieren. Das nennt man indoktrinieren. Aber ich glaube... Leute in Nordkorea glauben auch, dass deren Chef ein Gott ist und dass er mit Sofia Auto fahren könnte und so. Weil das denen als Kinder erzählt und dass er in deren Kopf lesen kann. Weil das denen als Kinder erzählt wurde und die glauben daran genauso wie du an Allah glaubst. Das ist genau das gleiche. Weil du als Kind so erzogen wurdest und die haben dir die Sachen in deinen Kopf reingepresst als Kind. Genauso wie die Nordkoreaner. Die glauben, dass deren Präsident eine göttliche Sache ist, dass er deren Köpfe lesen kann und sie glauben wirklich daran. Genauso wie du an Allah glaubst. Nur weil das Indoktrinierung nennt man das. Ich kundige dich. Also ich glaube Osmani... Darf ich Osmani, guck mal, du redest auch schon die ganze Zeit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon stark aus. Guck mal, ich sag dir jetzt auch, das ist meine Meinung. Genau wie du die ganze Zeit deine Meinung interpretierst. Ich denke mal, du hast den Koran noch nie in der Hand gehabt. Und du saßt irgendwo in einer Shisha-Bar oder irgendwo in einer Spielothek und hast irgendwelche Informationen zusammengepasst. Doch hast du, hast du. Du hast wirklich gar keine Ahnung. Du redest über Christentum. Du hast gar keine Ahnung. Interpretierst deine Meinung da rein. Genau wie in den Koran. Aber deine Meinung ist in deinem Koran nicht zulässig. Ganz einfach. Das alles, was du jetzt gesagt hast, würdest du irgendwo in einem islamischen Land dafür Kopfsteuer zahlen. Ganz einfach. Weil du bist kein richtiger Moslem. Du betest nicht. Du bist ausgeschlossen. Wen betest du an? Allah? Du kommst so oder so in die Hölle. Laut deinem Koran kommst du in die Hölle. Weil du tust gar nichts dafür. Doch, doch. Das muss man sagen. Wir reden seit einer Stunde mit dir und da geht nichts in deinen Kopf rein. Und du sagst die ganze Zeit, mich interessieren nicht, was andere Leute sagen. Also interessieren sich deine eigenen Gelehrten auch nicht. Äh, was ist das andere? Ich weiß ganz genau, was mein Gelehrter ist. Du hast gesagt, ich kann Gelehrter sein. Wo kannst du Gelehrter sein? Du hast doch gar keine Ahnung. Nein, nein. Ich weiß, was ganz genau von meinen Gelehrten ist. Ich weiß ganz genau, was von meinen Gelehrten ist und was nicht ist. Ja, Buck auf Rah vielleicht. Ja, genau. Und wieso hast du keine Quelle gegeben von deinen Gelehrten? Wieso hast du keine Quelle gegeben, wenn du deine Gelehrter kennst und weißt, was die gesagt haben? Dann sag mir, was haben die gesagt zu Kinder her? Wie haben sie die Sura 65 Vers 4 erklärt, deine Gelehrten? Was sagen die dazu? Al Qortobi, Al Jalalayn, Tawari, Ibn Kathir, Ibn al-Mundir, was sagen die ganzen Gelehrten dazu? Zu diesen Versen? Von Kinder heiraten. Sagen sie das so. Ich weiß nicht. Du hast gerade gesagt, ich weiß, was meine Gelehrte... Also Leute, hört ihr das auch? Ja, aber wenn du mir erzählst, weil du hast vielleicht von welchen anderen Gelehrten. Also wenn es mir gefällt, dann nehme ich das an, verstehst du? Wenn nicht, dann habe ich das nicht gehört. Du siehst, wie du keine Ahnung hast, ich habe dir die Namen genannt. Das sind die Besten, das sind die Einzigen. Wir haben keine anderen. Wir haben nur Tawari, Ibn Kathir, Qortobi, Jalalayn und Ibn al-Mundir. Wir haben sonst nichts. Und Ibn al-Taymiyyah oder Ibn al-Qayyim. Wir haben sonst nichts. Und alle sind sich einig auf diese Sache, was ich sage. Aber du kennst sie nicht mal. Du kennst nicht mal den Namen von diesen Leuten. Ja, ich kenn ihn nicht schlecht in Arabisch. Du kennst ganz selbst... Aber das sind ja welche Gelehrte meistens. Welche Gelehrte von 21. Jahrhundert? Oder welche Gelehrte meistens? Meinst du, sind welche Gelehrte von heute? Oder welche Gelehrte meistens? Nein, wir nehmen keine Religion von heute. Wir nehmen die Religion von den Leuten, die mit Mohammed waren und die es richtig verstanden haben und geschrieben haben. Von seinen Freunden, von seinen Sahabern, von seinen Tabi'in. Punkt. Und von Salaf Salih. Punkt. Du kannst keine Meinung haben, wenn du alles geklärt hast. Wir haben von 1400 Jahren alles geklärt, mit Mohammed zusammen geschrieben, die Erklärung und alles. Und du kommst jetzt heute und sagst, nein, die Leute haben Mohammed nicht verstanden. Obwohl die mit ihm gelebt haben zusammen und seine Sprache gesprochen haben, haben die ihn nicht verstanden. Und Allah hat versagt, seine Sprache, seine Nachricht uns zu bringen und 1400 Jahre, keiner hat es gestanden. Also hat Allah versagt. Wenn du sowas sagst. Dann hat Allah versagt, seine Nachricht verständlich zu geben. Und dann haben die ganzen Muslimen 1400 Jahre falsch interpretiert. Bist du jetzt kommst in den 21 Jahren oder wie? Dann hat doch Allah versagt. Ja. Also wenn Gott jemanden auserwählen will, dann kann er auserwählen. Und... Aber Allah wollte doch, dass sie verstehen. Haben sie verstanden, was Allah gesagt hat oder nicht? 1400 Jahre. Haben sie nicht verstanden, die Leute. Mohammed hat nicht verstanden. Seine Freunde haben nicht verstanden. Die Leute nach denen haben nicht verstanden. Keiner hat es verstanden bis heute. Also die Leute, die die Sprache gesprochen haben und deren Muttersprache war, haben es nicht verstanden. Und es soll irgendeine Gelehrte heute aus Albanien oder aus Kosovo kommen und uns den Islam erklären. Nach 1400 Jahren, Allah hat es nicht geschafft, dass die Leute ihn verstanden haben. Jetzt muss einer aus Albanien kommen, um für Allah seinen Job zu machen. Richtig? Ja. Okay. Hey, wenn du mein Meinung nach verstehst du was los mit dir, Alter. Ich... 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 Es... Ich... jahre haben wir nach das was allah gesagt hat gelebt oder haben wir nach andere in eine andere islam interpretiert bis jetzt 1400 jahre haben wir allein nicht verstanden also der hat versagt sorry warum spricht er überhaupt mit keiner ihr verstanden hat ja im gott ist meine lieben christlichen geschwister wie geht es euch ein freund von mir war gerade bei ham die oder wie heißt erwarte mal aslan als shishani drinnen und weißt du und er hat geschrieben ich will gerne ich finde euch interessant und ich will islam annehmen ja und die haben ihn sofort blockiert und sofort gesperrt sonne und dann sage ich zu ihm ja warum haben sie dich gesperrt was hast du für profilbild oder warum haben sie dich gesperrt und er sagt ah scheiße auf sein profilbild war diese burack mit mohammed obendrauf ist alter junge junge der wahnsinn der wahnsinn keiner aber weißt du ja er ist selber schuld er musste profilbild ändern er hat auf sein profilbild er hat gehabt diese foto weißt du wo mohammed auf burack sitzt weißt du warte mal ich glaube ich habe diese foto habe ich das gemacht aber wenn ich so sage sagt doch nicht ich bin der gläubige aber das sagt doch nicht ihr babo 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 bau schau und der idiot hat diese foto als profilbild gehabt weißt du und deshalb haben den gesperrt ich hab ihm gesagt alter du musst das anders du musst ein andere profilbild Babu, was hat vorhin Dings gesagt, wer war das noch mal, nicht Gudi, wer war vorhin noch mal hier drinnen, wegen der Traumdeutung, wo der gesagt hat, wieder saß in Spanien auf einem Esel oder so? Ich weiß nicht, wie er das war. Ja, aber das ist Momo und Burak. Weißt du, Babu, du kennst die Sierra von Mohammed? Die Himmelfahrt des Propheten, oder? Ja, genau, das ist das, weißt du. Hast du gesehen, bei Liebe zu Hadith, hast du gesehen, ein Österreicher, er will konvertieren. Sein Profilbild ist Kreuz, weißt du, sein Profilbild ist Kreuz und er macht die Schahada mit Liebe zu Hadith. Und ich gehe dann auf dieses Profil mit Kreuz und ich sehe nur muslimische Scheiße, weißt du, Gebet und Moschee und das. Und Alter, die wollen das wieder faken. Noch ein Christ hat Islam angenommen. Boah, wie traurig sind diese Leute, wirklich. Die sind schon so verzweifelt, dass sie Konvertierungen faken müssen, wirklich. Ja, die holen sich irgendwelche Junkies vom Bahnhof und geben denen fünf oder zehn Euro und sagen, komm, ihr macht mit uns sowas. Ja, natürlich werden sie es machen. Ja. Oh, grüß dich, Gottes Segen allen. Gottes Segen. Du, ich wollte dir sagen, sorry wegen letztes Mal, ich bin dir wirklich ins Wort gefallen. Ich werde emotional, wenn Menschen das nicht begreifen können, was du sagst. Nein, nein, alles gut, die hauen ja nur ab, alles gut, weil sonst greifen sie dann den Christentum und ich habe ja nichts mit Christentum zu tun, weißt du, ich möchte gerne nur... Ich weiß. Und die gehen dann, ja, die kreativitäten fangen dann zu schreien, beleidigen und gehen. Ja. Die Wahrheit ist nicht immer leicht, aber die Wahrheit sollten, wir sollten alle nach der Wahrheit suchen. Ja. Ganz genau. Möge euch euer Recht leiten und die Wahrheit zu sehen. Nein, nein, nein. Nicht der Allah. Wir wollen keine Kinder missbrauchen, wir wollen keine Sklaven, wir wollen keine Sklaven, merke, lass das für dich, wenn du dein Allah liebst, ich kenne das. Was dein Allah will, das möchte ich nicht. Dankeschön. Sorry. Also diese kranke, perverse Religion braucht kein Mensch. Sorry. Das ist eine kriminelle Ideologie, das ist keine Religion. Ein Gott, der dir sagt, geh und töte die Leute und versklave sie und gib mir jetzt 20 Prozent von deren Habendgut. Wenn ein Gott, der an verbrannten Töpfen Interesse hat und an irgendwelche kaputten Sandalen auslädert und irgendwelche Teppiche oder irgendwelche Frauen hat, finde ich, das kann kein Gott. Und wie soll Gott sein 20 Prozent bekommen? Werden sie ihm in den Himmel geschickt, diese Frauen und diese ganzen Töpfe und diese ganzen Klamotten oder was? Und wenn ihr Allah beklaut in seinen Anteil, dann werdet ihr damit kommen vor ihm am jüngsten Tag. Allah will seinen Anteil ihm sagen, Achtung, klaut nicht von meinem Anteil, sonst kommt ihr zu mir und ich werde das wissen. Wenn ihr gesagt habt, ist das ein Allah? Warum braucht Allah 20 Prozent, wenn ihr wollt? Hey, habt ihr gesehen, den neuesten Konvertiken? Hey, Leute. Hey, kannst du mich stunden, bei dir ist es so laut. Bei mir ist es so laut? Ja. Okay. Stunden waren es nicht, Schade. Alaykum salam, buchsalam. Ja, hey, schau mal, Babu, der neuesten Muslim, schau mal. Und warum bist du zum Islam? Mach mal groß. Das war schon zu meiner Lutung, alle die Leute sind konvertiert. Kannst du mich groß machen? Ja, schau mal. So konvertieren die Leute zum Islam. Ey, Schwein darf ich gar nicht essen. Eigentlich, das darf ich eigentlich auch nicht, aber... Ey, Schwein darf ich gar nicht essen. Eigentlich, das ist... Ey, Schwein darf ich gar nicht essen. Eigentlich, das darf ich eigentlich auch nicht, aber... Ich bin Deutscher, ich bin nur konvertiert, also... Aber das Schwein, Ramadan, mach ich alles mit. Und du bist ein Muslim? Ich bin konvertiert zum Islam. Ich habe das Schade abgelegt, vor Jahren. Ja. Okay, kann die Sprache zwar nicht, ein paar Wörter kann ich, aber... So wie Salam Aleikum oder Alaykum Salam, Inshallah. Ja. Ja, ein bisschen kann ich, aber... Ja, irgendwie kapiert wird mit der Sprache. Und warum bist du zum Islam konvertiert? Das war schon zu meiner Lut so. Alle Leute sind konvertiert. Also, die ich kannte. Ja. Da habe ich aber auch gesehen... Hast du gehört, alle Leute sind konvertiert? Alle seine Freunde sind konvertiert, deshalb bin ich sie auch konvertiert. Ich habe einen Freundeskreis hattet, die mitgebracht haben. Ja, Turken, Araber, türkische Leute, arabische Leute, alles. Ja. Und... Ja, meine Leute sind auch konvertiert, die ich kannte. Aber ich habe dann gesehen, wo ich mich dann auch nicht... Wurde ich erst zugegeben habe, den Glauben. Ja. Oh, oh, Familie ist gegenein. Oh, verdammt. Nein, ich habe keine Ahnung. Acht Jahre, zehn Jahre geheim gehalten. Ja, bis ich da niemanden kennengelernt habe, in meiner Straße damals. Nee, Schwein darf ich gar nicht essen. Ja, auf solche Leute seid ihr stolz. Das ist der Wahnsinn, Leute, das ist der Wahnsinn. Ja, vorbildlich. Ey, guck mal, was ich gefunden habe. Mach mal bitte groß wieder. Schau mal, das wurde... Na, mach groß, wenn du kannst. Das wurde in Mekka gefunden, in die Kabah. Babu. Ja, die hatten mehrere Götter, Hobel... Ja, das wurde in Kabah gefunden. Schau mal, das ist Allah. Siehst du, zwei rechte Hände, zwei Ohren, ein Schienbein. Ja, das weiß ich von zwei rechten Hände, das stimmt. Ja, genau, Jesus, der wahre Weg, das ist Allah. Ich habe das jetzt gefunden im Internet und ich habe ein bisschen geschaut, das wurde in der Kabah, drinnen wurde das gefunden, in der Kabah. Ja, aber er stellt sich nirgendwo etwas vor, verstehst du? Ja, aber nein. Er hat solche Dinge verboten, also... Osmani, bist du... Nein, was verstehst du, der kennt nicht mal sein Allah, dass er zwei rechte Hände hat und das, ey, spinnst du jetzt gerade total Osman oder was? Osmani, bist du Moslem oder... Ich verstehe, ich bin der so jede bisschen... Aber was hat er mit Hände zu tun und sowas halt? Ja, aber kennst du nicht den Buch, in die Hadithi und so steht doch, Allah hat zwei rechte Hände, ein Schienbein, zwei Ohren, zwei Augen, weißt du das nicht? Auch ein Stuhl, der quietscht, dieser Stuhl quietscht, ne, weil Allah... Ja... Ein Stuhl, der quietscht, der hat Vandalen... Bravo, bravo, bravo. Ja... Aber Osmani, Osmani... Osmani, bist du Moslem? Ja, hamdulillah. Ja, aber... Warum kennst du die Bücher dann nicht? Oh, ich kenne aber diese Sachen... In die Hadithi steht doch, ja, zwei rechte Arme, ein Schienbein und sowas. Und das wurde in Mekka gefunden. Ja, das ist eine Meinung. Das ist keine Meinung, Bruder. Das ist eine Meinung von Gelehrten, aber nur... Was haben arabische Wissensarchäologen in Mekka gefunden? Was, was, was ist das Meinung? Aber wieso sollte Allah von sich selber erzählen, er hat das und das und das als Sache erzählen? Bruder, kennst du wirklich nicht? Hast du noch nie Koran oder Hadithi gelesen? Ja, solche Sachen, solche Verse habe ich nicht gelesen. Was soll ich sagen? Boah! Boah! Hey, Babu, kennst du die Verse und die Hadithi, wo da steht mit zwei rechten Händen? Ja, ja, kennst du. Ja, kennst du. Kannst du mir sagen, dann kann ich ihm kurz zeigen, wo da steht. Ich weiß nicht ganz genau, muss ich suchen, aber ich weiß, er hat zwei rechte Hände, der trägt eine... Ja, aber den hat... ...ein grüne Kleid. Die Leute über solche Sachen reden, das verstehe ich immer noch nicht. Der hat ein grünes Kleid, der hat eine Krone auf Gold und zwei Sachen. Ja, und bei den Schiiten... Jemand wollte etwas dazugeben, aber nicht richtige Sachen, verstehst du? Wenn du... 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 Es gibt ein Buch, der heißt Sifatullah. Es gibt ein Buch, der heißt Sifatullah. Und da ist alles geschrieben, die Eigenschaften vom Gott. Und da ist alles, was er dir gerade geschrieben hat. Such einfach. Ja, ich such gerade, Allah just bring my friends to play with me, wo da steht. Kennst du das, Osmani? Schau mal jetzt. Das ist Sure... Warte mal. Das ist Sunan An-Nasai 3216. Da... Da steht oben. Sunan An-Nasai 326. Guck mal. Das... Es wurde gesagt, O Gesandter Allahs, du führst Voodoo von einem Brunnen aus, in dem die Körper von Hunden, Menstruationslappen und Müll geworfen werden. Und Mohammed sagte, Wasser ist rein und es wird durch nichts unrein gemacht. Beschäftigst du dich mit Islam oder nicht? Ja, doch, doch schon. Nein, nein, der hat keine Ahnung. Ich habe ihm vorhin Sachen gesagt. Aber... nur Koran oder... Ja, ich kenne so alles. Ich kenne das auch. Das habe ich schon auch gehört und alles. Ja, genau gehört. Ja, da steht in die Hadithe. Der beschäftigt sich mit dem Koran. Er sagt, ihn habe ich gehört. Ja, weil ich war immer mit Moslem. Ich hätte auch fast Islam angenommen. Nur mein bester Freund hat sich dann umgebracht wegen Islam. Dann ein, zwei Freunde sind nach Syrien gegangen, wurden getötet. Und dann habe ich mich... Ich war zwei Jahre in Moschee und ich habe ihn das in Moschee noch nie gehört. Und dann habe ich mich zwei Jahre beschäftigt und mit meiner Frau geredet, dass wir Islam annehmen und so. Und meine Frau hat gesagt, wenn du mir Beweis bringst, dass das die Wahrheit ist, dann konvertieren wir, weißt du. Weil meine Frau ist auch Christin und so. Und Bruder, desto mehr ich mich beschäftigt habe mit Islam, desto mehr war ich geschockt. Und das ist nicht von Gott, das ist von Teufel. Alleine in dieser Sure, wo er sagt, Allah ist der Fürst der Welt. Tausend Jahre vorher, hat schon in der Tora oder sechstausend, paar tausend Jahre davor, steht schon der Fürst in der Bibel. Der Fürst dieser Welt ist Satan, nicht Gott. Satan ist der Fürst von dieser Welt. Und schau hier, der Vers des Steinigens und des Stillens des Erwachsenen. Zehnmal wurde enthüllt und das Papier war mit mir unter meinem Kissen. Als der Gesandte Allah starb, waren wir mit seinem Tod beschäftigt. Und ein zahmes Schaf kam herein und aß es. Also ein Schaf hat zwei Verse gefressen, von Koran und von Stillen und von Steinigen. Oder das hier, guck mal. Seht ihr das von Ibn Abbas hier? Ibn Abbas, das ist Mohammed sein Cousin, Ibn Abbas. Und guck, was hier steht jetzt. Und die Erde, wie wurde sie flach angelegt? Und so und daraus die Macht Gottes ableiten. Erhaben sei er und seine eine. Der Beginn mit der Ähnung von Kamelen liegt daran, dass die Nähe mit ihr, der Erde in Kontakt stehen, als jedes andere Tier. Was seine Worte Suthi hat betrifft, flach ausgelegt. So deutet es ihn natürlich darauf hin, dass die Erde flach ist. Und wo ich das gelesen habe, da habe ich gemerkt, weißt du, die Wissenschaftler, die damals gesagt haben, also noch danach, nach Mohammed, die wurden getötet, wenn sie gesagt haben, die Erde ist rund, weißt du. Obwohl sie das schon wussten. Und deshalb haben alle, Leonardo da Vinci und solche, haben alle gesagt, dass die Erde rund ist. Und sie wurden getötet, weil alle Menschen dachten, die Erde ist flach. Weil die Erde nicht flach ist. Oder das... Das war Kopernikus, Bruder, Kopernikus. Kopernikus, ja genau. Und der Prophet, Salami, 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 sie heiratete, als sie sechs Jahre alt war. Und seine Ehe vollzog, als sie neun Jahre alt war. Und das hat mich auch geschockt. Mohammed hat ein neunjähriges Mädchen vergewaltigt. Und Abu Bakr, sein Freund, sein Bruder, hat sogar gesagt, bitte Mohammed, das ist meine Tochter, sie ist viel zu jung. Warum willst du... Und Mohammed sagt zu ihm, ja, wir sind Brüder im Glauben. Und einen Tag später sagt Mohammed, ich habe Traum gehabt. Allah will, dass ich deine sechsjährige Tochter heirate. Als sie neun Jahre alt war, Hisham sagte, ich wurde darüber informiert, dass er Hisham neun Jahre lang, das heißt, bis zu seinem Tod beim Propheten, Salami, Salami, blieb. Das ist Wahnsinn. Und Gott sei Dank. Aber ich habe schon, wo sich mein Freund umgebracht hat, wegen dem Islam... Entschuldige, warum hat er sich umgebracht? Was ist das Kind? Warum hat er sich umgebracht? Ja, weil er, schau, er hatte eine österreichische Freundin. Und seine Frau, seine Mutter war schwer krank und sie wollte unbedingt, dass er Tschetschenerin heiratet. Und er hat die Tschetschenerin geheiratet und auch Kind gemacht mit ihr und so. Aber er war so tot unglücklich mit dieser Frau und dieser ganzen Situation mit Familie, mit Kind und so. Und er hat sich dann aufgehängt. Weißt du, er war auch Tschetschener, er ist auch in Krieg aufgewachsen und so. Ich war mit ihm voll lange immer in Moschee, er war mit mir in Kirche und so. Und er hat auch angefangen und er hat gesagt, weil er war ja Moslem, weißt du. Ist kein Moslem, der sich aufhängt. Ist kein Moslem. Ja, für mich war er ein richtiger Moslem. Er hat immer Gebetsgewand gemacht. Er hat Germanisch gelehrt und so. Lange Bad. Lass mich erzählen, Alter, es interessiert keinen, was du redest. Die Zladana hat mich gefragt. Und er hat immer dieses muslimische Gebetsgewand gehabt und Bad und hat fünfmal am Tag gebetet und so. Und ich war mit ihm immer im Moschee, weißt du. Und er hat dann diese Frau, weil seine Mutter krank war, hat er diese Frau geheiratet, damit seine Mutter nicht unglücklich wird. Und seine Mutter war im Rollstuhl und so. Und dann zwei, drei Jahre später, er hat mich immer besucht und so, weißt du. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Bruder, gehen wir Moschee und so, gehen wir essen und so. Und da hat er schon gesagt, nein, wir sind einmal gegangen, aber so widerwillig, er wollte nicht, weißt du. Er hat gesagt, gehen wir lieber Kirche und so. Und damals war ich aber nicht so, weißt du, ich habe den Islam für das Richtige gehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, gehen wir einmal Kirche und so, aber ich wollte immer Moschee gehen, weil mir hat das besser gefallen und so. Und ja, er hat sich halt dann umgebracht, weil er so tot unglücklich war. Mir tut es voll leid, weil das letzte Mal, er ist zu mir nach Hause gekommen, aber ich habe geschlafen, weißt. Und meine Mutter hat ihm gesagt, Sturm geht es nicht. So, bis er es lauscht, kannst du dich stumm schalten? Bin ich lauscht? Ich finde das komisch, weil ich... Ja, schalte bitte kurz ab, bis er es nicht. Und, ähm, boah, wo war ich? Ja, genau, und er ist dann zu mir nach Hause gekommen, aber ich habe gearbeitet und ich habe geschlafen, weißt, und meine Mutter sagt mir, okay, äh, dein Freund Ayub war hier. Und ich sage, welcher, Ayub Termaliev, der Tschetschener, weißt. Und ich sage, ma, warum hast du mich nicht aufgeweckt? Weil ich habe gewusst, er ist voll unglücklich, weißt. Und, äh, ja, meine Mutter hat gesagt, ja, Entschuldigung und so. Und ich habe ihn dann immer angerufen und so, weil ich wusste, es stimmt irgendwas nicht. Und zwei Wochen später oder so schreibt mir seine Frau, schreibt mir, äh, Ayub hat sich erhängt. Boah, ich habe dann... Wie alt war er? Was? Wie alt war er? Äh, boah, er war, glaube ich, so 26 oder so 25, 26. Sehr jung, ja, schade. Ja. Eigentlich ist es ja so eine Art wie Zwangsheirat. Ja, ey, ey, ey. Er wurde nicht wirklich gezwungen, aber unter Druck gesetzt in dem Falle. Ja, was heißt, natürlich war das Zwangsheirat, ey, äh, Sladana, wenn deine Mutter im Rollstuhl ist, noch dazu, äh, sie wurde von, äh, in Ungarn, wurde sie angefahren und der Typ ist weggefahren, verstehst du? Die haben den Typen, bis heute haben sie den Typen nicht erwischt und sie musste dann, es war ein schwerer Unfall, also Wirbelsäule gebrochen, sie musste Rollstuhl, sie musste immer, äh, diese Dialyse, weißt du, äh, jede Woche oder zweimal in Woche Blut tauschen und so, ne? Und, ja, und das hat mir dann die Augen geöffnet, jüngstwie, ehrlich gesagt. Ich habe mal eine Frage, hast du, hast du, weil deine Mutter dich nicht geweckt hat, hast du dich über deinen Freund Schuldgefühle gehabt, dass du dann... Ja, Bruder, ich habe bis heute Schuldgefühle, das ist schon zehn Jahre her, ey, ich denke jeden Tag an ihn, weißt du? Nein, musst du nicht. Deine Schuldgefühle? Nein, weißt du, schau mal, er hat zu mir zehnmal gesagt, so, äh, ich habe gesagt, geh mal Moschee, das, und er hat immer gesagt, nein, nein, komm, wir gehen Kirche, wir gehen Jesus Christus, wir gehen in Kirche und so, und ich, ich Idiot, ich habe halt zu dieser Zeit gedacht, Islam ist die Wahrheit, weißt du? Ja, und, äh, ich wollte in Moschee bringen, dass ihm das hilft, aber jetzt mit meinem Wissen denke ich, boah, Gott hat ihm das, Jesus hat ihm das gesagt, dass wir Kirche gehen sollen. Und wären wir vielleicht Kirche gegangen, immer und so, vielleicht wäre er heute noch am Leben, weißt du? Ja, aber du darfst da keine Schuldgefühle haben, weil das ist schon seine eigene Entscheidung, und er ist jetzt beim Herrn, schau mal, er war ja, er hatte ja schon das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen, also Gott hat ihn, wahrscheinlich, vielleicht wollte er das auch nicht zugeben, aber er ist jetzt beim Herrn, macht dir da keinen Kopf? Ja, ich sage dir ehrlich, was ich denke, ich glaube sogar, dass er privat zu Hause, bevor, ich weiß jetzt nicht genau, ich denke das, bevor er sich erhängt hat, oder so, ich sage dir ehrlich, ich denke, er hat zu Jesus gebetet, weißt du, was ich meine? Ich denke auch, und ich sage dir noch was, ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht, und kehren wir zurück, Jesus hat ja seine Mission mit 30 Jahren angefangen, ich glaube, dass uns Gott da ein ganz klares Zeichen geben möchte, dass bis 30 Jahre ist, ist ein Mensch wirklich ein Kind in Gottes Augen, und wir wissen, dass Gott heilig und gerecht ist, alle Kinder kommen sowieso zum Herrn, weil ein Kind weiß ja nicht, was Sünde ist, weißt du, die gehen ja nicht vor das Gericht, also Babys, kleine Kinder, und ich glaube, ich habe sehr oft darüber nachgedacht, warum gerade diese 30 Jahre? Ich glaube, Gott wollte uns schon zeigen, bis 30 Jahre seid ihr wirklich sehr klein oder unreif, aber ab 30 kann niemand mehr sagen, okay, ich wusste es nicht, oder wollte es nicht wissen, oder zumindest die, die es gehört haben, ja, dann wird es ein Problem sein, also mach dir keine Gedanken, er ist jetzt beim Herrn, und du hast auch gesehen, er hatte schon das Bedürfnis, er hat auch selber, wenn ich das gemerkt, dass die, ich sage auch, wie Babu immer sagt, das ist ein Kult, das ist keine Religion, mach dir da keine Sorgen, er ist in guten Händen, vertraue auf Gott, das wollte ich dir sagen. Weißt du, was passiert? Gottes Kind, Freund, ich will hören, was Kudo zu sagen hat, der ist schon seit 10 Minuten oder so oben gekommen. Okay, Gott, ich will dich hin. Kudo, willst du was sagen, Bruder? Ja, bei mir, keine Ahnung, was ist laut, bei mir sind keine laute Geräusche, verstehe ich nicht warum. Ja, bei dir ist Eko. Ja, bei mir haben wir Stimmen. Ist es laut, oder wie genau? Eko, ich höre mich überwinden. Ja, komisch, weil ich keinen Kopfhörer habe, glaube ich. Hört man mich jetzt fest? Ich stimme mit Jolanti. Ja, es geht darum, weißt du, man fragt mich was, dann bringe ich Beweise, dann sage ich das, und man sagt mir, es stimmt nicht. Und ich sage, hey, Google, das ist eben auch, dort und dort, da sagt mir trotzdem, es stimmt nicht. Ich sage, Gott sagt viele, seine Propheten, als seine Söhne, als Zeichen seiner Liebe, nicht im, also nicht, dass es sein Vater ist oder so, als Zeichen seiner Liebe. Viele verstehen das nicht und verdrehen das rum, dass er Mutter hatte und dass er Söhne hatte, also der Gott. Da verstehe ich nicht echt, warum man das tut. Babu spricht über den Koran, nicht über Christen. Nein, das geht nicht um Christen, das geht um beide Informationen. Ja, aber warte mal, kurdo. Ich springe auch raus, wenn man sagt, muslimen sind antisemiten, aber das geht doch gar nicht auf, weil semitisches Volk sind auch Araber und Juden. Ja, aber kurdo, hör mal kurz, kurdo. Ja. Weißt du, wie hat Allah Schweine erschaffen, weißt du das? Warte, ich springe. Weißt du, wie Allah Schweine erschaffen hat? Nein, das habe ich noch nie gelesen. Im Koran steht das drinnen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe einiges gelesen, aber nicht viele, also nicht alles, hundertprozentig. Ich kann dir jetzt sagen, Sie Allah Schweine erschaffen hat, oder Osman, weißt du das? Genauso wie alle anderen Tiere. Nein, das stimmt nicht. Babu, du weißt das, oder? Ja, natürlich, ja. Der hat zweimal geschaffen, einmal die Juden und einmal mit Noah die Geschichte. Da hat er auch ein paar Tiere geschaffen, ne? Ja, ja genau, aber er hat Schweine nicht erschaffen, wie zum Beispiel jetzt ein Löwe. Schweine, er hat Juden in Schweine verwandelt und so sind Schweine im Islam entstanden. Ich finde es immer lustig, Babu, weil die Muslime glauben nicht an die Evolution, aber die glauben, dass die Menschen geschlafen sind und morgen als Schweine und Affen abgestanden sind. Ja, eh, eh, darum ist Koran nicht so widersprüchlich, wirklich. Aber alle anderen Tiere wurden so erschaffen. Allah hat alle Tiere erschaffen, außer Schwein und Vogel. Nein, auch die Mäuse, da hat Noah den Schwanz von einem Elefant gezogen, und dann kamen Mäuse, der hat den Schwanz von einem Tiger gezogen. Ja, okay, Pater gibt es so weit. Und so viel Reaktion. Im Koran steht, dass die Vögel, Jesus hat die Vögel erschaffen und die Schweine hat Allah, Juden hat, Allah hat Juden in Schweine verwandelt. Ja, in einer Nacht, in einer Nacht, die sind eingeschlafen, weil er hat denen verboten, am Samstag zu schlafen. Okay, Jungs, im Bibel, wie steht, wie viele Tage hat Gott die Erde erschaffen und alles Leben? Wie lange? Nimmt er das so wörtlich, so wenn er sagt, so sieben Tage, acht Tage? Kurdo, entschuldige bitte, wir reden hier nicht hier über den Koran, nicht über die Bibel. Doch, doch, ihr redet ja über uns, ich rede auch über euch. Ist ja mein Recht. Nein, Babu spricht aus, ließ dich beim Koran. Okay, da steht, man hat einen Tag die Juden als Schweine gemacht, oder? Na, hör zu. Das sollte so sein, oder? Na, aber Kurdo. Schweine und Affen, Schweine und Affen, Schweine und Affen. Ja, genau, Schweine und Affen im Koran. Aber Kurdo, Kurdo, hör zu, wenn du über die Bibel reden willst, es gibt so viele Leute, die immer über die Bibel reden, Jerry und Königskind und so weiter, da kannst du immer über die Bibel reden mit ihnen. Und die reden normal, nicht wie bei Hamdi oder so. Die werden dich nicht stummen, die bleiben respektvoll. Solange du respektvoll auch bleibst, kannst du sie alles fragen. Ich bin erst seit ein paar Monaten Christ. Ich bin nicht so lange Christ, weißt du? Darum, ich kenne mich... Ich kenne mich schon, dass du gläubig bist. Aber du fragst, du bist deinem Christentum nicht. Und du guckst Fehler von anderen, ich verstehe nicht. Das auch nicht. Für mich ist es egal, welche glauben man ist. Man ist hauptsache gläubig, und man glaubt an etwas. Ja, ja. Einen Gott, nach dem Leben, verstehst du? Das muss ich nicht. Und wenn ich sage, wenn ich zum Beispiel Don... Ich zum Beispiel glaube nicht an Gott. Ich glaube also sowas nicht zum Beispiel. Ich glaube nicht an Gott oder ein Leben nach dem Tod. Ich glaube daran nicht. Ich bin Agnostiker. Nein. Dann bist du, Babu, dann bist du Atheist, weil ein Agnostiker sagt, es gibt einen Gott, aber nicht Christentum. Nein, nein, Agnostiker, Bruder, ich weiß, nein, nein. Agnostiker ist, ich weiß nicht, so viel wie ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, weil es keinen Beweis gibt, verstehst du? Das ist das. Ich weiß nicht, aber es ist ein Penetiven auch nicht. Atheist ist ein religiöses Wort. Atheist ist Ilhed. Und dafür werden die Köpfe, haben Köpfe gerollt. Das ist ein religiöses Wort, man sollte es nicht benutzen. Also Agnostiker oder Ungläubig oder ohne Religion. Einfach. Okay, und wie war das Wort, was man nicht benutzen soll? Atheist, weil das auch die Muslime benutzen. Sie sagen dann auf Arabisch Ilhad und dann benutzen, als würde ich einen Gott leugnen, den ich nicht kaufe. Es gibt keinen Beweis. Es gibt keinen Beweis, dass es einen Gott gibt, verstehst du? Und ich kann nicht leugnen, eine Sache, wo es keine Beweise gibt. Kann man nicht leugnen. Erstmal muss die, zum Beispiel, wenn du mir ein Glas vor mir stellst und ich es leugne, dann kannst du ja sagen. Aber es gibt keinen Beweis, um es zu leugnen. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob es eine gibt oder nicht. Verstehst du? Ich behaupte nicht, dass es einen Gott gibt, aber ich behaupte nicht, dass es einen nicht gibt. Keine Ahnung. Weiß keiner. Das ist, in meiner Meinung nach, das logischste Einstellung. Okay, ja, da hast du recht. Aber die Atheisten, die haben nichts gegen unsere Religion. Die Christen. Also ich glaube, du bist Christ und du verstehst dich in der... Nein, ich bin nicht Christ. Nein, warum so ein Christ? Ja, nein, nein. Der Recht ist, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Nein, Babo ist kein Christ. Nein, Babo kennt sich. Die Christen tun gar nichts aus. Bei Atheisten, weil die glauben, nicht solche Einstatur oder Gotteskinder oder ein Mensch, Gott oder so. Weißt du? Und die kommen mehr klar mit uns, als mit Christen oder egal welche andere. Ja, ja, aber natürlich, schau mal, die Bibel sagt, alles, was Galata 1,8, Adonis und Sladana, ihr kennt das. Alles, was danach kommt, selbst wenn ein Engel vom Himmel ein neues Evangelium prophezeit, ist es nicht von Gott. Darum glauben Christen, alles, was danach kam, jetzt zum Beispiel Mohammed oder diese Martin Luther und solche Sachen, dass das alles Antichristen sind, weißt du? Dass das alles nicht von Gott ist. Stimmt. Ja. Aber ich habe eine Frage. Ich wollte Kurto antworten über Allah Schöpfung. Er sagt, wie viele Tage. Allah sagt dir, der hat die Erde, unsere Brocken, hat er in sechs Tagen erschaffen und 200 Milliarden Galaxien in einem Tag. Ja, aber Babo, es gibt doch Hadith. Aber warte, es gibt andere Planeten, die genauso wie die Erde sind, 100 Prozent. Zum Beispiel. Ja, ja. Und er hat dafür, mit den ganzen 200 Milliarden Galaxien, hat er einen Tag gebraucht. Und für eine kleine Brocken in dieser ganzen Galaxien hat er sechs Tage gebraucht und musste sich auch noch... Aber Babo, 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 du weißt das, schau mal. Es gibt doch eine Stelle, wo er einmal sagt, er hat Erde erschaffen in sechs Tagen und einmal in sieben Tagen und in Hadith steht acht Tage. Kennst du das, Babo? Sieben Tage, sechs Tage für die Erde und einen Tag für den Himmel. Ja, ja, aber in Hadith gibt es, wo, wenn du zusammenrechnest, acht Tage. Ich kann dir mal raus... Ja, 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 aber das ist das, was anerkannt in sechs Tagen und der Himmel in den siebten Tag. Das ist, was die alle anerkannt haben. Ja, laut Koran. Aber trotzdem merkwürdig, oder nicht? Wie soll er für einen Sandkorn quasi in dem... Nicht mal, wir sind nicht mal ein Sandkorn in diesem Universum. Es gibt 200 Milliarden nur, was wir gesehen haben. 200 Milliarden Galaxien. Ja, richtig, richtig. Und jede Galaxie hat ihre Sterne, ihre Planeten. Ja. Und die ganzen Sachen, die wir einsteigen haben. Oder, Babo, Babo, kennst du das Erbrecht von Scharia? Ja, ja, ja. Ja, da hat sich Allah, da hat sich verrechnet. Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Ja, Allah kann nicht rechnen. Ja, da muss Omar al-Khattab das korrigieren, da müssen Menschen den Fehler von Allah korrigieren. Ja, das stimmt. Und das machen wir bis heute noch. Bis heute, wir landen in den Kirchen heute, wenn jemand stirbt. Wir gehen in den Kirchen rein. Und darum verstehe ich, warum so viele Leute, zum Beispiel so wie Kian oder so, was 30 Jahre Muslim war oder Dr. Sheikh war 30 Jahre Muslim und so. Und ich verstehe, warum sie den Islam verlassen, wegen solcher Sachen, weißt du. Und noch dazu, schau mal, wenn du Islam verlässt, dann bist du meistens zuerst so Atheist oder Agnostiker. Und dann viele, die gläubig sind, beginnen zu lesen, entweder Bibel oder Buddhismus oder was weiß ich, weißt du. Und dann, wenn sie zum Beispiel... Ich folge da, Konfusius. Ich finde, Konfusius war ein sehr, sehr weiser Typ. Der sagte... Ja, Konfusius war wirklich weiser Typ. Ja, er sagte, erst wenn eine Mücke auf deine Roden landet, wirst du lernen, Probleme auch ohne Gewalt zu lösen. Genau, genau. Und deshalb, ich verstehe, warum so viele Leute, die sich mit Islam viel beschäftigen, verlassen. Wie heißt diese Uni Al-Nasra in Ägypten? Al-Azhar? Al-Azhar, ja. Al-Azhar, ja. Es gibt so viele Professoren dort, die was dort fertig studiert haben und dann den Islam verlassen, weißt du. Weil die können das so wie du, alles auf Arabisch lesen und so. Ja, und die, die es nicht verlassen, Bruder, die nutzen das auch für Geld. Meinst du, alle Muslime, alle Imame die Rod nehmen? Ja, ey, schau mal. Warum gehen sie, Bruder, warum gehen sie nicht selbst machen den Dschihad? Richtig, richtig. Warum gehen sie nicht selbst? Weil die wissen, dass das alles nur verarscht ist. Richtig. Wenn du das ganze Spiel studiert hast, entweder du verlässt es und du glaubst nicht daran, oder du bleibst da drin und nutzt es. Genau. Oder du bist so radikal der Isis. Ja, so wie diese Per Vogel. Er ist jetzt seit 20, 30 Jahren Muslim und selbst wenn er die Wahrheit kennt, und ich glaube, er kennt die Wahrheit, aber er kann nicht mehr raus. Er kann nicht mehr aus dem Islam raus, weil wenn er aus dem Islam rausgeht, er verliert seine ganze soziale Kontakte, seine Familie, er verliert alles, weißt du. Du weißt ja, wo du Islam verlassen hast, dann hast du auch alles verloren. Ja, wenn du Glück hast, verlierst du nur Familie. Aber wenn du Pech hast, wenn ich, ich habe bis jetzt drei, vier oder fünf Leute haben schon Islam verlassen. Drei oder vier Irakerinnen und eine Afghanerin, weißt du. Und Bruder, die eine Irakerin, ihre Familie will sie töten, Bruder. Die ist von Frauenhaus zu Frauenhaus. Manchmal schläft sie bei mir, also bei mir, sie und meine Frau schlafen im Schlafzimmer und ich schlafe im Wohnzimmer, weißt du. Und das ist richtig gefährlich, Bruder. Und das ist ein junges Mädchen, die ist 22, 23, 24 Jahre alt, weißt du sowas. Ganz schlimm. Ich hätte eine Frage für Osmani und Kurdo. Ihr könnt ja zuerst vielleicht Osmani und danach Kurdo. Wie steht ihr dazu wegen der Ehe Aisha und Mohamed? Was sind eure Gedanken dazu? Das würde mich interessieren. Danke. Mein Gedanke war, früher im Mittelalter, die Leute waren anders als wir. Die haben maximal bis 25, 30 Jahre gelebt. Die sind gestorben meistens. Und man musste ganz am Anfang mit zwölf Jahren, acht Jahren zu einer erwachsenen Person werden. Also Aisha ist mit 65 gestorben. Ich weiß. Aber mit heiraten, das hat nichts mehr mit dem Muslim zu tun, sondern mit den Traditionen. Auch was das Code des Kindes gesagt hat, dass seine Eltern ihn töten wollen, weil er da Religion verlassen will. Das hat nichts mehr mit Muslimen zu tun, sondern mit einfach Traditionen vor dem Land. Bei uns gut ist es auch genau so. Das ist ein Problem. Bruder, warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Nee, das stimmt nicht. Schau, ich zeige dir jetzt Hadith. Warte kurz. Bruder, schau, hier ist ein Hadith. Mach mich groß. Was steht hier für Arabisch? Bitte, Lisfar. Was steht hier? Es gibt auch einen anderen, der sagt. Ja, und das ist, warte mal, warte, das ist Ibn Abbas, das ist der Cousin von Mohammed. Ja, ja, es gibt einen anderen Hadith, der sagt, der Messenger, wenn hingerichtet werden, der, der tötet, der, der Sina macht und der, der seine Religion verlässt. Ja, aber das ist Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed sagt, wenn der Messenger of Allah sagt, whoever changes his religion, kill him. Wer seine Religion, wer Muslim war und dann Christ wird, der muss getötet werden. Er hat drei Tage Zeit, dass er sich entschuldigt, aber wenn er sich nicht entschuldigt, der muss getötet werden. Ja, außer, außer, wer hat Mohammed beleidigt. Wer Mohammed beleidigt, hat kein Recht auf Bezeihung. Wer Allah beleidigt, hat Recht zurückzukehren zum Islam, aber wer Mohammed beleidigt, der muss direkt getötet werden. Ja, aber das verstehe ich auch nicht. Warum? Ja, auch. Mohammed ist doch nicht Gott. Ist Mohammed Gott oder ist Allah Gott? Allah darfst du beleidigen, aber Mohammed bist du direkt getötet. Ja, aber warum, warum? Normalerweise, wenn du Allah beleidigst, musst du getötet werden und nicht, wenn du Mohammed. Mohammed war ja nur ein Mensch. Äh, Moment, Moment, stopp mal, stopp mal. Bist du Christ, Gottesdienst? Bist du Christ? Ja, ich bin Christ. Okay, okay. Ja, ist gut. Nach einem Monat. Okay. Alles klar. Wir sprechen hier aber nicht über das christliche Leben, wir sprechen über den Islam. Dann muss ihr aber ganz gerecht, Moment, Moment, ihr müsst aber ganz gerecht, wenn ein Christ redet, der anscheinend angeblich Christ, und er redet die ganze Zeit über den Islam, dann muss die Christen auch zuhören, was steht in ihrem Büchern. Da bin ich bei dir, Hoffnung. Hoffnung, ich bin gehaust, da bin ich bei dir. Okay, bitte, genau, bitte. Dann lass mich bitte ausreden einmal. Ich sag dir, im Christentum, wenn du nur Gottslästerung, nur Gottslästerung, das ist falsch. 3. Mose 24, 14, 14, 14. Ja, das ist alles. Lass mich ausreden, sei ein Mann. Sei ein Mann. Du redest die ganze Zeit unsinn über das. Ich will dir die Leviten beibringen heute. Ich will dir die Leviten beibringen. Kurdo und Osmani. Normalerweise, guck mal, wenn über Allah oder seinen Propheten oder über sein Zeichen gelästert wird, ihr sollt nicht hierbleiben. Aber ich bin hier reingekommen, nur um das euch zu sagen. Ich gebe zwei Versen im Koran. Okay, okay, surat en amt und so weiter. Oh gut, babu, babu, bleib bitte, ich mach ruhig, ich komme gleich zu dir. Ich komme, ich spreche gleich mit dir, gleich bitte. Mach dir keine Sorge. So, in zwei Sohren im Koran, wenn du als Muslim und David gelästert über Allah oder seinen Propheten oder sein Zeichen, du hast nicht mit dem weiterzusetzen. Aber wenn ich als Muslim reingehe, wie ich gerade gemacht habe, Brüder zu verwarnen, dann habe ich das Recht drauf. Jetzt gehen wir erstmal zum Christentum. Ich will erwähnen, Sklaverei in der Bibel, volle Polesklaverei, Inzest, Inzest, Unzucht und wenn du Gott nur lästert und Ebruch, wenn du nur Gott lästert, 3. Mose 24, du musst zum Tod gesteinigt. Eine nicht verheiratete Frau, Deuteronium 22, 23, 24, die muss zum Tod gesteinigt werden. Ja, bei Ebruch, Deuteronium 22, 20 bis 21, du musst zum Tod gesteinigt werden. 1. Korinther 5, 13, du musst zum Tod gesteinigt, Enzest und so weiter. Kommen wir zu Enzest, ich gewinne es um Sklaverei, Sklaverei in der Bibel, ja? Und ich sage euch, was der Islam von Versen, der einzige Mensch auf der Erde, der den Islam, der die Sklaverei bekämpft hat, ist der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und ich sage euch seine Aussagen, jetzt aus mich lachen, lern was heute, lass mich ausreden, lass mich ausreden. Also der Prophet sagte in einer Überlieferung, Gott erschuf die Menschen gleich, abgesehen von ihren Farben, Rassen, Reichtum und so weiter. So, und er sagt in seiner Predigt, in seiner letzten Predigt sagte er, O ihr Menschen, euer Gott ist einen und euer Stammvater Adam ist eine. Ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber und ein Nicht-Araber ist nicht besser als ein Araber und ein weißer Mensch ist nicht besser als ein schwarzer Mensch und ein schwarzer Mensch ist nicht besser als ein weißer Mensch. Nur mit Gottes Frömmigkeit. Jetzt kommen wir erstmal zu dieser Sache, ich komme, ich gehe gleich weiter zur Sklaverei, was der Prophet nochmal sagt, aber der Barbruder versteht Arabisch, ich sage ihm, was Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat über die Sklaverei. Ich sage ihm, was ich da, was ich da? Und dann hat er noch diese Mauer in der Zeit, wo Afflaton, was hat Afflaton gesagt in der Zeit, was haben sie mit der ganzen Sklaverei gemacht? Die Sklaverei, die ganzen Protestanten, die in Europa waren, die haben die ganzen schwarzen Männer von Afrika und ab nach Amerika, kann man gar nicht aufzählen. Was hat in Belgien, die haben einen schwarzen Männer in einen Käfig reingetan und die haben ihren weißen Kind da zum Spielen als Puppen, ein weißes, ein schwarzes Kind. Weißt ihr, was ihr redet hier? Weißt ihr, was ihr redet überhaupt? Ja, weißt ihr, was ihr redet? Und derjenige, der hier besoffen überhaupt und spricht Ideologie, der spricht über Religion, dann habt ihr zugelassen, dass er die ganze Zeit redet. Babu, wenn du ein Murtad, wenn du ein Murtad, einer der den Islam abgekehrt hat, dann musst du für dich behalten. Du siehst, wenn du ein Marokkaner bist, ja, und du bist ein Islam, du bist nicht ein Muslim, der ist für dich. Du siehst, es gibt Muslime, aber werden die getötet? Aber du warst aufgeregt. Werden die getötet? Moment, Moment, Babu, Babu. Werden die getötet in Marokko? Nein. Aber was sagt die Bibel? Warum hältst du nicht in der Bibel? Aber du bist bleibend. Hast du mein Wissen über... Warte, werde ich die Antworten können oder nicht? Ja, dann sag das. Dann sag das. Ohne Lüge. Ohne Lüge. Nein, ohne Lüge. Auch mit dem Haddikum alles. Mich wundert, mich wundert, warum hättest du gegen Islam und hättest du nicht gegen Judentum und Christentum? Ohne Hoffnung. Ich warne die Leute von Sklaverei. Ich habe da gelebt. Ich habe das gesehen. Was willst du mir erzählen? Ich habe mit Sklaven gelebt. Ich habe sie gesehen bei Osama. Wann war die Sklaverei? Vor Jahiliah oder nach Jahiliah? Sag wahrhaftig. Okay, Leute. Okay, ich stoppe das, Leute. Ich hoffe, ihr lässt mich reden. Ich stoppe das. Ich hoffe, Leute, ihr lässt mich reden. Keiner springt mehr. Sind Sie sicherlich? Denn als wir das letzte Mal gesprochen haben, hat jeder einfach das... Könntest du dich bitte stummen, Bruder? So, bin ich jetzt dran. Kannst du dich stummen? Nein, ich will ihm antworten, bitte. Lass mich. Ich will ihm antworten. Wo ist er? Guck mal, ich will... Okay, ich will... Ich habe ja mit Sklaven... Wir hatten auch Sklaven zu Hause. Es wurde in Marokko 1926 verboten, in Saudi-Arabien 1964. Wir wissen alle, es gibt ein Video von Sklavenmarkt neben den Kabern von 1962. Kann man gucken, Sklavenmarkt auf YouTube schreiben. Mekka. Ihr werdet da sehen, wie die Frauenmarkt stehen. Bis 1964, das war ein islamisches Land, ne? Da musste Saudi-Arabien ausgeschlossen werden von den Welthandeln. Und alle haben sie boykottiert, damit sie das überhaupt dann verbietet. Dank die Frau Roosevelt. Eine Frau hat das verboten in Saudi-Arabien. Frau Roosevelt, ihr könnt das checken. Den Sklavenmarkt-Video, den gibt es auf YouTube, ne? Jetzt werde ich in die Haditha lesen von Mohammed. Okay, im Koran, wir kennen alle. Ich will ihm aber eine Frage stellen. Und dann mache ich weiter. Der sagte, im Hadith, der sagt, ja, du sollst ihm geben von Essen, was du isst. Du sollst ihm Klamotten geben, ne? Und so Sachen. Ich will dich fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Esel bei dir zu Hause und einem Sklaven? Eine Milchidermin. Was ist der Unterschied? So, pass mal auf. Pass mal auf. Veräppeln wir nicht. Wenn du Ahnung über den Islam, du willst die Leute verwirren, du willst die Leute verwirren, weil, guck mal. Du hast mich beleidigt, du hast gesagt, ein Morte, ein Morte. Lass mich ausreden. Du hast mich gestimmt. Du siehst, dass du Angst hast. Jetzt bleib ruhig. Ich will dir die Widen heute abzuzeigen. Ja, Morte. Ich habe doch keine Angst. Ich will die Antworten. Lass mich antworten. Du mal, die Gesetze. Jetzt eine Frage für dich. Was sind die Gesetze? Eine Frage, bitte. Eine Frage, bitte. Möchte ich antworten, wenn du dich auskennt im Islam. Eine Frage, bitte. Ich war nur in Israel. Du hast mich gestimmt. Nein. Nein, nein. Nein, habe ich nicht, Mann. Ich hatte doch die Minuten gemacht. Wer hat mich gestimmt? Wer hat mich gestimmt? Dein Modi. Dein Modi. Ach, dein christlichen Modi. Dein christlichen Modi. Dein christlichen Modi. Hör zu, hör zu. Kennst du die Gesetze im Islam, wenn du eine Sündung gemacht hast? Hoffnung, 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 Hoffnung. Bravo, 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 bravo. Ich habe doch gar kein Wort gesagt. Ich habe doch gar nicht, du hast drei Minuten. Du hast geredet, geredet, dass du mir doch antworten. Nee, eine Frage, bitte musst du nicht antworten. Wenn ich Angst habe, werde ich nicht antworten. Wenn ich Angst habe, werde ich nicht antworten. Ich habe keine Angst. Ich werde dich jetzt antworten. Aber wenn du zuhörst, wenn du schreist, wirst du nicht verstehen. Hör zu. Okay, die sagt dir, ein Sklavin sollst du futtern, Klamotten geben und einen Dach über den Kopf und deine Esel gibst du auch einen Dach über den Kopf, den gibst du auch essen, den lässt du auch nicht in der Kälte. Aber der einzige Unterschied, dass du deine Sklavin kannst du nachts vergewaltigen und deine Esel nicht. Also nur um den Unterschied zu sehen. Wo steht vergewaltigend, du Hose? Wo steht vergewaltigend? Wo steht vergewaltigend? Wo steht vergewaltigend? Wo steht vergewaltigend? Wo steht? Wo steht? Wo steht? Lass mich reden, wenn du schreist, mir in der Wodka kann ich doch nicht reden. Lass mich reden. Lass mich reden. Lass mich reden. Lass mich reden. Guli, Gesetze. Guck mal, wenn ich Sündung gemacht habe, was ist die Gesetze? Bruder Wolf Nullach, lass ihm kurz eine Sekunde reden, bis jetzt seine Meinung sagt. Ich habe so einen Punkt gegeben. Einer hat sie gestört. Ja, nur eine Minute, sorry. Du bist unverschämt. Die hetzen die ganze Zeit gegen den Islam. Aber du bist ein Mortad. Aber guck mal. Kann sein, kann sein. Intermittell. Ich habe nicht reden können. Seht ihr? Der will nicht, dass ich antworte. Weil der weiß, dass er lügt. Ich lüge dich. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Ich habe gehört von einigen. Lass mich doch reden. Die Hadith nennen. Lass mich doch reden. Ich habe doch gerade angefangen. Aber ich habe eine Frage gestellt. Ich habe eine Frage gestellt. Warum antworte du nicht? Warum antworte du nicht? Du sagst mir, wo ist das? Ich will dir gerade den Vers von Koran lesen. Meine Frage. Meine Frage. Wie müssen wir mit deinen Schlaf schlafen. Komm, du sagst mir. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte. Ich lese gerade den Koran, willst du den Koran hören oder nicht, deine Versen, wo es steht, dass du mit denen schlafen kannst, willst du es hören oder nicht? Was steht, muhassin, was steht, lies mal weiter, lies mal weiter. Die verheiratete Frauen dürft ihr nicht anfassen, außer das sind eure Sklaven. Und die, die keinen Sex machen, außer mit deren Ehrfrauen oder deren Sklaven. Hier nochmal, den dritten Vers habe ich gerade genannt. Ich kann ja bis heute Nacht machen. Guck mal, die stürmen mich die ganze Zeit, ich komme nicht zum Reden. Wie sollen die Leute meine Antwort hören, wenn du schreifst? Guck mal, wenn du tust, dass du den Islam auskennst, sag mir eine Antwort, eine Antwort auf die Frage ist vollgebracht. Gebt das jetzt in den Koran, ja oder nein, ich will dir keine Antwort reden. Wir reden jetzt über Sklaven, ich werde dir die Hadith geben, dass Mohammed gegen Befreiung von Sklaven war. Ich werde den jetzt in den Hadith lesen, wo der Mann sechs Sklaven befreien wollte und Mohammed ihn beleidigt hat und sagte, nein, das darfst du nicht und er hat nur zugelassen, dass zwei befreit werden. Ich werde euch jetzt zeigen, dass die Frau von Mohammed seine Sklaven, ihre Sklaven befreit hat und Mohammed sagte, hättest du sie deinen Onkels lieber gegeben, hättest du mehr Adjr. Also hättest du sie deinen Onkels gegeben, damit sie die vergewaltigen, hättest du mehr Belohnung von Allah. Leute, Leute, seht ihr, wie er macht? Deine Modi, die machen gute Arbeit, ich würde nur... Du bist ein Heuchler, du bist ein Heuchler. Ich weiß, warum bist du geflohen von Marokko, weil du ein Schwul bist und du hast Angst auf deinen Arsch. Ich bin nicht aus Marokko, du bist nur beleidigend, weil du weißt, dass ich jetzt... Aber ich werde trotzdem nicht die Quelle weiter nennen, kannst du weiter wählen unter dem Text. Ich lese jetzt weiter zur Schwule. Ja, Babu. Warte mal, bitte Gottes Kind, nein, nein, nein. Die anderen müssen hier die Quellen hören, oder nicht? Warte bitte Gottes Kind, nein, warte, 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 warte. Bitte, warte. Ich werde ihm sagen, hier von der Sklaverei, weil sein Prophet von Sklaverei, wie er gegen Sklaverei war. Warte, hier. Warte. Babu, du musst dich schon ein bisschen beruhigen. Du kannst nicht alle Muslime belädigen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Babu, aber du hast gerade den Koran beleidigt und alle Muslime und so, weißt du? Das ist nicht korrekt, es gibt zwei Millionen. Es tut mir leid. Freunde, ich sage euch jetzt bitte die Hadith, bitte hört zu, ja. Sahih Muslim, ja, Sahih Muslim, Nummer 1668, Sahih Muslim. Leute, schreibt, du, Kurdo, schreibt, Usmali, schreibt, damit... Warte, warte, sag nochmal, warte. Sahih Muslim 1668. Warte kurz, Sahih Muslim 1668. 1, 1, 1, 6, 8, okay. Nein, 1, 6, 6, 8. 1, 6... Ich habe in drei Minuten gegeben, damit ich sprechen, dann wollte er mich nicht ausreden lassen, weil er wusste, dass ich das alles widerlegen kann, weil... Ja, Bruder, aber... Also, du sagst mir, du sollst ihm Essen geben. Ja, natürlich. Dein Hund gibst du auch Essen und ein Dach über den Kopf oder liest du auf der Straße im Regen. Ja, aber du vergewaltigst ihn nicht. Deine Sklavin darfst du mit ihr schlafen, auch wenn sie nicht will, weil das ist eine Eigentum. Aber Gottes Kind, was willst du jetzt machen? Gottes Kind, bitte. Ich finde nur, dass Sakim Muslim 1668. Ja. Okay, passt. Bitte. Ein Mann hat sechs Sklaven befreit vor seinem Tod. Der hatte nichts anderes, außer diese sechs Sklaven hat er befreit. Dann ging er zum Prophet und sagte, ich werde sie befreien. Der Prophet war dagegen, der hat sie dann in drei Gruppen geteilt, zwei, zwei, zwei. Und dann hat er so ein Glücksspiel gemacht, wer dann befreit wird und wer nicht. Er hat zwei befreit und vier hat er zurück in die Sklaverei geschickt. Muhammad, wir reden von dem Prophet, hat vier in die Sklaverei zurückgeschickt und hat ihn noch beleidigt, weil er sie befreien wollte. Und du kannst gerne den Hadith-Freunden suchen, der ist da. Ich gebe euch jetzt einen anderen Hadith. Warte. Warte. Der denkt, ich habe das studiert doch lebenslang. Hier. Sahih-Bukhari-Freunde. Ich hole nur die Sahihs raus. Ihr kennt mich. Ich hole nur die Sahihs. Ich debattiere niemals mit den Sahihs. Ich hoffe, der ist da und der hört das, damit er weiß, dass ich Ahnung habe. Und ich verarsche. Sahih-Bukhari Nummer 2592. Sahih-Bukhari 2592. Und dann noch Sahih ibn Khuseyma. Ist auch ein Hadith-Sahih. Sahih ibn Khuseyma 2434. Also der Hadith gibt es in den zwei Sahihs. Das ist die Frau von Propheten. Und dann hat sie gesagt, wenn du sie deine onkels gegeben hast damit sie sie vergewaltigung brauchen wer war besser vom moment als sie zu befreien moment war nicht dafür ich werde jetzt weitergehen und noch die ganzen haditha rausholen was von sklaverei warte warte gesagt es gibt also hier sieht man das moment war für die sklaverei oder war dagegen das ist gut hier dass der typ oder sechs sklaven befreit warum hat ihn davon abgehalten und die noch beleidigt wenn er dafür war bau ja du hast jetzt noch ein hadith für sklaverei oder 25 92 warte kursi buchari 25 29 25 92 22 22 92 ich will immer nur mittel 25 ja habe ich gelesen also die hat ihre sklaven befreit gesagt warum hast du es gemacht hättest du sie deinen onkels verschenkt wäre es dir besser als sie zu befreien also ist ein klarer sache der andere wollte sechs sklaven befreien sagte ihm der hat ihn beleidigt und nur zugelassen dass zwei befreit werden und vier hat jetzt zurückgeschickt in die sklaverei also wie kann man sagen dass man mit gegen die sklaverei war wenn er die leute davon abgehalten hatte die die sklaven zu befreien kann man die sagen das sind die zahe ich habe die nicht geschrieben ich habe euch gelesen habe ich bin jetzt hier al buchhari 25 92 ja was ich mache dich groß zeige es wurde damit ich konnte diesen typen nicht mehr anhören deshalb ich habe tschuldigung aber ich habe ganz leise gemacht ich habe ihm nicht zugehört weißt du eins will ich nur sagen wegen die ganzen christen was hier drin sind also das ist ihr seht ihr sahib buchhari sahib buchhari 25 92 sieht man das oben ja ja schau mal wie deutsche übersetzung ist und sagt ob das gut oder schlecht ist weißt du okay weiß ich habe ich auch das ist auf deutsch ja hier bin bakir erzählte uns von all leid von leid von kirkirib mavla ibn abbas dass maimouna wind maimouna war eine frau von mohammed oder was ja ja wirklich ein kollege hat mir das gesagt ich habe gedacht dann macht es falsch übersetzt bruder die hätte hier warum zeigst du es nicht auf sunnah das ist schon übersetzt auf sunnah das ist mein bruder nein aber die übersetzung ist nicht richtig wurde der jungfräulichkeit guck mal das ist schon auf deutsch auf englisch nein das war fast teigert auf englisch okay okay ja okay defeat 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 des reakten of ebin abbas dead maimouna bined al harid told him that she manual mounted a slave girl without taking the permission of the prophet on the day when it was her turn to be with the prophet she said do you know oh ala's messenger that i have manual Er sagte, sie hat in der Affirmative gesagt, sie hätten mehr Gewalt bekommen, wenn du sie zu einem deiner Onkel gegeben hast. Okay, warte mal, ich übersetze, diese Englische auf Deutsch ist vielleicht besser. Wer sagte jetzt, du sie denn verschenkt jetzt zu mehr Adjur? Ja, schau jetzt, schau. Der befreite Sklave von Ibn Abbas, der Maimunabind al-Haritim, ihm sagte, dass sie ein Sklavenmädchen manuierte, ohne die Erlaubnis des Propheten zu nehmen. An dem Tag, an dem sie an der Reihe war, mit den Propheten zusammen zu sein, sagte sie, weißt du, Allahs Gesandter, dass ich meinen Sklavenmädchen gezeugt habe? Er sagte, hast du das wirklich? Sie antwortete mit ja. Ja, er sagte, du hättest mehr Belohnung bekommen, wenn du sie, das heißt die Sklaven, einem deiner Onkel Mütterseits gegeben hättest. Oh mein Gott, Alter. Und das ist ein Sahih. Und das andere von den sechs Sklaven, könntest du es auch zeigen, damit die auch glauben? Ja, warte, von dem habe ich sogar ein Screenshot gemacht. Okay. Aber warte kurz. Ich werde euch jetzt zeigen, wie die Mütter, die Sklaven, die Kinder mit denen hatten, wie die verkauft wurden. Jetzt auch Heidi Sahih, warte. Ich werde ihn jetzt heute, der hat sie ja gesucht. Ja, Bruder. Ich habe unten geschickt, weil der wollte nicht hören. Bruder, warte mal, du meinst Sahih Muslim, oder? Babu, kann ich eigentlich was sagen? Dann bin ich weg, weil ich muss morgen früh weg. Ja, bitte. Bruder, meinst du, Sahih Muslim 1668? Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Okay, Adonis, sag, Bruder, Adonis. Und zwar, ihr habt ja, ich bleibe sachlich, Leute, Osmani und Kurde, ihr seid ja respektvoll. Ich gegen euch habe ich auch nichts, wenn ihr hier nicht beleidigt. Ihr habt gerade selber gesehen, es war nicht so, wie der Typ gesagt hat. Der kam hier rein, hat sofort mit aggressiver Stimme die Leute versucht, irgendwie Irre zu leiten. Er hat seine drei Minuten bekommen, nach den drei Minuten wirst du automatisch vom System gestummt. Ja, das ist halt so, das wisst ihr selber. Und er kam, ihr habt mich gestummt, ihr habt mich gestummt. Aber der war der Einzige, der die ganze Zeit dazwischen geredet hat, hat eine Frage oder zwei Fragen oder irgendwelche Äußerungen gestellt. Ja, voll. Babu sollte darauf antworten. Er hat ihn aber die ganze Zeit nicht antworten lassen. Das war die Taktik von ihm, dass wir ihn von Wahrheit hören. Das war die ganze Zeit. Babu, das wollte ich nur sagen. Gottes Segen, Gute Nacht. Danke, Adonis. Gute Nacht. Gute Nacht, Gottes Segen, Adonis. Aber Babu, darum wollte ich dir sagen, das nächste Mal, wenn du so machst, dann lass ihn drei Minuten reden. Und zum Beispiel, jetzt lass mich drei Minuten reden. Und du kannst mich stummen und dann drei Minuten redest du, verstehst du? Er wollte meine Antwort nicht hören, das ist nicht normal. Ja, das ist Arschloch. Kann ich etwas sagen? Ja, gut, wir lesen das schon, Freunde. Ja, aber ich wollte schon lange etwas sagen. Ich will euch nur sagen auf Deutsch, damit ihr glaubt, dass ich nicht falsch übersetzt habe oder irgendwas. Weißt du, weil die behaupten ja alles. Lass uns bitte das hier lesen, damit man auch versteht, dass ich die... Zeig es auf Englisch, damit... Bruder, sag hier Muslim 1668, gibt es A, B und C, weißt du? Schau mal das. Und wir sprachen mit Mohammed Ibn Abda, wir sprachen... Nein, du hattest es doch gerade, warst du da. Warum hast du es weggemacht? Amerika ist sehr weit von Arabi. Wie ist B, Bruder? Sehr weit. Wer weiß was? Ah, mir ist es, das ist es, ja. Ja, das habe ich leider nicht auf Deutsch. Auf Englisch. Auf Englisch. Imran B. Hussein reported that a person who had no other property emancipated six slaves of his at the time of his death. Allah's messenger called for them and divided them into three sections, caused lots amongst them and said two, two, three, and kept four in slavery. And he, the holy prophet, spoke severally of him. Also der hat ihn beleidigt danach, weil er sie befreien wollte. Genau. Aber ich kann jetzt nochmal schauen, warte mal kurz, das war Sahih Muslim, da können wir genau auf Deutsch machen. 1, 6, 6, 8. Ja, und jetzt zeigen wir, wo die verheirateten Frauen als Sklaven genommen wurden und wo die sie vergewaltigt haben. Warte mal, sag nochmal, das war 1. Ich weiß nicht mehr, Bruder, ich habe es nicht mehr vor mir. Den gibt es überall. Ru'al-Ghalil, Sahih, auch. Hier, Sahih, Rubay-Hakim. Auch. Was für uns, ich habe so viel über Sklaven hier. Wir sollten Kurdo zuhören, wenn es okay für dich, bitte Gottes Kind. Kurdo, bitte, Bruder, reden. Ja, also, ich fand der Hoffnung seine Worte gut, einfach ein bisschen, er hat zu viel Hass im Herzen gehabt, das hat man gespürt, so fast man das gemerkt hat. Er muss sich ein bisschen beruhigen, weißt du, wenn man so redet miteinander. Ja, was meine ich, Bruder, danke, dass du so ehrlich bist, wirklich. Das war Kurdo jetzt, das war Kurdo. Ah, Kurdo, danke, dass du so ehrlich bist, dass du so ehrlich bist. Ja, ich bin für beide, ich habe nichts gegen niemanden, weißt du. Was ich finde, auf beiden Testamenten, Koran steht, dass man gegen Juden vorgeht und dass man Juden hasst. Und Antisemiten wurden ja, die Christen haben ja die Juden damit belegt. Und da sollte man eigentlich gegen Juden vorgehen, weil die sind ungläubig. Weil wenn schon haben wir einen Gott, oder? Wenn schon glauben wir an was, aber die glauben an nichts, oder? Darum verstehe ich nicht, warum im TikTok die ganze Zeit Muslimen-Hass praktiziert wird. Obwohl die Muslime gar nicht Schlimmes wollen, die kommen so voll verhasst. Die sind die ganze Zeit, die Christen so, die labern die ganze Zeit. Ich verstehe das nicht. Schau mal, ich weiß nicht, ich sage dir ganz ehrlich, ganz ehrlich, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr hat niemand interessiert im TikTok. Ja, Bruder, Religion gerade, schau mal. Und dann ist das, was in Israel die armen Menschen umgebracht hat. Scheiß drauf, ob die Muslime war oder nicht. Das waren Kinder, das waren Tote nach Tote nach Tote. Wie viele müssen noch kommen? Kurde. Ja, Bruder, weißt du, was gestanden ist? Weißt du, was, eine Sekunde, bitte, Bruder, eine Sekunde, wo die Juden abgehauen sind von den Nazis, die sind schiefen gekommen, die haben so ein großes Plakat aufgestellt, die haben geschrieben, die Juden, die Nazis haben uns alles weggenommen. Bitte tu das nicht gleich mit uns, zu den Muslimen. Kurde, hör zu, schau mal, Bruder, das hat, schau, ich bin in Österreich aufgewachsen. Im Koran, eine kurze Sache, im Koran steht, wenn eine Frau nicht dein Glauben ist, schlage sie oder vermeide sie. Aber viele Christen benutzen das nicht mal. Die sagen nur, schlagen sie. Das bedeutet nicht vermeiden, das bedeutet nicht vermeiden, das bedeutet fesseln. Es steht aber auf Deutsch vermeiden. Ja, auf Deutsch ist es auch anhandlos. Die Konten sind nicht wahr, aber wahr gemäßt. Wir setzen, weil es wäre eine Katastrophe. Ja, was sollen wir das wissen? Also ich kann kein Arabisch. Ja, Arabisch, das ist klar. Arabisch muss man keine... Ja, Kurde, Bruder, wenn man danach geht, wenn man nachher geht, nach der Religion alles einzueins wirklich nimmt, guck mal. Ja, also bei ihr, wir sind das Koffeln. Besser, wenn du dich verneidest. Du hast ja auch. Abou. Nächste Sache, da bin ich fertig, dann euch zu. Wenn man es so genau nimmt mit der Religionssache, was alles draufsteht, dann waren die Christen auch nicht unschuldig, verstehst du? Die haben das irgendwie, die Papst hat Millionen von Leuten umgebracht, weil sie sagten, die sind ungläubig. Und zweitens, warum muss man das Testament umändern? Das verstehe ich nicht. Das wurde nicht umgeändert. Kurde, hör zu. Also es gibt Neue und Alte, oder? Nein, hör zu. Es gibt Griechische, Aramäische, Aramäische und Hebräische und es gibt Griechische. Also Römische meinst du? Ja, hör zu. Zu diesem Aramäische, Hebräische sagt man Alte Testament und zu diesem Griechischen sagt man Neue, weil tausend Jahre dazwischen sind. Tausend Jahre? Ja, ja, über tausend Jahre. Danach kam das Neue Testament, wo alles weggemacht worden ist, was Schlimmes draufsteht. Nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht. Kurde, schau mal, das Alte Testament ist, bevor Jesus gelebt hat und das Neue Testament ist, nachdem Jesus gelebt hat. Verstehst du? Ich verstehe, aber wieso kam das nach tausend Jahren? Ja, weil die Tora ist schon, ich weiß nicht, 3000 Jahre alt oder so, das Alte Testament, die Tora. Und das Neue Testament ist aber erst 2000 Jahre alt, wo Jesus geboren wurde. Verstehst du? Aber ich wollte dir was anderes sagen. Kurde, hör zu. Hallo, Carlo. Ich würde, wir sollten bitte beim Thema bleiben, bitte. Ich bleibe eh beim Thema, ich will ihm nur einen Satz sagen. Schau mal, bis 2015 war das gar kein Thema mit Islam und so. Ich bin mit Muslimen aufgewachsen, mein Nachbar ist Muslimen und so. Bei Bayram haben wir Bayram gefeiert, die haben Baklava gebracht, bei meinen Weihnachten, ich habe ihnen gebracht, Sarma und sowas, verstehst du? Aber erst, wo es so schlimm war, seit 2015 mit den ganzen Flüchtlingen und dem Islam, so viele Flüchtlinge und Radikale und dann war der Anschlag und so. Seitdem ist das so schlimm geworden, verstehst du? Bruder, das Anschlag wurde inszeniert. Egal. Also ich werde das jetzt stoppen, Freunde. Nein, weil die Leute wollen das nicht hören. Babu, Babu. Leute, wir hatten gerade über 50 Leute, die gehen raus, weil die werden gelangert. Babu, sag die Muslimen, was wolltest du lesen? Okay, lass Babu, schreien wir. Babu, das sind sechs Sklaven. Babu, soll ich vorlesen oder liest du vor? Das haben wir doch gelesen vorhin, dass er die sechs Sklaven nicht befreit hat. Keine Sorge, Habibi, lass uns reden. Das ist Sachim-Muslim. Ja, wir haben sie gelesen. Die sechs Sklaven. Ja. Berichtete, dass eine Person, die kein anderes Eigentum hatte, zum Zeitpunkt seines Todes sechs seiner Sklavinnen emanzipierte. Allahs Gesandter rief sie und teilte sie in drei Abschnitte auf, warf lose unter ihnen und befreite zwei und hielt vier in der Sklaverei. Und er sprach streng von ihm. Das war jetzt auf Deutsch. Der hat ihn beleidigt. Kamera raus. Der hat ihn beleidigt, weil er sie befreien wollte. Der war dagegen. Ich sage euch jetzt anderen Hadith. Hier, was haben wir? Okay. Sahih Buch, Zerar in Moudia. Und den gibt es auch in Sahih Nisa'i 39, 69. Der Prophet hatte eine Sklavin, mit wem er regelmäßig geschlafen hat. Und dann hat er gesagt, die ist Haram für mich, diese Sklavin. Dann kam der Vers von Allah. Prophet, warum verbietest du das, was Allah dir erlaubt hat? Also Allah erlaubt hier, dass man mit Sklaven schläft. Das sind klare Dings. Ich lese euch jetzt andere. Hier. Sahih Abidawood. Ich rede, wie gesagt, Freunde, nur mit dem Sahih. Deswegen konnte der Typ sich das nicht anhören, weil der hat gemerkt, dass ich Wissen habe. Der hatte verstanden, dass ich Wissen habe, dass ich ihn fertig mache. Deswegen wollte er nicht zuhören, hat er geschrien. Und mich beleidigt noch. Ich weiß nicht. Versuchte er mich zu diskreditieren. Auch wenn er mich diskreditiert. Ich gebe hier die Quellen. Ich gebe hier islamische Quellen. Und nur Sahih. Es ist auch egal, was er über mich sagt. Es ist nicht, es ist nicht. Das ist irrelevant. Was relevant ist, ist, ob die Sachen wahr sind oder nicht. Wie gesagt, Ich war von den Sklaven von Baniukuraida. Die haben geguckt, wer Schamhaare hatte, wurde umgebracht. Und wer keine Schamhaare hatte, wurde nicht umgebracht. Ich war von denen, die keine Schamhaare hatten. Die haben geguckt in meine Schamhaare und haben keine Schamhaare gefunden. Dann haben die mich versklavt. Dann habe ich mich versklavt. Das war der Prophet. Hier in einem anderen Hadith. Sahih al-Jami' Freunde, nur die Sahihs. Ich habe nur die Hadiths mit Vitaminen, die richtig viele Vitaminen gegessen haben. Sahih Muslim Nummer 70. Wenn der Sklave wegläuft, wird kein Gebet von ihm angenommen. Hier ist Sahih al-Jami' Nummer, den hast du in Tayalsi, Akharajah al-Tayalsi 707 und Tabarani, Seite 2, 320, 23, 31 und al-Baihaqi in seinem Buch Sha'ab al-Iman 85, 96. Al-Abdu'l-Abiq, la tuqbalu lahu salat, hatta yarja'a ila mawali. Der Sklave, der abhaut von seinem Master, wird kein Gebet angenommen, bis er zurückkehrt zu seinem Master. Also auch wenn er versucht abzuhauen, ist er ein Kafir, bis er zurückkehrt zu der Sklaverei. Das hat auch Mohammed gesagt. Auch ein Sahih. Warte. Hier. Na, die will nur die Dings. Hier, Sahih, äh, 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 Sunan al-Kubra al-Baihaqi. Akharajah al-Baihaqi, 33, 47. Kunna Ima u'O'O'O'O'O', radiyallahuhu an, yuckdimnau kiachifatein, an schuori hiin, tatриbo tadiuhun. Die Sklaven von Umar haben uns begonnen mit Öffnung und ihre Brüste haben gegeneinander geschlagen und gewöhnt, nackt. Also, wie ist die Sklaven hier? Hier ist es nicht so richtig. Buch Erweck-Algaleel. Die Albany, die ich an den Albany. An Ibn Umar, wenn er eine Sklaven wollte, hat er eine Sklaven, hat er einen Schlaven in die Hände und 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 in die Hände. Wenn er eine Sklaven kaufen wollte, hat er ihre Beine geguckt, ihre Schenkel, und hat seine Hände zwischen ihre Brüste und ihren Rücken und unter den Klamotten. Er erzählt uns, wie die das Sklaven gekauft haben. So was muss man draufstehen. Die Erweck-Algaleel mussten draufschreiben. Wie bitte? Wer so was geschrieben hat, der hat noch was gegen den Propheten gehabt. Das ist Sahih-Bukhari, Bruder. Das ist Sahih-Bukhari und Sahih-Muslim. Babu? Was haben wir mit Gottes Propheten zu tun? Das sind die einzige Tradition. Bruder, wenn du die Hadiths nicht nimmst, bist du kein Sunnit. Punkt. Okay, Babu, ich bin normal so. Ich wollte dich fragen, gibt es so viele Milliarden Leute, wo Muslime sind, so ein Glauben annehmen? Bist du der einzige, der so intelligent ist und das herausgefunden hat? Denkst du, die Muslimen macht es nichts aus, dass sie es vergewaltigen, so im Koran? Und dass sie sagen, okay, geil. Nein, das wissen sie natürlich nicht. Wie? Wie? Es kann sein, wie? Du bist die Einzige. Ich habe jetzt Bukhari, Bruder. Ich weiß, wie viel Surah es gibt überhaupt? Weißt du, wie viel Surah es gibt? 2014. Hast du das von Sahih-Bukhari? Und wie viel wird mit Pismillah gesagt? Von mir 14. Ich habe Sahih-Bukhari genannt und die Nummer. Wenn du mir nicht glaubst, dann gucken Sahih-Bukhari, ich verstehe nicht. Aber du weißt, wie viele Leute, es gibt Tag und Nacht, die lesen Koran. Wenn die sowas entdecken, wie ticken die nicht aus? In unserer Länder verlassen die Leute den Islam in den Strömen. Die werden die Arabisch verstehen heute. Aber du weißt, der Islam in fünf Jahren wächst viel schneller aus dem Christentum. Das kann man in der Regel glauben. Im Gegenteil, glaube ich. Ich weiß, wir haben eine Zählung gemacht im letzten Jahr. Und das war ein Rittspieler. Die meisten auch aus der Arabi. Das sind die Marokko 16 Jahre. Sie waren im letzten Jahr. Also, perfekt. Also, du hast hier viele Juden-Liebhaber, indem du Muslime runter machst. Das habe ich gemerkt. Welche Jude habe ich hier? Ich habe auch gar keine Juden hier. Also, ich sehe nur Juden reinkommen. Wie viele Juden erfahren? So, bis jetzt habe ich 25 gesehen. Ja, aber nimm das an die Wahrheit. Aber Babu, Babu, Babu. Ja. Babu, sag ihm bitte in Arabische, Al Jazeera und so. Nein. Die hat mich gefragt, wie viele Bismillah. Die will mir irgendwelche einfache Fragen stellen. Bismillah sagst du in allen Sorgen. In allen außer einer Sorgen. Ja. Aber das weiß doch jeder, Bruder. Ja. Und das steht auch in dem alten Koran. Lata von Bismillah. Wie geht das, wenn du nicht Gläubi bist? Wie weißt du das? Ich verstehe das nicht. Er war Saula-Modlem. Man fragt sich ja praktiziert. Was glaubst du, wo du die ganzen Gute her hast? Er ist doch in das islamische Land aufgewachsen. Kurdo, Kurdo, kannst du immer so aufpassen mit Leuten, die konvertieren oder den Islam verlassen? Kurdo, Kurdo, kannst du Arabisch sprechen, reden? Nein, ich kann Kurdisch. Ich habe Arabisch gelernt. Aber zum Beispiel, ich sage euch ein Thema. Meine Schwägerin war sehr christlich. Sie ist zum Muslim konvertiert. Freiwillig? Ja, freiwillig. Sie hat ein Kopftuch angelegt. Die haben zwei Kinder. Mein Bruder hat gesagt, hör auf mit dem Kopftuch, du siehst wie eine alte Frau aus. Sehr gut. Ich wollte gerade ein... Ist egal, ist egal eure Meinung. Warte kurz. Im Arbeit haben viele Leute gesagt... Kurdo, das lasse ich nicht zu, dass du jetzt gerade wieder sagst, als würde ich lügen. Kurdo hat gesagt, du zeigst von sunnah.com. Habe ich sunnah.com gegründet? Nein, Saudi-Arabien. Das sind die Hadithe sahih. Habe ich ihnen einen Hadith erzählt, der nicht sahih ist oder der nicht zu finden ist? Nein. Ich habe ihnen die Nummer gesagt, der hat getötet. Alle Muslime und Sahab-Bukharien sind authentisch. Die sind nicht authentisch? Nein. Die sind authentisch, die kann man nicht leugnen. Das sagst du nicht. Was sagst du, Osmani? Amerika ist sehr weit von Arabien. Die können das nicht richtig übersetzen. Wer weiß, was dir alles klar gemacht hat? Wir können aber auf Arabisch gelernt. Nein. Sunnah.com ist eine muslimische Seite. Die ist auf Arabisch geschrieben. Und das Arabische wird übersetzt auf Englisch und dann auf Deutsch. Das wurde von arabischen Muslimen gegründet. Sie wollten nur den Islam widerlegen und falsche Hadithen drauf zu machen. Ich kenne den Hadithen. Ich habe die Hadithen in den Büchern gelernt. Oder meinst du, jetzt habe ich sie erfunden? Ich kenne die Hadithen auf Arabisch und ich habe es auf Arabisch gelesen und übersetzt. Und danach hat er gesucht und die gleiche Übersetzung gezeigt. Ich habe es nur von meinem Kopf übersetzt, weil das ist meine Muttersprache. Ich kenne die Hadithen. Ich will jetzt einen anderen Hadith lesen. Ja, ich kenne auch zum Beispiel, Allah verbietet uns Slaverei ohne freie Wille. Ich habe dir auch gesagt, ich habe dir gerade gesagt, dass verheiratet Frauen sogar auch Dings darfst du ja als Sklaven nehmen und vergewaltigen. Ich glaube, das ist ein normaler Koran. Nicht so eine scheiß Webseite. Hast du ein Koran vor dir? Herr Osmani? Nein, ich habe es nicht. Also, sorry. Nein, nein, Herr Osmani. Hast du ein Koran bei dir? Nein. Wir beten nicht mal. Was für ein Koran. Lies, öffne deinen Koran. Surah 25. Al-Mu'minun. Surah 25, Vers 4. Ja, glaube ich. Ich habe aber nicht dabei. Ich habe aber nicht dabei. Schade. Ja, aber ich habe mich mit der Nisai. Lass mich euch bitte den Hadith lesen. Wie gesagt, er hat Ahmad in seinen Musnad bei Ahmad 11709 und Al-Mussannaf von Abd al-Razak Nummer 549 und Tabari in seinen Tafsir Seite 853. Du kennst Tabari, ne? Hier. Wir haben Sklavinnen entführt von Autaz. Das war nach dem Krieg von Hunayn, ne? Die hatten sie angegriffen in Hunayn. Die Leute waren beschäftigt mit ihrer Arbeit. Die Tiere haben Wasser getrunken. Die haben Leute versklavt. Und dann sind die anderen Leute gefolgt nach Autaz. Der hat seine Leute geschickt, Mohammed, nach Autaz. Und dann haben sie Frauen versklavt mit Kindern, die Ärmänner hatten, ne? Ihre Ärmänner waren noch am Leben, auf der Arbeit oder so, ne? Wir haben uns geschämt, oder wir haben es nicht gemacht, mit denen zu schlafen wegen ihrer Ärmänner. Und dann haben wir den Propheten gefragt und dann kam dieser Vers. Also wir haben Mohammed gefragt und dann kam dieser Vers. Und die verheirateten Frauen dürft ihr nicht anfassen. Euch sind die verheirateten Frauen verboten, außer die, die eure rechte Hände besitzen. Und dann haben sie ihre, wie ihr wisst was Schweine, ihre Genitalien genossen. Die beste Hände von ihnen sind die Sklaven. Ja, warte hier nochmal. Sahih Muslim Nummer 14, 56. Die sagen nur Sahih Muslim, Sahih Bukhari und die sagen, dass sie nicht authentisch sind. Das dürfen sie nicht mal ablehnen, Achi. Weil Sahih Muslim und Sahih Bukhari, die sind alle authentisch. Die authentischsten Bücher überhaupt nach dem Koran. Das ist mit den Ijma. Alle Gelehrten sagen, das ist die authentische. Und wer daran nicht glaubt, ist ein Kafir. Du sollst die Dings lesen. Die Propheten in der Welt von den Fall. Also der Prophet, der Tag des Krieges des Hunens. Die Gelehrten haben eine Armee nach den Augen. Und man hat eine Armee nach den Augen. Die haben die Feinde gefunden. Die haben gegen sie gekämpft. Und dann haben sie Frauen festgebracht. Denn die Leute von den Propheten und den Freund von Mohammed. Die Sahaba Die haben sich geschämt, mit diesen Frauen zu schlafen. Wegen ihrer Ämener von den Ämener waren Araber und die kannten sich. Und dann hat Allah den Vers geschickt. Vers 24 Ich lese euch jetzt ein Sahih Abidawud, 39, 54 Sahih Abidawud, 39, 54 Nochmal hier, das ist nicht nur in diesem Buch, da sind mehrere Bücher, werde ich euch alle benennen. Jetzt, damit man nicht sagt, dass ich irgendwas mir aussuche. Also alle Bücher gibt es. In Abidawud, das ist 39, 54 In Al-Hakim, 21, 89 Ibn Habban, 43, 24 Ich habe euch jetzt vier Quellen genannt, alle Sahihs. Wir haben die Mütter von unseren Kindern verkauft, in der Zeit von Mohammed und in der Zeit von Abi Bakr. Das verboten, dann haben wir es nicht mehr gemacht. Das heißt, wir haben verkauft, die Mütter von unseren Kindern, die Skraben, die Mutter von deinem Kind darfst du verkaufen. Wir haben die verkauft in der Zeit von Mohammed. Wir haben die Mütter von ihren Kindern zum Markt gebracht und verkauft. Also die fünf Gewählern habe ich euch gerade gelesen. Okay, ich glaube, es reicht, ich habe gerade mehrere Haditha gelesen. Ich glaube, er hat ja sowas, die Propheten so geschrieben hat und sowas. Also er hat nichts damit bewiesen. Warum sucht du dich daran? Ja, mit Allah und mit Propheten. Osmani, Osmani, ganz kurz. Bist du Sunnit oder Shariite? Bist du Sunni oder Shia? Ich verstehe das gar nicht, aber es hat nichts mit Gott zu tun, verstehst du? Doch, doch. Es gibt die Sunnah, die Sahaba und dann gibt es Ahlul Bayt. Die Shia. Das sind die Sunniten, die die Haditha nicht ablehnen, die Haditha praktizieren auch. Die Shia lehnt das Kost. Nein, aber ich kann jetzt auch nicht Islam nehmen, und kleine Kinder nehmen, so von sechs Jahren oder wie die Rebekah in drei Jahren genommen wurde. Okay, dann lern wir die Haditha ab und dann gehen wir in den Koran, Surah 4, 34, über die Gewalt. Oder ich zeige dir ein Vers, warte, kannst du gerne vorlesen. Moment. Freunde, die im Text schreiben, liken bitte, ja? Ich spreche hier meine Nerven und ihr liked mich mal, ne? Sitz da, bequem und halt zu, wie ich hier mein Stand verliere. Bavo, ich wollte gerade sagen, wenn du magst, gib mir Mod oder schalt Kommentare aus, und wenn wir 70.000 Likes haben, schalten wir Kommentare wieder ein. Nein, das kann ich dir nicht antun. Nein, 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 das wäre uns ja. Nein, 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 lass dich schreiben. Nein, 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 die liken schon. Bruder, bei 50 Leute, da du hast in drei Minuten hast du 60.000 Likes. Bavo, wala, was hab ich mir? Bruder, mach dein Bild groß, dann kann man besser liken. Lieber Osmani, mein Freund, kannst du uns bitte die Suche, die Aya 4 vorlesen? Ja, ich bin schlecht mit dir, ich kann auch ganz schlecht sehen. Soll ich vorlesen? Ja, okay. Aya 4. Genau. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, das sind die Alten. Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate. Und ebenso diejenigen, die noch keine Monatsblutung, die noch keine Monatsblutung haben, erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib antragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er seine Angelegenheit Erleichterung. Also, was bedeutet das? Ja. Diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, das sind die Alten. Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate. Und ebenso diejenigen, die noch keine Monatsblutung haben, das sind die Jungen. Wer ist damit gemeint, Osman? Ja, die Jungen. Die Jungen. Danke für deine Ehrlichkeit. Ist es erlaubt, laut deiner Ideologie, laut islamisch jungen Mädchen zu heiraten, die noch keine Monatsblutung haben, ja? Nein. Doch, Osman, du hast es gerade gelesen, bitte sei ehrlich. Ganz kurz, Gotteskind, ganz kurz. Dann erklär du mir, was damit gemeint ist, wer diese Mädchen... Ja, der hat noch gezeigt, wer sind die älteren Frauen, wer noch nicht bekommen hat, der wird noch bekommen, verstehst du? Nein, nein. Ich schließe es dir noch mal vor. Und diejenigen von euren Frauen, die noch keine Monatsblutung mehr erwarten, das heißt, sind die älteren Frauen, die keine Monatsblutung mehr bekommen. Wenn ihr im Zweifel seid, wenn ihr nicht wisst, ob sie bekommen oder nicht, dann ist ihre Wartezeit drei Monate, sprich, du wartest drei Monate. Ja. Und ebenso, diejenigen, die noch keine Monatsblutungen haben. Ja. Aber steht da drauf, Frauen jetzt? Nein, das sind doch jundere Mädchen. Also, ist ja erlaubt. Ja, die werden auch danach bekommen, oder nicht? Der besorgt nur, wer älteren Frauen ist, wer nicht. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Gehen wir mal, machen wir es einfacher. Welche Frauen, ab welchem Alter kriegt man die Monatsblutung? Ungefähr, viermal Daumen? Ja, die ist in unserer Zeit. Ich weiß, das nicht. Du kannst es auch nicht wissen, weil du lebst nicht schon 1500 Jahre. Das ist total kein Problem. Wir haben ja, guck mal, wir haben Mumien, wir wissen, wie groß die waren Kinder. es hat sich nicht geändert. Wir haben noch, davor, da waren noch diese, ja, aber ich dachte, ihr glaubt nicht an Evolution. Wieso glaubt ihr jetzt auf einmal noch bei Evolution? Ich weiß nicht mal an Evolution glauben. Nur kurz, nur kurz, Babu. Wann hat Aisha Monatsblutung bekommen? Mit 16, oder, Osman? Ja, ja, ich war da. Ich war da, ganz genau. Ich weiß es. Der Gott weiß es, am besten. Nichtsdestotrotz, lieber Osman, dieser Vers geht es einfach darum, da sind mehrere Frauen beschrieben, einmal die ältere, die schwangere und die jüngere, unter uns, die noch keinen Monat sind. Aber der redet da nicht von, warte, der redet da, warte, ich muss euch was erklären. Der redet hier von den Mädchen, die ihre Monatsblutung noch nicht hatten und die haben eine Wartezeit von drei Monaten. Genau. Und eine Wartezeit hat eine Frau, nur wenn sie angefasst wird. Richtig. Weil es gibt ein anderer Vers, der sagt hier, Wenn du die Frau, dich von Frau im Koran hälst, wenn du dich von einer Frau scheitest und sie nicht angefasst hast, dann hat sie keine Wartezeit. Also das sind die Mädchen, die ihre Blutungen noch nicht bekommen haben und sie wurden verheiratet, angefasst und geschieden und die müssen warten drei Monate, bevor sie wieder heiraten und die haben keine Blutung. In dieser Suche dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja die Suche der Scheidung, im Deutschen übersetzt. Du meintest ja, Osmani, da sind keine kleinen Kinder damit gemeint. Richtig? Ja, die hat nur gezeigt, was eine Frau ist und was ein Junge ist und was noch danach kommt. Das ist eine Frau-Sache, verstehst du? Das wollen Frauen wissen. Aber ich gehe jetzt schon mal von als Frauen. Ich wollte alles wissen. Kein Problem. Ich habe mich davon, aber ich habe mich von durchgehört jetzt. Du bist leider kein Gelehrter, deswegen fragen wir einfach mal deinen Gelehrten, Al-Jalalain. Kennst du ihn? Nein. Ey. Wer weiß, wer das wäre, verstehst du? Wenn mir das nicht gefällt, dann... Nein. Verstehst du? Das hat nichts mit Islam zu tun. Ich weiß, was Islam ist, verstehst du? Wer ist Al-Jalalain? Jeder kann Muslim sein, verstehst du? Also jetzt von euch habe ich auch gehört, ein Ex-Muslimer. Wir können doch einen Ex-Muslim geben, mein Gott. Der war nicht Muslim. Also ich sehe, wie in TikTok so kalte Sachen passiert. Ich verstehe nichts mehr auch mehr. Aber er hat nichts mit Islam zu tun. Also du meinst, du meinst, du meinst, der Ex-Muslim hat nichts mit dem Islam zu tun? Oder... Mit Islam von Allah, was... Was hat solche Sachen zu tun? Das ist Dunja. Ihr nehmt so Dunja-Sachen ins Spiel, verstehst du? Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Auf was wir glauben. Auf Allah. Ich meine, du hast doch gesagt vorhin, du hast keine Ahnung vom Koran, du weißt nicht, was Sunna und Shia bedeutet. Wie willst du wissen, ob ich lüge oder nicht? Ich weiß, dass das Islam war. Verstehst du? Nein, das ist dein Menschenverstand. Das ist dein gesunde Menschenverstand, der dir sagt, es kann doch kein Gott geben, der sowas erlaubt. Aber du wirst dich auch von Islamisch trennen, weil du indoktriniert wurdest. Das erkläre ich dir. Das ist wie die Nordkorea. Die glauben auch, dass deren Staatschef mit sechs Autos fahren konnte, dass er von einem Gott ist, dass er in deren Kopf lesen kann, weil das denen einfach als Kinder reingepflanzt wurde in deren Gehirn. Das ist genau so wie bei dir mit dem Islam, weil du hast keine Ahnung von Islam. Wenn du so sagst, das sind auch die Christen. Jeder, der glaubt, wird beeinflusst. Ja, aber das ist auch doktrinierend von euch. Bei euch auch, oder? Da kann man, da kann man, der Mensch ist sich gewohnt, der andere sagen... Wenn du mir zuhörst, wirst du wissen, was ich immer sage. Ich sage immer, Kinder sollten Kinder bleiben, die sollten nicht politisch sein, denen sollten keine Religion beigebracht, ob Christen oder Muslime, das sage ich immer hier. Und auch die Christen, die hier sind, sagen wir, wir zeigen unsere Kinder das nicht. Wie Adonis vorhin, sie sagt, ich habe meine Kinder, ich lasse sie ohne Religion, sie sollen selbst entscheiden mit 18. Finde ich okay und unterstütze ich. Und demzufolge, die Christen... Mit 18 können wir uns auch nicht richtig unterscheiden. Also ist auch nicht richtig. Ja, aber du kannst analysieren, du hast die Fähigkeit zu analysieren und logisch zu denken. Als Kind... Wir wissen gar nicht, was richtig für uns ist. Vielleicht... Aber immerhin, kennst du das besser mit 6? Weil Mohammed sagt, zeig denen mit 7 und schlage sie mit 10, damit sie den Islam lernen. Bist du besser als mit 18? Ist 9 mit 7 besser als 18? Nein, nach 10 haben sie 3 Wahlen. Die haben die 3 Wahlen. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, woher du deinen Islam hast, Osmani, das ist wirklich, wenn du jetzt... Geh einfach so ein Iman bitten. Und meine Kinder lernen bis 10 Jahre und dann nachher... Und dann nachher... Sag ihn, erkundige dich ein bisschen über den Islam, weil wenn du sagst, du weißt nicht, was Schiit und Sunnit ist und du bist aber Muslim, aber das kann nicht zu Islam gehören, ob du da noch nie den Koran gelesen hast und du kennst dich, die Hadith und gar nicht, aber das gehört nicht. Ja, Hussein, ja, Ali. Das ist Verleugnen ohne Beweise. Du verleugnest ohne Quelle, ohne Beweise, ohne Ahnung. Einfach, weil du schockiert bist. Verstehe ich. Lieber Osmani, Osmani, du bist ein Mensch. Ich habe keine Ahnung, okay. Ich muss auch nicht an solche... Wenn ich solche... Das ist noch schlimmer, wenn ich auch... Es hat nichts zu tun. Also... Aber woher willst du bist? Wenn du nicht... Woher willst du bist? Woher willst du bist? Woher ist es gefunden? Aber es ist auch nichts... Wenn ich sage, das ist meine Meinung... Aber wir wollten es wissen, man macht das überhaupt Sinn. Hörst du dir überhaupt so? Hörst du, was du sagst? Du sagst, ich habe keine Ahnung, aber das kann nicht sein. Woher willst du wissen, ob das sein kann? Ich habe dir gerade die Quellen genannt, die Nummern, die Hadith, die Verse, die Soren, den Koran und du willst nicht suchen, aber sagst, nein, das stimmt nicht. Ist das normal? Ja, das ist normal. Wer Gott weiß, die Wahrheit über mich und... Und ich weiß... Aber du weiß noch gar nicht. Lieber Osmani, du kannst keine Religion lesen. Du kannst keine Religion unterstützen, die die Pädophilie unterstützen, die die Sklaverei unterstützt und sagen einfach, ich weiß nicht, aber interessiert mich nicht. Lese, du kannst doch nicht... Die Leute, die Deutschen, die Leute... Ich bin Muslim, die meisten Deutschen kennen deine Religion besser wie du. Die sagen, okay, der unterstützt Kindesmissbrauch, der unterstützt es. Und du... Nur widerstellen und fertig, weil ihr seid geärgert, weil wir Christen nicht... Nein, wenn ich erschien würde, weil es nicht erschien würde. Ihr wollt nur deswegen. Verstehst du? Das ist das Problem. Fertig. Ja, wenn die Muslime so scheiße wären, wieso sind Kirchen im Irak zum Beispiel? Warum sind die muslimischen Länder Kirchen? Die sollen schon verbrennt werden, eure Meinung, oder? Das kann ich dir ganz einfach erklären, Warum sind das kurdische Christen? Warum gibt es dort? Warum akzeptieren wir so einen Scheiß? Weil das Land früher christlich war. Wenn wir Extremisten wären. Kurdo. Nein, ich frage dich, warum gibt es Kirchen? Weil das Land früher christlich war. Christlich. Es war christlich. Alles. Überall. Die muslimischen Länder war alles christlich. Was war es bevor Irak? Babylon? Ich weiß es, dass die Briten, die Engländer, da kamen. die Kolonien. Und was war, was war bevor die Briten kamen? War das nicht Babylon? Doch, das war Babylon. Das waren die Ungläubige, die Frauen versklavt haben und alles gemacht haben. Ich will der Freund, ich will kosmisch sein, ich will kosmisch sein, um für den Universum. Danke dir, wo das war. Wie gesagt, es war ein christliches Land, genauso wie Albanien, Bosnien. Das war Kolonien. Das war nicht ein Land von Christen. Sonst wären das auch immer Christen. Jetzt ist es ein muslimisches Land. Vor 2000 Jahren war es auch ein anderes Land. Warum soll man das akzeptieren? Ich meine, ihr sagt, so Muslime sind so, so oder so schlecht. Die sind Mörder, die wollen Kinder vergewaltigen oder die wollen Babys vergewaltigen und so Sachen. Warum akzeptieren wir das? Ja, aber ihr sagt, so übertrieben, dass die Muslime wären, Digga, als wenn wir dich schimpfen. Das sagen noch nie, das sagt, das sagt, das sagt, eure Bücher. Das sagt, eure Bücher, ich habe das noch nie gelesen. Ich habe gerade so, so, hört ihr mich, Freunde, oder nicht? Hörst du mich, Babo? Ja, ja, man hört dich, Babo, 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 warte mal, ich will mich verabschieden. Eine Sekunde, Bruder, bei Kurde höre ich mich zurück, bei Kurde höre ich mich zurück, deswegen habe ich ihn gestohnt. Ich entschuldige mich, Kurde, nur weil wir uns bei dir, du hast Eko. Wie gesagt, warum wir das machen, weil als ISIS kam, der hat die ganzen Gesetze aus dem Koran rausgeholt und dann für Leute versklavt, Kinder geheiratet, kleine Kinder verkauft in den Märkten. Es gibt doch Videos. Woher haben sie das bekommen? Deswegen kämpfen wir hier. Deswegen. Und keiner hat gesagt, dass sie Kuffar sind. Nicht mal Al-Azhar. Gerade die ISIS finanziert. Warte, nicht mal Al-Azhar, egal, die Ideologie hier. Aber Al-Baghdadi hat die. Al-Azhar ist die größte Universität von Islam in Ägypten. Wir haben die gefragt, wie ist Kuffar? Bruder, ich höre mich zurück, weil ich hier bitte, bitte, Kuffar hat Al-Azhar gesagt, nein, das sind keine Kuffar. Wir dürfen sie nicht als Kuffar nennen. Sogar Al-Azhar, das ist die größte Universität von Muslimen. Da werden die Doktorat bekommen von Islam. Da wird Islam studiert. Das kann doch nicht sein. Wenn sie nicht mal sagen können, dass sie Kuffar waren, wie kann niemand anderen sagen, das hat mit Islam nichts zu tun. Die haben genau das, was Mohammed gemacht hat, als hätten sie den Koran genommen und uns einen Film gedreht. Und dann wurde uns erst mal klar, was das für eine bescheuerte Religion ist. Alle Leute waren schockiert, aber das ist ja leider die Wahrheit. Sokan Nihessa, Sklavenmarkt, da haben die auch gemacht und Leute verkauft da. Kleine Kinder wurden zehnmal gekauft. Christliche Frauen, Kinder. Wir sieben, die Armen, ja. Bruder, Babo, ich will mich nur kurz verabschieden. Danke, Gottes Kind. Gottes Segen, Babo, die auch noch guten Stream und danke für eure Arbeit. Gott segne und schütze euch dabei. Und alle im Chat auch, Gottes Segen. Ich muss da arbeiten. Danke für die gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke, Frau Bibi. Noch einen erfolgreichen Stream und bis bald. Ciao. Danke, Fabi. Ciao, ciao. Danke, Frau Bibi. Um auf deine Frage zurückzukommen, Kurdu, warum es in den Ländern Kirchen gibt, weil diese Länder früher christlich waren und sie islamisiert wurden, genauso wie in den Nahosten viele Länder und in Albanien und in Bosnien. wurden viele durch das Osmanische Reich damals islamisiert, zwangislamisiert. Deshalb stehen in den vielen Ländern Kirchen, aber später wurden sie islamisiert und oder vertrieben. Und das ist die ganz einfache Antwort auf deine Frage, warum es heute noch Kirchen steht. Die Kirchen wurden nicht vor... Nein, das war nicht meine Frage im Fall. Meine Frage war, also wir sind jetzt muslimische Land, oder? Warum akzeptieren wir das denn noch? Es waren früher Christen, wie du sagst, oder? Genau, weil da die Scharia... Das wollen wir doch alle verbrennen, oder? Warum haben wir das schon lange nicht gemacht, oder? Herrscht doch die Scharia in Irak. Was ist Scharia? Scharia, Scharia. Nein, ich kenne es nicht. Aber es gibt viele im Slemanis, ich komme aus Slemanis, kurdische Gebiet, da gibt es viele Kirchen. Ja, schon klar. Ich wollte nur fragen, ob in Irak die Scharia... Ja, es kann sein, dass man ab und zu christlicher Meinung verbrennt, oder die Hass, oder? Aber jetzt ist man offen mit dem. Es gibt sogar Juden im Kurdistan. Weißt du, was ich meine? Das war ja nicht meine Frage. Meine Frage war, ob in Irak momentan die Scharia herrscht. Ich weiß nicht, ich kann kein Arabisch. Kannst du mir auf Deutsch sagen? Hast du gesagt, dass Islam nicht gehört? Scharia. 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 Heißt du die Scharia? Nein, nicht bei allen. Nur bei den Dummköpfigen. Weißt du, was das Scharia ist? Ja, das heißt Familie, also die Großfamilie, Scharia. Nein, die Scharia. Bei uns Kurde, also auf Arabisch, heißt es Scharia, das heißt, dein Großvater und Großurenkel und so. Nein, guck mal. ist das Islamische Gesetz. Das Islamische Gesetz. Hat nichts mit Islam aufzunehmen. Also hat Iran und Afghanistan herrscht dort nicht die Scharia? Habt ihr nicht in Iran die Scharia-Polizei, die kontrollieren, ob die Frauen kommen? Nein, nein, das sind die Extremisten, die sind von Iranern. Das sind die Schia-Milizen. Die hassen wir über alles. Wir sind nicht alle gleich, verstehst du? Warten wir mal ganz kurz. Die sind ganz anders als wir. Kennst du die Momolen von den Christen oder wie die heißen? Wer sind nicht? Es gibt Momolen, also es gibt Katholiken und Christen und Momolen oder wie die heißen. Die sehen wie? Die Momolen. Die heißen Momolen. Alles gut. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die waren auch extremistisch, glaube ich. Pass auf, pass auf. Was ist mit, was ist mit Afghanistan? Was ist passiert? Wer ist gerade an die Macht? Die Amerika hat verschießen, Digga. Wer ist gerade an die Macht? Die Taliban, Digga. Die Taliban, aber es gibt auch eigentlich afghanische Armee, oder? Ja, aber die Taliban ist doch die Armee an die Macht, oder? Ja, die Taliban habe ich gehört. Heißt doch die Scharia. Ich weiß es nicht im Fall, ich war nicht dort. Und in Iran aber es kann sein, es kann sein, dass sie, die, die Schiiten, oder? Nein, das kann es dann nicht. Nee? Nee. Wer steht, diesen Nachbarn von Iran? Ich will es dir gar nicht. Wir sind nachbarn von Iran, diesen Schiiten, und um die herrscher, war auch viel Kraft. Und das hat sich eine bis zum Handel zu tun, das hat macht man mit dem, dass hat viel damit zu tun, weil es ein einziger Land war. Die Scharia ist das Islamische Gesetz, weil das in Irak nicht herrscht. Ja, wir haben sie zu. Also ja, dort herrscht die Scharia nicht, deswegen könnt ihr nicht einfach so die Kirchen oder die Menschen dort töten oder verbrennen, TikTok-sportlich. Und das Irak, also das heutige Irak, das ehemalige Mesopotamien, Babylon, war früher christlich, so wie viele andere Länder in dem Nahe Osten. Nur wurden sie zwang-islamisiert, durch den Osmanischen Reich oder wie der Völkermord 1915. Viele Länder wurden zwang-islamisiert. Und deshalb, weil jetzt momentan die Scharia dort nicht herrscht, können sie nichts machen. Lieber Kurdo. Ja, also, du meinst so, weil es dort herrscht, das sind keine Scharia, die ist das nur so. Guck mal, im Iran oder in Afghanistan kannst du dein Glauben nicht praktizieren. Aber warum zum Beispiel in allen anderen Ländern auch? Zum Beispiel der Iran ist voll dagegen, ich weiß. Afghanistan genauso, weil dort die Scharia ist das Islamische Gesetz. Okay, da sind zwei muslimische Länder, es gibt viel, viel mehr Länder. Warum akzeptieren die das? Ägypten, in Syrien, im Libanon, im Irak? Ja, weil diese Länder sehr christlich sind. In Tunesien, in Algerien. Nein, wegen Menschenrechten. Du hast nur einen Ton. Sorry, du hast einen Ton. Wegen rechten Menschen, die wurden doch gezwungen. Saudi-Arabien hat die Sklaverei bis 1964, bis Amerika sie ausgeschlossen hat aus den Welthandeln, bis sie sie unter Druck gesetzt haben. Und dann erst haben die die Sklaverei verboten vor 60 Jahren, Mann. Das gab es schon ja überall bei uns in Marokko auch bis 1926. Dann wurden die Sklavenmärkte durch Frankreich verboten. Ägypten gab es Sklavenmärkte bis 1948, wurde von den Engländern verboten. Genauso. Die haben uns gezwungen, die Menschenrechte zu unterschreiben. Sonst geben die uns keine Hilfe und werden mit uns keinen Handel treiben. Wir müssten, aber nur als Bild, in Wirklichkeit sind die Gesetze immer noch da. Wir machen nach Islamischen nur halt nicht so hart. Verstehst du? Aber die Gesetze sind noch immer da, das hast du richtig gesagt, bei der Deutschen, bei der deutschen Behörde, bei der deutschen Regierung. Die müssen sich alles hinknien, was die USA sagt, weil die von denen gezwungen sind, vor dem Gelder. Verstehst du? Nein, in Deutschland... In Deutschland waren keine Sklavenmärkte. In Deutschland war keine Sklavenmärkte. In Deutschland herrscht das Grundgesetzbuch, was euch einfach nicht erlaubt, die Scharia auszuüben. Aber sobald ihr Muslime in Mehrzahl seid, wollt ihr die Scharia rausrufen. Und es gibt genug Beweise dafür. Also meint ihr in Deutschland, dass wir das verüben, dass wir die Deutschen abschlachten, oder wie? Wenn wir mehr werden, die Deutschen schlachten. Ja, das ist eben die Scharia. Aber was denkst du, wer ist daran schuld, dass Ausländer bei euch sind, die Muslimen? Wer ist daran schuld? Ihr Deutschen selber, eure Regierung, ihr Deutschen selber, warum? Weil ihr selber das System gewählt habt. Ich bin auch selber gegen Ausländer in eurem Land, oder in meinem Land, in der Schweiz. Warum? Weil die das Land zerficken, Mann. Nein, nein, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass ihr Muslimen in eurer Heimat Krieg anstiftet, dass die Menschen von dort nennen möchten müssen. Was heißt Krieg? Wer hat Krieg angestiftet, Digga? Saddam Hussein war der korrekten Sieg. Die USA ist gekommen, hat die Frauen vergewaltigt, hat Tausende erschossen. Oje, oje, was hat Saddam Hussein gemacht? Er hat sein eigenes Volk bombardiert mit chemischen Waffen, Mann. Was sagst du da? Saddam Hussein hat seine eigenen Leute mit chemischen Waffen bombardiert. Danach hat er Kuwait kolonialisiert und dann hat er die ganzen Ölraffinerie in Brand gesetzt. Es war eine Katastrophe. Dann hat Saudi-Arabien und Katar und Emirat Amerika angerufen. Er hat gesagt, hilf uns, hilf uns bitte, der wird uns auch befallen. Dann musste Amerika halt Saddam stoppen, weil er am Muslimen töten war. Der hat sein ganzes Volk mit chemischen Waffen bombardiert, Mann. Und der hat Kuwait kolonialisiert. Der hat sein arabisches, sunnitisches Nachbarland kolonialisiert. Der hat den König weggenommen und der wollte das Land nehmen. Dann hatten alle andere arabische Länder Angst und haben dann Amerika gerufen um Hilfe. Ich verstehe nicht, warum da gibt es jetzt Amerika die Schuld. Der war doch der Tyrann, nicht Amerika. Der hat doch Kuwait kolonialisiert, nicht Amerika. Der hat dann die ganzen Ölfelder in Brand gesetzt. Eine ökologische Katastrophe kam danach. Die ganzen Meere waren voll, Öl. Die Ölfelder haben wochenlang gebrannt. Die konnten es gar nicht kontrollieren. Das, was Saddam Hussein gemacht hat, ist bescheuert. Der hat mit chemischen Waffen sein eigenes Land bombardiert. Der hat Nordirak-Bombadern und ich komme aus Nordirak-Bombadern. Ja, aber, Hallihallo, darf ich zu Wort kommen? Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Machst du mich, die ganze Zeit die Gestrasse da aus, Mann. Entschuldigung. Warum über die Vergangenheit, was Saddam Hussein gemacht hat oder angestellt hat, das war ja schon vor 20 Jahren. Saddam Hussein ist ja schon längst gestorben. Irak ist ja schon längst verschwunden. Es geht jetzt im Moment um das Problem, wenn wir jetzt dieses Thema hochbringen. Es geht ja jetzt im Moment um Gaza und Israel oder Palästina und Israel. Nein, es geht um das nicht, glaube mir. Warte ganz kurz, du hast gesagt, Irak ist... Es geht um Muslimen und Christen eigentlich, aber... Nein. Nein, nein, guck mal hier. Politisch, religiös, lass mich nur zu Ende reden. Darf ich nur meinen Gedanken zu Ende bringen? Nein. Also politisch, politisch geht es jetzt im Moment um Palästina und die Israel. Religiös, was die Religion angeht, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, ob das Judentum, Islam oder Christentum. Es interessiert auch die meisten Politiker gar nicht. Es geht eigentlich nur um die Wirtschaft, es geht nur um die Macht und es geht nicht um die Religion. Und die Religion werden eigentlich genutzt. Mir tun die Juden leid, genauso wie die Christen leid, genauso wie die Muslimen leid. Letztendlich sterben nur Menschen. Es geht um wirtschaftliche Interessen. Und der Nahost ist eine reiche Ecke, das wissen wir ja alle, das machen wir ja jetzt nicht enorm reich an Bodenschätze. Und da muss ja eine Macht, und diese Macht muss ja von oben kommen. Und menschlich, also jetzt nicht göttlich. Wenn es göttlich wäre, dann wären wir uns alle einig. Motiviert ganz kurz. Kennst du Babu? Nee. Weißt du, was der Sinn und Zweck seines Leifes ist? Nee. Es geht hier nicht um den Nahostkrieg, es geht nicht um den Gaza-Palästina-Konflikt, sondern es geht darum, dass Babu ein Ex-Muslim ist und er aufklären möchte. Hier geht es um seinen Stream, einfach Islam-Aufklärung. Und wo du sagst, dass der Nahosten reiche Land war oder dies und jenes, der Islam ist selber dran schuld. Wenn es in den Büchern geschrieben steht, das zu tun, was in den Büchern ist, dann sind sie selber dran schuld, ihre eigene Länder zu zerstören. Entschuldigung. Ja, außerdem, sei mir, sei mir, sei mir, sei mir, noch mal, noch mal, noch mal. Kleine mich auf, kleine mich auf, jetzt. Ein Wort, bitte, du hast gesagt, das ist eine reiche Ecke mit Öl und dies und das. Aber es gibt nur nicht nur dort. Öl und so gibt es in Norwegen, in Schweden, es gibt es im Meer, in Alaska, es gibt es überall. Warum gibt es da keine Kriege? Weil es christliche Länder sind. Ja, dann, dann, ja, also, das ist eine interessante Frage. Stell dir die Frage. Warum nicht? Weil es christliche Länder sind. Weil es nicht verschiedene Religionen da entstehen, weil es nur Christen da sind, weil es nicht verschiedene Religionen entstehen. Das ist ja dort in der Ecke. Die Christen mit den Moslemen kommen ja klar und da kommen noch die Juden noch im Spiel und du darfst auch die Juden nicht unterschätzen. Die spielen eine große Rolle auf dieser Erde. Wir haben auch Juden in Marokko, wir haben auch Phosphor. Wir sind die erste Länder, die Phosphat hat, 75 Prozent von dem Weltphosphor gibt es in Marokko. Und wir haben Juden da, trotzdem keine Probleme, keine Kriege. Ja, gut. Ja, ich habe auch gesehen, dass die in Jerusalem, die in die auch gar nicht Juden, das sind die Juden, die eigentlich von Europa als Hitler in der Macht war und die ausgewandert sind und die haben da Schutz gesucht, weil komplett Europa, auch Spanien, Italien oder brauchen wir gar nicht über Deutschland zu sprechen, die haben ja dort Schutz gesucht und die haben dort Schutz gefunden, die marokkanischen Juden. Nein, Bruder, die Juden gibt es in Marokko seit 2400 Jahren. Ihre Gräbe, von deren Vorfahren sind bei uns, die haben sich gemischt. Vor der Islamankunft nach Marokko waren Juden da. Man sagt sogar, dass die Juden, die Moses nicht folgen wollten, durch den Meer oder was auch immer, sich entschieden haben in Richtung Marokko. Gebe ich dir vollkommen recht, weil die Juden waren ja überall verteilt. Guck mal, vor dem Zweiten Weltkrieg, oder vor dem Zweiten Weltkrieg, waren in Marokko 300.000 Juden. Als Hitler sie angreifen wollte, hat der König gesagt, das sind meine Volk, das sind Marokkaner. Das habe ich ja gerade auch gesagt. Aber du sagst, die sind vom Zweiten Weltkrieg abgehauen. Nein, die waren schon da vor dem Zweiten Weltkrieg in Marokko, 300.000. Nein, die waren ja da, aber viele sind noch dazu gekommen, die dort Schutz gesucht haben. Die sprechen doch alle marokkanisch, Bruder. Die sind doch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel gegangen und die sprechen alle marokkanisch, die feiern die marokkanische Feste, die kochen marokkanisch. Es gibt ein Millionen marokkanische Juden. Ja, ja, du bist ja auch Marokkaner und du sprichst ja auch hier vorgerinntes Deutsch und du kennst dich ja auch mit der deutschen Kultur aus. Also du brauchst ja nur 20 Jahre in einem Wein zu leben. Nein, nein, nein. Aber ich feiere keine Weihnachten, keine Himmelfahrt. Ich feiere diese Sachen nicht, obwohl ich hier wohne. Nein, die feiern Memona. Das ist eine marokkanische jüdische Fest. Christoph könnte uns vielleicht dazu was sagen. Es gibt ein marokkanisches jüdisches Fest. Der einzige Fest Memona gibt es nicht bei den Juden. Es gibt nur bei den Marokkanern. Das ist nach dem Pissach oder wie heißt das? Die sieben Tage kommen die Marokkaner zu deren Nachbarn, den Juden bringen Essen, Obst und so, Früchte und so Sachen und die feiern mit denen. Dieser Eid, dieser Feiertag, entstand nicht in 10 oder 20 Jahren, das entstand in Jahrhunderten mit den Marokkanern zusammen. Das kannst du mir jetzt eben sagen. Was du meinst, Bruder? Folgen Sie die Unglaubliche, wo du immer die Funde... Ja, das hat sich ja durch Marokko... Also zu Marokko muss ich mir jetzt was dazu... Und Sie haben eben etwas erwähnt, Alaska... Weil Marokko wird ja nicht zum Osmanischen Reich besetzt. Nein, nein, das Osmanische Reich kam gar nicht bei uns, Bruder. Was ist jetzt so? Das Osmanische Reich war noch nie Marokko. Das sage ich doch. Das sage ich doch. Ich sage, dass die... Oh Mann, du hörst mir gar nicht so. 1500 Jahre Zeit Islam gibt es, gibt es in Syrien, Irak, Damaskus, über alle Kriege, Schlachten. Folge die Unglaublichen und tötet die Funde, die du sie immer findest. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, das ist nicht Schuld von einem Präsidenten oder von einem jemaligen Saddam Hussein. Das ist Schuld von dieser Religion. Wenn niemand damit nicht gut aussieht, soll einfach genau lesen, was da steht. Wir können gerne über die Vergangenheit reden und erzählen, was... Das Problem ist, dass viele an diese Religion glauben noch und die geben das weiter. Das hat mit Vergangenheit nichts zu tun, das Wort. Ja, und es wird immer weiter geben. Solange gibt es dieses Buch, es wird immer Krieg geben, weil in diesem Buch steht so viele Sachen... Welches Buch? Welches Buch? Wenn ich jetzt sagen... Boko Ha... Ich glaube, das Beste so, damit wir alle hören. Carlo, du bist dran. Okay, was geht's? Ja, ja, ich wollte nur sagen, das Wort, das Buch Allahs hat kein... Keine Zeit, also es geht nicht um die Vergangenheit, absolut nicht. Das Wort ist ewig, wie sie sagen, also müssen sie sich auch dran halten. Jetzt warum... Weil ich weiß nicht, warum er rausgegangen ist. Da kannst du mich bestätigen, lieber Babu. Das, was im Koran steht, wird bis heute noch ausgeübt. Ja, richtig. Ja, die Freude hat auch gesagt, ja. Das ist ausgeübt und es hat keine Grenzen und ist... Zeitlos und jederzeit anwendbar, sobald sie in Oberhand sind. Und wir sind Kuffars für sie, wir sind die Ungläubigen. Wir glauben nicht an den Propheten, den sie gesandt hatten. Und die sagen ganz genau, die erklären ganz genau, wer die Ungläubige sind. Die Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind wir Christen mit gemeint. Und Uzaira, der Sohn von den Juden, von Israel, das sind damit die Juden gemeint. Und jeder, der nicht deren Religion oder Ideologie folgt, der muss bestraft werden. Richtig, nein, Strafe nicht. Also alles Muslim, musst du alles Ungläubige töten. Wenn du sie getötet hast, dann bekommst du im Himmel 72 junge Frauen. Nein, nein, das ist das Juden. Ich mit bestraft meine ich, sie haben drei Möglichkeiten. Entweder sie fliehen von dem Land, sie tschalen Jizia, oder sie werden umgebracht. Auch diese drei Möglichkeiten haben die Christen. Aber die anderen... Jizia für Christen, ja. Aber die Juden bekommen keine Jizia. Und die Andersgläubigen wie Jesiden haben keine Möglichkeit. Töten die Juden auch? Oder die Juden dürfen auch Jesiden? Nur Muschilekin dürfen keine Jizia. Nur Muschilekin. Das sind Juden. Das sind die Jesiden oder Andersgläubige halt gemeint. Aber überall in jedem Land gibt es verschiedene Religionen. Aber gibt es keinen Krieg? Hab ich ja schon mal die Frage selber gestellt. Gibt es keinen Krieg? Nur da gibt es Krieg. Wenn du sagst, zum Beispiel Jihad, die sagen, nein, die sind nicht Muslim. Wenn du sagst, Poko Haram in Somalien, die sagen, die sind nicht Muslim. Hezbollah, die sagen, die sind Terroristen. Wer sind die Muslim eigentlich? Natürlich, Mohammed hat gesagt, wenn man im Hadith ist, wer stirbt, ohne den Dschihad gemacht zu haben. Und der wenigstens daran gedacht zu haben, stirbt als Munafiq. Richtig. Richtig, ja. Nur was ist mit Dschihad? Die sagen, die wollen uns mit Dschihad tun. Die Westen hat uns dies gemacht, das gemacht. Und das ist normal, das ist eine Reaktion. Amerika hat Dings, Vietnam bombardiert, hat Philippinen bombardiert, hat Japan bombardiert. Warum springt sich keiner in die Luft von diesen Leuten? Weil die die Ideologien nicht haben. Das war ein reines Krieg. Ja. Das war ein reines Krieg. In Vietnam haben sich so Panzerfäuste an die Hände gehebt. Und die haben sich selber bombardiert. Die Japaner, die haben sich selber bombardiert. Aber das war ein Krieg. Verstehst du, was ich meine? So, auch die Palästiniense, auch die Hamas, die sind keine Terroristen. Die brauchen einen Beschützer. Wenn die die ganze Zeit gefickt werden, das soll sie beschützen. Weißt du, was Japan gemacht hat? Japan hat Chinesen lebendig begraben, Mann. Was ist Japan gemacht? Wenn es irgendjemanden hier, der richtig Arabisch kennt, ist... Babo. Eskenlatet makken. Was bedeutet das? Eskenlatet makken, ja, ja. Ja, mach dich... Aufdruck, bitte. Eskenlatet makken. Ja, mach dich nett, bis du dann die Macht hast. Ja, ja. Weil nicht, bis da so Möglichkeit hast, dass du unglaublich... Das habe ich vorhin erwähnt, das habe ich vorhin erwähnt, sobald sie in der Mehrzahl sind... Taqiyah, Taqiyah. Taqiyah, genau. Und das ist das Problem, was ich auch noch sagen wollte, Babo, möge der Herr dich segnen. Ich bin jetzt erst mal raus. Und, Kurdo, dir empfehle ich, ein bisschen deinen Koran zu lesen. Und Geschichte. Verstehen, was die Scharia ist. Und Geschichte. Und dann die Geschichte, natürlich. Erstens, warte, Kurdo. Kurden sind keine Mosle. Das weiß ich auch, das sagst du mir, das sagst du mir, weil ich bin selber Kurde, ich weiß, dass ich kein Muslim war. Wir waren Jesiden, wir waren Feuerdiener von der Maya-Menschen. Wirst du damit einverstanden? Ganz, ganz früher. 5000 Jahre Geschichte. Nein, nein, nicht 5000 Jahre, da liegst du falsch, mein Freund. Islamische Geschichte ist 1500 Jahre. Ja, aber ich sage kurdische Geschichte 5000 Jahre, nicht islamische. 7000 Jahre, 7000 Jahre. Okay, sorry, 2000 obendrauf. Nenne 7000 noch was. Das ist die kurdische Geschichte. Auf jeden Fall, ich wünsche allen Gottes Segen, die alle oben sind und die in den Kommentaren. Allahs Segen mit dir. Gottes Segen. Ich will schlafen gehen, aber ich habe meine Frage, die wurde immer noch nicht beantwortet. Und mich würde das wirklich interessieren, Kurdo, wie stehst du dazu, wegen der Ehe zwischen Aisha und Mohammed? Also deine persönliche Meinung. Sie war 16, als sie geheiratet hat. Okay, schönen Abend. Danke gleich noch. Babu, wir hören uns, ja? Danke, Herr. Danke. Also, wenn sie ihn geheiratet hat, wie alt war sie? 16? Sechs Jahre. Sechs Jahre? Okay, ich habe euch erklärt, warum es so war eigentlich am Anfang schon. Ich habe euch gesagt, so frühere Menschen sind früher gestorben, darum hat man die Frauen früher zum Ehe genommen, oder? Mann, das ist wahr, habe ich auch gelesen. Das steht auch in alten Geschichte, könnt ihr auch in römischen Geschichten schauen, dass die Menschen bis 30 Jahre überlebten, weil die meisten starben an Krankheit oder am Krieg oder so. Ich weiß nicht, das habt ihr auch gesagt, das kann auch vorkommen, ich sage nicht alle Menschen, das passiert so, aber man hat das einfach genommen, die Menschen früher, die wollten auch den Eltern nicht belasten, darum hat man ihre Töchter genommen, weil sie fünf, sieben Töchter hatten, verstehst du? Also, man spricht immer darüber, dass die Pubertät so früher quasi irgendjemand ist laut. Also, kurz und schmerzhaft, ich glaube, mein scheiß Mikrofon ist so, sorry. Ganz kurz bitte, kurz und schmerzhaft, ich kenne mich mit islamischer Religion sehr gut aus und es tut mir leid für islamische Menschen, dass die sowas glauben. Ich habe nur Mitleid mit diesen Leuten, wirklich, weil das ist eine reine Katastrophe für so riesige Gefahr für diese Menschheit. Es muss normalerweise, muss abgeschafft werden, weil da so viele Schlachten drin sind, so viele Töten, so viel Vergewaltigung, alles ist drin, was du... Alter, erzähl doch keinen Scheiß, was haben die Kreuzritter gemacht, Millionen abgeschlachtet, was hat Hitler gemacht, was hat die USA gemacht, das waren Christen. Du kannst doch keinen Scheiß erzählen, man. Die Muslimen waren die friedlichste Volke, vor allem. Das war wo tausend die Jahre, die haben damit auch gehört. Hallo? Kann ich kurz was sagen? Die Friedlichste sind bis nach Spanien gegangen. Die Friedlichste... Eigentlich die... Wie heißt das? Was haben die in Marokko zu suchen? Was haben die in Nordafrika zu suchen, die Muslime aus Mekka? Warum haben sie denn Nordafrika kolonisiert? 80 Jahre hat der Krieg gedauert, Bruder. Ich höre mich wieder bei dir zurück aus Eko. Jede Religion ist ein bisschen schlimm, aber das war von tausend Jahren, Leute haben aufgehört, aber bei islamischer Religion läuft immer weiter und weiter und weiter. Hört nicht aus. Ja, Leute, die sind ein bisschen nach Nordafrika, nach Spanien angekommen. Was haben die da zu suchen, diese Leute? Angeblich Europa, alles Kufa. Unglaubliche. Warum kommen die hierhin überhaupt? Da ist doch Mekka, Mann. Es gab 580 Dschihad. Es gab 580 Dschihad. Das ist brutal viel. Aber gut, ich sage jetzt Folgendes. Menschen sind schlecht. Gott sagt ja, es gibt keinen einzigen, wo gut ist. Deshalb ist auch unsere Welt so, wie sie ist, Kurdo. Also ich meine... Ich möchte nur kurz zu der Frage, wo Kurdo gesagt hat, früher waren sie jünger. Aisha selber war ja 65. Also kann es nicht stimmen, dass sie früher weniger gelebt haben. Was steht im Koran eigentlich, wie alt Adam war? Ich habe dir gesagt, es kann sein, dass Menschen ein paar älter geworden sind. Es ist kein Prochal, dass alle Menschen müssen 20 sein und dann sterben die. Ich sage früher, als schwierige Zeit, da musst du meine Worte verstehen. Ja, ich habe dich schon verstanden. Ich sage Ihnen eine Sache, bitte. Guck mal, alle Freunde von Mohamed haben lange gelebt. Alle Leute, die mit ihm gelebt haben, haben 100, 120 Jahre. Sogar Abraham selbst hat den Kaira gebaut, als er 120 Jahre alt war. Und außerdem, die sagten, das war normal damals. Ich lasse dich, Schwester, weiter. Nee, ich will nur eine Sache nicht vergessen. Die sagten, das war normal damals. Okay, Adoption war damals auch normal. Warum hat er es verboten? Das ist die schönste Sache. Warum hat er Adoption verboten? Das war auch normal. Schweinefleisch war auch normal. Warum hat er es verboten? Alkohol war auch normal. Warum hat er es verboten? Abraham hat eine Adoption so. Habibi, eine Sekunde. Warum hat er Alkohol verboten und nicht Sklaverei und nicht Kinderheirat? Auch wenn es normal ist, aber der hat es verboten. Und das ist nicht mal so schlimm wie Kinderheirat. Also warum soll ein Allah, ein Allwissender, alles verbieten, was gar nicht gefährlich ist? Und alles, was gefährlich ist, doch erlauben und legalisieren und für ihn doch Gesetze machen, damit es für immer bleibt. Sklaverei wird für immer bleiben, weil es da steht. Kindesheirat wird für immer da bleiben, weil es steht. Aber der hat Adoption verboten. Was ist schlimmer, Mann? Adoption oder Kindesheirat? Das ist doch keine, das ist doch eine gestörte Moral, eine gestörte Ethik. Genau. Bitte schön, ich kümmer mich hier. Und Kurdo, also wie gesagt, diese Erklärung hat nicht viel Sinn. Aber meine Frage ist, wenn dir Allah das gesagt hätte, dass du eine Sechsjährige heiratest, was würdest du tun? Ich würde es machen. Bitte was? Ich würde es machen. Wenn Gott kein Allah ist oder kein Dajjal vor mir wäre, wenn Gott mir selber sagen würde. Ich würde nie erwarten, so eine Antwort, Mann. Wenn Gott dir selber sagt, für was bist du gläubig, Digga? Für was bist du gläubig? Wenn Gott dir selber sagt, du machst das, dann machst du das. Aber das ist doch ein Kind, du. Was sind Kinder? Früher waren die Europäer, die haben alle vergeworfen. Genau, du würdest sowas Perverses tun und stellst nicht einmal die Frage, wenn Gott mir selber sagen würde, würde es pervers sein. Würde Gott keine große Gedanken haben. Warte, warte. Ist das für dich moralisch korrekt, dass du sowas tust? Nein, ist es nicht. Absolut. Genau. Dann frage ich mich, ich weiß nicht, hört ihr mich noch? Ja, ja. Ich habe diese gemacht, damit wir alle hören. Ich habe das Problem mit dem Mikrofon. Die hören immer bei dir die Stimme. Aha, okay. Und dann kommt gleich kurz, wie du was willst, dann bist du gleich dran. Okay, weil dann frage ich mich, wenn du selbst sagst, es ist moralisch nicht korrekt, wieso kannst du dann behaupten, dass Allah ein heiliger Gott ist? Das ist doch pervers. Und ich frage dich, willst du mit so einem Gott die Ewigkeit verbringen? Weil im Himmel wird das dann auch so ablaufen. Auch im Himmel werden Kinder, ja, wie soll ich das nennen? Ich kann das nicht mal über meinen Mund bringen. Also mein Herz zerreißt sich da. Also ich kann bei Gott nicht verstehen, dass du sagst, du würdest das machen. Und im anderen Atemzug sagst du, du findest es moralisch nicht korrekt. Aber wenn Allah das sagt, stell doch mal diesen Allah wirklich in Frage. Ich denke, ich habe absolut nichts gegen Muslime, absolut gar nichts. Ich liebe alle Menschen. Es ist egal, welche Religion, woher sie kommen. Ich sehe sie wirklich alle als Gottes Schöpfung an. Aber dass du sagst, du würdest es tun, wenn er dir das sagt, boah, das bricht mir das Herz. Wirklich. Was macht er denn? Was macht er mit euch allen, dass ihr das wirklich so, wirklich auf der Zunge zergehen lasst? Ich kann es bei Gott nicht verstehen. Es tut mir echt leid. Okay, ich weiß nicht, soll ich weitermachen? Ja. Ich gebe es tun. Ja, auch hier, das zu Recht, ja. Du sollst erst mal gucken, ob diesen Allah wirklich gibt, ob er wirklich mit Mohammed gesprochen hat, ob wirklich da was ist. Und da ist kein Beweis, dass du da einfach folgst. Ohne Beweise ist schon gefährlich. Du würdest einen kriminellen Akt begehen, ohne sicher zu sein, ob dieser Allah überhaupt gibt oder existiert. Du würdest ein Kind schänden, ohne zu wissen, ob einen Allah wirklich gibt und das gesagt hat. Du würdest Menschen versklaven, nur weil ein Buch er sagt, obwohl du gar keinen Beweis hast, dass dieser Buch von irgendeinem Gott kommt, Mann. Er sagt ja, es ist moralisch unkorrekt und trotzdem würde er das tun. Deshalb sage ich, was macht dieser Allah mit euch? Bitte, Leute, nehmt Vernunft an. Stell dir das bildlich vor. Es ist ein kleines Mädchen. Wenn ich das so aussprechen muss, Ihre Vagina ist ja nicht mal bereit für einen sexuellen Akt. Das ist grauenhaft. Solche Kinder werden auch geschändet. Also der Körper kann ja auch verletzt werden. Bitte überlegt euch wirklich, wem ihr da folgt. Also, was ist dran so falsch? Wenn ich weiß, Gott hat mir das gesagt, ich habe gesagt, wenn ich weiß, dass Gott selber ist, der mir das gesagt hat, und ich weiß, dass er gesagt hat, du wirst einen heiligen Prophet erschaffen mit dir. Verstehst du? Für was leben wir dann? Für was lebst du für deinen Gott denn? Wenn der Gott dir etwas sagt, wenn du es nicht machst, bist du nicht ungläubig? Okay, du hast noch zweieinhalb Minuten fast. Du hast noch zwei Minuten, Bruder. Kurdo. Ja, ich wollte sie nur was fragen, weil sie mich so aussieht, als wäre ich der unmoralischste Mensch. So, weil ich das gesagt habe, Digga. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob du einem auf die Einstieg hast. Einmal meine Menschen? Was meinst du? Ein gesunde Mensch würde keinen Wurf bekommen, auf einem Kind würde kein Wurf erregt. Der wird gar nicht schaffen, mit einem Kind zu schlafen, außer dem Entschuldigung. Wenn du weißt, dass Gott dir selber sagt, und du ein heiliger Mensch erschaffst. Also, wenn ich ein heiliger Mensch, wir werden hier zum Kinder heiraten, ich habe Kinder heiraten, die nicht die heilige Menschen beschäftigt. Für mich wäre das so okay, sonst nicht. Verstehst du? Wie willst du ein Kind schaffen mit einem Kind, das noch in ihrer Tage gar nicht hat? Wie soll sie schwanger werden? Ihre Gebärmutter ist gar nicht zu Ende Entschuldigung. Wenn selber Gott das sagt, verstehst du, dann hat er doch einen Plan, dann kannst du nicht drüber reden, oder ich? Ja, aber... Ja, aber auch... Das ist wahrscheinlich der... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Und der weiß, dass Kinder auch gerade nicht... dass ihre knochen noch nicht aufgewachsen ist um einen künft getragen dass sie nicht nur so nicht schwanger werden können ist das alles ist nicht oder nicht ich habe dich nicht so gut gehört sorry keine ahnung du hast da jemanden wo sehr gut sich mit glauben kennt das weißt du auch trotzdem rausgekriegt ja das war der einzige wurde ich fertig gemacht hat der hoffnung der hoffnung er hat ein paar falsche worte gesagt kann sein ja weil er wütend war konnte ich antworten nein das konntest du nicht aber zum thema adaption warum verbietet ist der prophet hat ein kind adaptiert und hat irgendwann geheiratet das kind und er hat seine frau bei wäsche gesehen seine also füße bis bisschen höher so zu sagen bis rock und er hat der ist geil geworden der hat das kind nach jihad geschickt al mujahidin damit er seine frau nimmt und er hat genau das gemacht und danach hat der bräut und hatte also kind adaptieren verbieten verboten hat also quasi der hat frau von seinem sohn genommen aber die und hat ihn mit seiner erzieherin geheiratet die 70 jahre alt war und der war 18 der sohn richtig ja er hat also frau von seinem adaptierten sohn genommen ja das ist das und das herr er hat gesagt weil gott sagt dass er mit 60 mädchen heiraten so dass so ein kind das ist eine wahres gesicht ist islamische wahres gesicht meist ist die geben nicht zu aber wenigstens hat diese junge zugegeben jetzt seht ihr was von eine gefahr ist dieser buch und dieser religion ist jede religion war mal früher irgendwo bisschen schlimm aber nicht sowas und die leute haben gesagt wir machen das ab brauchen wir keine religion hat das probleme bei islam die folgen immer weiter schau mal über alle in ganze welt 1500 jahre zeit gibt es islam gibt es über alle krieg auch gegenseitig die kommen nicht klar mit menschen wir haben keine einverstanden kein respekt die frauen wir haben überhaupt keine rechte in islamische religion überhaupt versklavt vergewaltigt das ist und noch schlimmer aber meine da meine sprache nicht so perfekt ist kann ich nicht alles übersetzen zum kurzen ist diese buch wie kann man sowas glauben also wenn meine glauben werde ich hätte schon lang das buch in mulai mal geschmissen dann für 1500 jahre jemandem verrückt sowas gemacht dann muss ich auch nicht machen die nehmen uns kuffar wir sind von diesen leuten abgehauen nach europa 4000 kilometer um hier vernünftig zu leben und die kommen hier hin und die machen tarot scheiße hier auch also ich finde islam gehört nicht zum europa alle gemeint und zum thema israel die haben israel angegriffen und die haben gefeiert und schuldige selebisten getötet so danke bruder danke abdurrahman du hast jetzt die chance zu sprechen ich entschuldige mich du konntest nicht reden bitteschön alles gut über was soll ich also was soll ich sagen zu welchem thema ja die reden gerade ja er hat gesagt er würde ein kind heiraten weil es in seinem buch sagt ach so über eischa und so die thematik also ja wenn du das so was zu sagen hast ja also man muss natürlich schauen ob eischa ob sie wirklich die pubertät erreicht hat oder nicht ich bin der meinung dass sie nicht die pubertät erreicht hat weil wir hadise finden wo sie zum beispiel mit puppen gespielt hat oder zum beispiel finden wir aussagen von bestimmten gelehrten wo sie in der schlacht und habe da war sie 14 jahre alt oder kurz bevor sie 14 war wird da gesagt dass sie ihre pubertät bekommen hat also das ist jetzt eine meinung von gelehrten das ist jetzt nicht der konsens aber es gibt glaube ich der größte teil der gelehrten ist der meinung dass sie in der schlacht von heber also wo sie anfang 14 war ihre pubertät bekommen hat und das würde bedeuten dass mohammed schlecht verkehrt mit einem vorpuppertierenden mädchen hatte aber ja also es ist ganz klar dass für mich ist es sehr offensichtlich dass muhammed kein besandter gottes ist ja also er ist auf keinen fall ein prophet dank im koran ist für jeden erlaubt jetzt abgesehen abgesehen von ich meine es gibt genug anzeichen 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 dass der prophet also muhammed kein wahrer prophet von gott gesandt ist er hat sehr viele falsche prophezeiungen und auch der koran hat sehr viele historische fehler unter anderem der größte fehlermeinung meiner meinung nach ist dass sie die kreuzigung ablehnen was ein historischer fakt ist und es gibt noch so viele historische fehler aber auf jeden fall ja katastrophe was soll ich sagen okay er ist weg glaube ich ich habe ihn nicht weggemacht freunde die sagen der typ hat mich fertig gemacht der typ hat mich nur beleidigt ich weiß nicht ob das auch als argument zählt ich durfte nicht reden wir haben hier die aufnahme der hat seine sachen gesagt die stimmen als ich antworten wollte und er gemerkt hat dass ich ahnung habe angefangen zu beleidigen wollte mich nicht reden lassen ich hatte so geduld mit dem habe ihn gebetet so lange die freunde waren da alle haben alle mitbekommen der was trotzdem schön am ende hat mich beleidigt auf übelste art und der wollte auch meine antwort nicht hören ich habe das gefragt lass mich ja du hast angst ich sage wieso soll ich angst haben wenn ich dir meine antwort gerade geben will wenn du es zuhörst dann wirst du sehen warum soll ich angst haben ich habe die quellen nie dann hat er angefangen zu beleidigen und dann habe ich ihn dann runtergeschickt weil ich konnte nicht reden und dann habe ich dann ich habe ihn runtergeschickt und habe dann meine ganzen argumente gezeigt hat er in kamera und mit den ganzen hadithen mit den nummern alles sahih dann in das gegenteil bewiesen also wenn das ist das warum wir jetzt heute reden weil ihr seht die sagen nein wie das sind keine richtige muslime aber wenn er sieht dass er in seinem buch sagt du kannst kinder heiraten sagt er mache ich es auch und das ist was die liber Americans jetzt macht wenn wenn der sieht dass der jihad ein fahrd kfee ist wenn das auch machen. Ja? Geh'had al-Talab oder Geh'had al-Abtidak. An-Tat-Lub al-Kafirafi-Uqridareh. Dass du die Leute in deinem Zuhause angreifst. Ja? 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 Jetzt erst hat das angefangen. Und bis am Ende der Welt werde ein Volk, dem anderen Volk Nackentherapie machen. Und so Sachen. Es gibt keinen Dings. Also wenn er sieht, dass diese Sachen wahr sind, wird er sie machen, weil er denkt, Gott sagt mir das. Das stellt mich infrage, dass es vielleicht diesen Allah gar nicht gibt. Also, erst mal, es gibt keinen Beweis. Wir haben keinen Beweis, dass Mohammed mit Allah gesprochen hat oder dass Mohammed mit Jibril gesprochen hat. Wir haben keinen Beweis. Der Koran sagt das selbst. Der Koran selbst sagt, weil die Leute von Quraish haben für Mohammed gesagt, ja, lass den Himmel doch auf uns fallen. Klappe die Erde auf uns, töte uns. Sag dein Allah, die soll ihm das machen. Dann hat Mohammed in den Koran geschrieben, danke Habibi Gotteskind. Dann hat Mohammed in den Koran geschrieben. Das, was uns davon abgehalten hat, unsere Wunder zu zeigen, oder zu vollbringen, ist, dass eure Vorfahren daran nicht geglaubt haben. Also eine Ausrede. In dem Koran, wie sehen Sie, dass die Leute ihn beleidigen? Keiner hat ihm geglaubt. Das sagt der Koran selbst, wie sie ihn genannt haben. Das heißt, er war kein ehrlicher Mensch und keiner hat ihm geglaubt. In 13 Jahren sind ihm nur 60 Leute gefolgt. In 13 Jahren 60 Leute gefolgt. Da sind nicht mal fünf Leute im Jahr mit den ganzen Wundern, mit Jibril, mit den Isra, mit den Himmelfahrten, mit den ganzen Sachen. Trotzdem nur 60. Und das waren nur die Armen. Das waren nur die Penner von dem Volk, der Koran selbst. In dem Koran steht das auch. Die sind gefolgt nur die Penner und die ganzen Armen. Deswegen, ich sollte erst mal gucken, ob es einen Beweis gibt, dass Mohammed überhaupt ein Prophet war oder nicht. Weil du kannst nicht sagen, ich nehme diesen Buch und ich mache alles, was da drin ist, ohne zu wissen, ob er von Allah kommt oder nicht. Genau, aber schau, Babu. Eine Fabrice hat jetzt zehn Jahre im Knast und machte auch eine Katastrophe, so ein Buch, wie er musste. Das genau war so. Er hat ein Buch gegründet, wie er das musste. Er hat immer das gemacht, wie er das musste. Alles für ihn war gut. Weißt du, für andere Leute gar nichts gut. Töten, schlachten, verquartigen, Kinder, alles Katastrophe, Mann. Ja, Schwester? Du hast ihm jetzt wirklich sehr viel erklärt. Und der eine, wo er reingekommen ist, Hoffnung. Und am Schluss, nach all dem, das ist echt mühsame Arbeit, was du machst. Echt. Weil du hast ihm so viel erklärt und vorgelesen, die Hadithe und die ganzen Suren aufgezählt. Er hätte sich das alles notieren können. Aber am Schluss hat er eigentlich gesagt... Ich gebe nicht zu. Ich habe mit solchen Leuten geredet. Das ist schlimm. Schau mal, am Schluss sagt er, du hast den Hoffnung da so quasi rausgenommen, weil er ja Ahnung hatte. Und das finde ich so ignorant. Ich nenne das wirklich ignorant. Und ich will noch was zum Abschluss sagen. Ich muss wirklich ins Bett. Aber ich höre das immer wieder, wenn ich Ihnen diese Frage stelle. Sie sagen, ja, Sie würden es tun. Also wir haben im Grunde genommen ganz viele potenzielle Pädophile unter uns. Und das erschreckt mich. Da kann doch Allach und tausend, eine Million Allachs kommen, der mir jetzt sagt, ich soll jetzt mit einem Jungen schlafen, der neun Jahre alt ist. Ich würde sagen, ich gehe in die Hölle und mache das nicht. Und Sie sagen aber, ja, Sie machen es. Ich habe keine Worte. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich jedes Mal entsetzt. Die können mit europäischen Kindern ja reden, weißt du. Aber mit jemandem, so wie uns, richtig Ahnung hast und Koran gelesen und ganz Ahadisse gelesen, die haben keine Chance. Die hauen ab. Die wollen nicht bestehen. Das ist das Problem. Ich würde Ihnen eine gute Nacht wünschen. Sie muss ja gehen. Ich wünsche dir gute Nacht. Ich will gehen. Ja, Christoph, er hat sich ja gar nicht ausgekannt. Und Babu hatte mir so viel gesagt, aber er will da gar nicht zu hören. Okay, danke euch, Leute. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Ich wünsche euch was in der Szene diskutieren. Ja. Eine Szene Diskussion. Alles klar. Alles gut. Ich wünsche euch was. Ciao. Danke euch. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Ja, also wie ich gesagt habe, das ist ein Identitätsproblem. Christoph, du kannst bleiben. Wir können uns noch unterhalten mit Abdurrahman auch. Das ist ein Identitätsproblem. Meine Meinung nach, als der Islam unsere Länder kolonisiert hat, hat er unsere Geschichte ausgelöscht, unsere Kultur, unsere Feiertage, alles. Und er hat uns nur den Islam gelassen. Und deswegen haben sie ja nur das als Identität. Wenn du den Islam wegnimmst, fühlen sie sich verloren. Als hätten sie keine Identität, weil die selbst keine Manieren haben, keine Moral. Der eine sagt, wenn ich nicht an Allah glaube, dann werden sie nicht glauben. Ich habe gesagt, ich glaube seit Jahren nicht mehr an Allah. Mir geht es gut. Meine Moral ist gut. Meine Ethik ist besser als Tausendmuslim. Mein Charakter ist besser als Tausendmuslim. Ich habe mich verbessert. Ich bin ein besserer Mensch geworden ohne den Islam. Wovon hast du Angst? Willst du unbedingt ein Sklave sein von irgendjemand? Kannst du nicht als freier Mensch leben? Musst du unbedingt eine Arbeit von Allah sein? Musst du unbedingt ein Sklave von Allah sein? Beziehungsweise von Quraysh, von den Arabern, weil ein Allah gibt es nicht. Das ist nur die Religion von Quraysh. Wenn du hörst, die Araber haben gesagt, den Koran musst du auf Arabisch lesen. Das Gebet musst du auf Arabisch lesen. Dann ist das die Religion von Arabern, nicht von Allah. Sorry. Und wir sehen von den Arabern und müssen den Arabern folgen. Wir haben keine... Babu, darf ich kurz was sagen dazu? Ja, klar, klar. Bitte. Ich war auch Muslim bis Ende Mai. Dann habe ich den Islam verlassen und ich war auch nur Muslim, weil ich habe schon richtig an den Islam glaubt und auch praktiziert, aber es war irgendwie immer so eine Angst, die man einfach hatte wegen Familie und wegen... Weil man einfach diese Angst schon seit der Kindheit in den Kopf bekommen hat. Weißt du, dieses Brainwashing, dass du von Allah bestraft wirst, dass du in die Hölle kommst und so weiter, weißt du? All diese Sachen, dass man einfach so direkt bedroht wird, wenn man etwas falsch gemacht hat oder nicht gebetet hat. Weißt du, wie ich meine? Die Möhre oder die Peitsche. Die Karotte oder die Peitsche. Meine Mutter hat mich voll geschissen, wenn ich ein Gebet verpasst habe. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, ich glaube immer noch an Gott, aber ich glaube nicht mehr an den Islam. Genau, ich glaube auch an Gott. Aber ich glaube nicht, dass niemand ein Verrückter so etwas macht und ich muss noch daran glauben. Das ist die schlimmste Verraten. Ich muss nicht so einem Mann, einem Menschen beten oder glauben. Was ist das, hallo? Vor 1500 Jahren hat irgendeine Verrucke gekommen und hat diese ganze Scheiße verursacht und ganze Land kaputt gemacht und ganze Menschheit, alles getötet und Kriege und Schlachte. Alles, was nicht mehr auf drei Bäume hatte, gefügelt und ich soll für ihn beten, hallo? Geht noch? Ja, richtig. Und ja, das, was ich gesagt habe, mit der Angst, das ist Indoktrinierung. Wenn Mohammed sagt, zeig denen sieben und schlagen sie mit zehn, damit sie beten und so. Ich hatte auch Angst vor der Hölle. Ich wollte sterben, bevor ich die Pubertät erreiche, damit ich in den Himmel gehe. Stell dir mal vor, ein Kind, der so etwas denkt. Der denkt, ich würde lieber sterben, als ein Erwachsene zu werden und wahrscheinlich in die Hölle zu landen. So sehr hatten wir Angst. Das ist eine Religion, die dir Angst macht, dass du gar nicht mehr fähig bist, zu denken oder deinen Kopf zu benutzen. Und wenn du irgendwas denkst, hast du dann Angst. Sie sagen dir, frag nicht über Sachen, wenn ihr sie seht, gefällt euch nicht. Und du darfst nicht fragen. Du darfst nicht denken. Deinen Kopf musst du nicht benutzen. Keine Wunde, dass dir der Kopf beeinflusst. Ich habe mal meinen Vater etwas über Islam gefragt, was ich komisch fand. Und er hat dann, also er hat richtig komisch reagiert. Er hat so, warum fragst du mich sowas? Hast du keine Angst vor Allah? Und so weiter. Also man ist so richtig gefangen in dieser Religion, dass man Angst hat, überhaupt zu sagen, dass man nicht mehr daran glauben möchte, weißt du? Aber ja, zum Glück bin ich halt einfach befreit. Aber ich muss von meiner Familie leider noch so tun, dass ich Muslim bin. Ja, leider verstehe ich. Verstehe ich vollkommen, Bruder. Das ist sehr traurig, ja. Aber von heute auf morgen, diese 1.500 Jahre zu saugen, diese Aschereien zu saugen, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss von Eltern ein bisschen Abstand nehmen. Eltern gehen nach ein paar Jahren weg und kommen andere, wie sagt man, Generation, von Generation zu Generation. Dann wird es besser, wenn dieses Buch geht. Wenn die sagen, okay, hier ist etwas falsch gelaufen. Dann müssen wir ja das ändern. Anstatt die Schlachter müssen sie Liebe, irgendwas gut für die Menschheit tun. Ja, und dann Mohammed. Ja, und die Idee, der Vers, Du kannst dich damit sehr gut aussehen. Ja, ja, klar. Ich habe es alles in Marokko gelernt. Ich bin nicht hier geboren. Ich bin in Marokko geboren, groß geworden, Deutsch studiert, Ausbildung. Warum kann ich dich fragen, bist du jetzt Atheist oder glaubst du noch ein bisschen? Ja, Agnostiker. Ich bin Agnostiker. Ich habe keine Religion seit Jahren und ich habe auch kein Verlangen nach Religion. Ich habe diese spirituelle Seite verloren einfach, verstehst du? Ich habe da auch. Es spielt keine Rolle mehr in meinem Leben. Bitte ganz kurz, ganz kurz, ja. Wir alle Südländer, wir haben alles. Wir haben Öl, wir haben Traide, wir haben alles, was wir brauchen. Wir kommen nach Europa wegen dieser Religion, dass uns alles Leben kaputt gemacht hat. Syrien, Marokko, Libanon, Irak. Die hat uns alle gefickt, kurz und schmerzhaft. So, jetzt müssen wir nach Europa 4.000 Kilometer reisen, alles verkaufen und abhauen von diesen Terroristen, ja? Versuchen wir, ihnen ein vernünftiges Leben auszubauen. Ja, natürlich. Wir müssen irgendwo arbeiten, dass wir den ganzen Tag Leute beten. Wir haben alles. Aber durch diese Religion müssen wir das Leben so schwierig gemacht werden. Wenn ich diese Religion werde, die hätten Europäer zu uns gekommen. Das ist das meine. Die hätten uns auch nicht kolonisieren können, weil wir wären stärker gewesen ohne den Islam. Wir waren hier schon am Arsch, ja. Ja, wir hätten viel besser zu sein, wie Dubai oder Saudi-Arabien, noch besser sogar. Ja. Aber unsere Regierung hat die ganze Asien gefickt, Bruder. Tiktok-sportlich, ja. Ja, das ist es so, Bruder. Leider, die haben uns wirklich alles ausgenommen, versklavt, Ärmer und Ärmer gemacht, uns alles weggenommen. Und als dann die Europäer kamen, um uns zu kolonisieren, obwohl Marokko wurde nicht kolonisiert, die Leute die Geschichte kennen, das war Marokko, der nach der Kolonisierung gefragt hat, weil die Ärmer, sie wollten denn keine Scharia haben in deren Dörfer. Und der Maksan, der Sultan von Marokko, der wollte Scharia, weil der Scharia wurde in den Städten praktiziert, Hände abgehakt, Knackentherapie. Und die Amersiere, die dann in den Außenstädten waren, haben diese Gesetze nicht praktiziert. Die hatten andere Gesetze, zum Beispiel jemanden aus dem Land einfach rausschicken oder andere Sachen, nicht so kriminelle. Und dann hat der Frankreich angerufen, damit sie ihm hilft, ganz Marokko zu kontrollieren. Also es war keine Kolonisierung, aber trotzdem waren wir nicht fähig, uns zu wehren. Wir sind auf Tiere, auf Maultiere und auf Esel gereist. Wir hatten keine Medizin, kein sauberes Wasser, keine Impfung. Wir waren unterentwickelt, wenn nicht, wir waren tausend Jahre zurück, unsere Länder, wegen Islam. Wir durften nichts lesen, keine Bücher außer der Koran, keine Wissenschaft, nichts, nichts, nichts. Wie sollen wir uns denn bitte schon entwickeln? Wie? Wieso das funktioniert? Wie darfst du uns entwickeln? Das war verboten. Ja. Alles von diesen Leuten. Das stimmt, Bruder. die Bibel, 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 das hat Omar gesagt. Wir nehmen nur den Koran, was da drin ist, nehmen wir, was nicht da drin ist, nehmen wir nicht. Man weiß nur, was ein großes Problem ist, Bruder. Wenn du in diesen Ländern, ich werde das eng, Bruder. Wenn du mit diesen Ländern lebst, ich komme ja zum Beispiel aus Pakistan und würde ich noch zum Beispiel, würde ich jetzt zum Beispiel in Pakistan leben und ich hätte den Islam verlassen. Also ich will nicht wissen, was mit mir passiert wäre, weil wenn du dort den Islam verlässt oder kritisierst oder irgendetwas über den Islam schlecht redest, die kommen direkt auf dich los. Oder wenn du sagst, oder wenn du sagst, ich nehme kein Hadid oder Aisha war nicht sechs oder das, was die hier gerade sagen, die Muslime. Wir haben auf Telegram mit Muslimen geredet aus Saudi Arabien und Pakistan und Iran. Wenn du da sagen würdest, nein, Aisha war kein kleines Kind, die würden, Bruder, die drehen auf jeden Fall ein bisschen durch dann, ja. Eines war es, zwei war es, ich bedrohende Briefe, fickt euch, Mann. Bruder, die würden richtig durchdrehen, die würden sagen, ey, wie Aisha war kein Kind, Aisha war ein Kind, die sind sogar stolz drauf, Bruder, weil sie musste ja jung sein, damit sie die Lehre Mohammeds weiterführen konnte, weißt du? Ich erzähle euch was ganz geiles noch, vielleicht weißt du ja davon nicht, wenn jemand, wenn eine Frau stirbt, wie sechs Stunden, das gibt es auch in der schlammischen Religion, ja, sechs Stunden darf er, man mit sich schlafen hat, überleg mal, nach dem Tod, bis sechs Stunden, was? Ich sag dir ehrlich jetzt, also wirklich, mich schockt das gerade gar nicht, also wirklich jetzt, also mich wundert das gerade nicht, dass es sowas gibt. Bro, im Islam gibt es alles, Bruder. Ja, weil es geht immer um SRX, immer, 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 alle, alle, alle Gesetze gehen darum, zum Beispiel, wenn du eine Sklavin hast, ne, und sie gewählt dir einen Sohn, sie wird nach deinem Tod frei, aber wenn sie eine Tochter gebärt, wird sie nicht frei. Warum? Weil der Sohn kann seine Mutter nicht erben und kann mit ihr nicht, ja, wisst ihr, was ich meine, aber eine Tochter, sie wird weitervererbt, seine Sklavin. Das geht nur um SRX, so werden die Gesetze gemacht im Islam, nur mit dem PEMIS, Punkt. Ja, ja, die IS hat wahres Gesicht von Islam gezeigt. Ja, ist auch so. Die sagen, guck mal, das Einzige, das Einzige, was die nicht, also was unislamisch bei denen ist, dass die Menschen verbrennen. Das ist ja laut Islam nur Allahs Strafe. Naja, aber ich glaube, einer von den Khalifen hat das gemacht, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Ali oder so. Ali hat das gemacht, Ali bin Talib. Ja, genau, der hat das gemacht, aber dann kam ein anderer, hat dann gesagt, ey, diese Strafe gebührt nur Allah. Das war, glaube ich, Sahih Muslim. Ja, la ya addibu billahi illahi, la ya addibu billahi illa rabbullahi, 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 21B war das, Sahih Muslim, 21B. Ja. Da haben die gesagt, dass diese Strafe nur Allah gebührt. Aber guck mal, wenn wir jetzt beide... Aber Mohammed, warte, Bruder, Mohammed wollte doch die Häuser von den Leuten verbrennen, die nicht zur Moschee kamen. Weißt du was? Er wollte ja deren Häuser verbrennen sogar, mit den Leuten. Was mir leid tut, Jungs, weißt du, was mir richtig leid tut? Was? Von Europa, die Teenager, die nehmen nach Dschihad, das tut mir richtig leid. Ich habe letztens im Internet gesehen, so bei YouTube, dass zwei Sohne, wenn eine deutsche Mann radikalisiert nach Syrien gegangen sind, und dieser Mann hat so lange versucht, und hat nicht geklappt. Irgendwann, der Mann hat an Schmerz gestorben, an Schmerz von seiner beiden Sohne ist, der ist dran gestorben. Ich kann... Ich kann... In Hessen... Ich kann diese... Sowas kann ich nie vergessen, Mann, wie ein armer Mann ist dran geleitet, bis der gestorben ist. Er hat zehnmal nach Syrien gegangen, und der hat seine Sohne nicht gesehen. Wir haben letztens, Bruder, hier einen gehabt, der war bei IS, und der ist zurück, und der sagt, die waren nicht radikal genug, die haben nicht schnell Tag 4 gemacht, sie müssen die Leute schlachten ohne Tag 4. Ich habe die Videos gepostet auf meinen Account, hier können sie sehen, von der Konfrontation, also der war dort, der ist zurück, und der läuft hier frei, einfach zwischen den Menschen, und der hat so eine radikale Ideologie, schon brandgefährlich. Also ich weiß nicht, warum Deutschland diese Leute zurückgebracht hat, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ich habe letztens mit dem Vater von einem Kollegen geredet, der ist in meiner Schule, der ist Afghaner, und die sind vor neun Jahren hingeflüchtet, oder vor acht Jahren. Ich habe auch mit dem Vater geredet, er ist von der Scharia geflüchtet, nach Europa, und beschwert sich, dass es jetzt hier keine Scharia gibt. Ja, so sind die. Und dieses Spiel läuft seit 1600 Jahren, beziehungsweise seit 1400 Jahren. Die flüchten nach Europa, damit die vernünftiges Leben haben. So, in fünf Jahren können die Sprache, in zehn Jahren haben die Autos und Häuser, und elf Jahre verlangen die nach Scharia. Überleg mal, die sind geflüchtet von dieser Religion. Ja, wie in Paladins, Afghanistan, die haben sich an Flugzeuge, an fliegende Flugzeuge festgehalten. Ja, wie in Paladins, Afghanistan, die haben sich an fliegende Flugzeuge festgehalten. Jerry, du hast, ich glaube, Echo. Ja, ich höre mich bei dir zurück. Die haben sich an Flugzeuge, als Taliban kam, festgehalten, die wollten einfach so mit den flüchten Flugzeuge gehen, und hier kommen die, und die wollen Scharia, und die kommen hier, einbelästigen. Die Frauen wollen ihre Religion hier weitermachen. Ich verstehe das nicht. Warum? Alles Deutsche, alles Europäische, die wissen nicht ganz genau wie uns. Wir haben mit diesen Leuten tausende Jahre also gelebt. Wir haben diese Information vom Großvater bekommen, und dann vom Vater, von Generation zu Generation. Aber die Europäen, die wissen das nicht. Und die sagen, jeder ist gleich, jeder Auslander ist gleich. Das ist das auch ein Problem, das in Deutschland andauernd alle sind gleich. Nein, wir sind nicht gleich. Wir sind Terroristen. Wir sind nicht gleich. Wir dürfen mit Deutschen heiraten. Wir dürfen Schweine essen. Wir dürfen Alkohol trinken. uns wird gesagt, also töten oder sogar mit Worten kann man die nicht die Menschen verletzen. Hallo? Wo ist der Bruder? Wo ist der andere Bruder? Der ist weg? Otto, warum bist du runtergegangen, Bruder? Komm hoch. Ich habe euch gefolgt, Christoph und auch der Bruder Otto, was sie gesagt hat. Ich würde mich auch freuen, wenn ich euch hier bei mir öfter höre und sehe. Folgt mir auch und dann ihr seid immer willkommen. Ich glaube, ich habe so viele Verstößen bekommen, dass es nicht mehr folgen kann. Aber ich werde weitererzählen. Das ist ja nichts Schlimmes. Es beginnen keine Verbrechen. Nur das ist ein wahres Gesicht von Islam. Und ich werde die Wahrheit erzählen. Ich werde weitererzählen, bis es geht nicht mehr. Man beginnt Straftat, indem man jemanden so wie also Beleidigungen oder sowas. Aber wir machen hier das nicht. Wir machen Gegenteil. Wir erklären, was in Wahrheit gibt es. So, und die sagen zum Thema Israel. Israel, die ist das. Ja, ja, ja. Ich gebe immer die Schuld an unsere Leid und unsere Versagen den Westen und den anderen. Die haben uns nicht angetan. Hallo, die sind schon seit 70 Jahren raus. Warum haben wir uns trotzdem nicht weiterentwickelt? Ich werde israelische Menschen, die sind die besten Menschen. Die sind niemand für den Krieg gedacht. Die tun keine Fliege, weißt du so. Die tun niemand was Schlimmes. Ich war doch selber in Israel einen Monat. ganz friedliche Menschen und diese scheiße Tachoristen immer angreifen und die und die wundern, warum die zurück so waren die Reaktion von Israel. Ja, hallo, du hast mich geschlagen. Ich schlage dich auch. Du hast tausende unschuldige Selivisten getötet von Israel. Ja. Ja, die beleidigen mich auch jetzt sagen, ich schätze. Bitteschön, Jerry. 68. Alles gleich, Jungs. Danke, Bruder. Rede, Jerry. Ich muss leider runter. Okay, danke dir, Christoph. Danke, Bruder. ich schulde. Okay, Jerry. Danke dir auch. Kannst du mich folgen, weil ich kenne niemanden, ich glaube mehr. Ich folge dir. Ich habe dir schon gefüllt. Okay, danke, Bruder. Das ist gefreut. Okay. Hi, Jerry. Jerry, du hast in deinem Verbindungsproblem. Ich sehe, dass du nur einen Ding hast, diese rote Verbindung. Dein Internet ist wahrscheinlich nicht gut. Hier darfst du ein Problem, Jerry, aber dein Internet ist auch nicht gut. Unbekannt, bitte beleidige nicht mit eurem Fake-Profil hier die ganze Zeit. Ja, Jerry, wir hören dich nicht, du hast aber ganz schlechte Internet. Versuch, das zu nutzen. Oder WLAN, was du über Daten, ja, bitte. Gar nicht, nee. Ich höre dich nicht. Bruder, Jerry, ich höre dich gar nicht, gar nicht. Jetzt scheint, dass du gut der Internet hast, aber ich höre dich nicht. Ja, Freunde, ihr habt heute auch die Ex-Muslime gehört, ihr habt auch die Muslime gehört, dass wenn sie damit konfrontiert werden mit den ganzen schlimmen Sachen in deren Koran, dass sie das warum die Leute manchmal schockiert sind, wenn die Kinder, wenn irgendwelche junge Leute von hier in den Dschihad ziehen oder nach Syrien oder Irak gehen. Das ist normal. Der hat eine gerade gesagt, der würde auch mit Kindern, der hat kein Problem dagegen. Also, warum seid ihr überrascht? Wenn er sieht, dass ein Allah das wirklich sagt, hinterfragt er nicht, ob es ein Allah überhaupt gibt oder überhaupt ein Allah genug Wissen hat über Menstruation, über Heirat, über Schwangerschaft, gar nichts. Gar nichts. Die Schwangerschaft in Islam, der im Koran steht sechs Monate die Schwangerschaftsdauer und in den Fekh steht bis 20 Jahre. Ich meine, hallo? Nicht mal Elefanten werden schwanger 20 Jahre oder kein Lebewesen wird so lange schwanger. Außer die Mutter von Mohammed, vier Jahre. Sie hat einen Rekord gemacht. Mohammed wurde vier Jahre nach dem Tod von seinem Vater geboren. Ja, und wegen ihm haben wir dieses Gesetz bis heute, dass wenn du zum Beispiel verreist, nach zehn Jahren zurückkommst. Ja, Gehli, rede jetzt. Was soll hier hören? Gehli, rede, ich glaube, ich könnte dich hören. Yes? Nein. Nein, ein Problem, Bruder. Ein Problem hast du. Sehr, sehr weit. Problem? Ich höre dich nicht richtig, Bruder. Nein. Sehr leise. Und ich habe meine ganz laut, meine Lautstärke gesagt, die Mutter hat den Kind bis heute, wenn du zum Beispiel in Marokko bist oder Ägypten, ich habe ihr auch das Video geteilt, das letzte Video, wo die sagt, wenn du weggehst oder arbeiten, vier Jahre hast, deine Frau nicht angefasst und zurückkommst und sie schwanger ist nach vier Jahren und sie sagt, das ist dein Sohn, sollst du sie glauben? Da sagt in der Scheich, ja, sollst du glauben? Und alle Imame sagen, dass alle Gelehrte sagen das wegen Mohammed, weil die Mutter vier Jahre nach dem Tod des Vater das Kind bekommt. Ja, das sagt eigentlich alles aus. Aber das passt genau zu jedem Muslim. Wir haben heute zwei Gern, die das Gleiche gesagt haben. Ich fand es wirklich ekelhaft, ich musste kotzen fast. Ich kann nicht verstehen, warum ist es nicht für sie abstoßend, wenn sie daran denken? Warum wird es denn nicht schlecht? sind doch Menschen. Ein normaler Mensch bekommt keine Lust. Wisst ihr, wie gehen alle Schwimmballen? Ich habe noch nie gesehen, dass alte Männer kleine Kinder hinterher rennen, oder dass die irgendwie erregt werden. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Mohammed war ein pedo, weil sonst hätte er das nicht geschafft. Sonst hätte es ihm das eklig für ihn. Warum mit 54 und guckt ein sechsjähriges Kind. Da muss schon irgendwas nicht stimmen bei ihm. Ja, weil sie müsste von ihm lernen. Sie könnte von ihm lernen, auch ohne dass sie anfasst, oder nicht. Auch jeden anderen Mann könnte von ihm lernen. das sei keine unnötiges leid. Meine Meinung nach was dieses Mädchen erlebt hat. Ja, Bruder? Jerry? Ich höre die schieb noch nicht. Gar nicht. Mann, das ist gestern doch geschafft, oder nicht. Ich höre dich nicht, Bruder. Freunde, die unten sind, will jemand vielleicht irgendwas sagen, schickt Anfrage. Ich würde nicht, aber es gibt keine Moslems mehr. Manche kenne ich nur von den Namen, habe ich noch nie gehört, eure Löwenherz, habe ich dich schon gehört, hier? Ich komme hoch Löwenherz. Komm hoch, reicht mit den Dschihad im Chat, lass die Muslime Dschihad machen im Chat, die machen Dschihad im Chat, sie können nichts mehr debattieren, die machen es lieber im Chat. Sehr leise. Bruder, geh vielleicht raus, nochmal zurück. Das ist mit TikTok, das ist nicht mein Problem. TikTok hat den Hür zu tun. Du bist eigentlich angekommen, zu leise, ne? Ja, die arme, armes Kind, ja, und es passiert bis heute aus dem gleichen Grund, ihr habt gesehen, diese Menschen hätten sie jetzt die Chance, sie es auch machen, sagen sie, weil es so nice. die Ahnung vom Islam haben, kommen sie nicht mehr, wenn ich habe, ich habe gesehen, diese Hoffnung, am Ende musste er beleidigen, weil er keine Argumente hatte, und weil er wusste, dass ich die Antwort hatte, ich hätte keine Antwort, aber ich habe ihm eine sehr provokative Frage gestellt, er hat gesagt, er hat mir ein Hadith gelesen, wo Mohammed sagt, ihr sollt eure Sklavinnen Essen geben, also ein Dach über den Kopf geben, ihr sollt den Klamotten geben, und er sagte, siehst du, wie nett der Islam ist, und ich habe ihm gedacht, okay, alles gut, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Sklavin bei dir und einem Esel, also wenn du einen Esel und eine Sklavin besitzt, was ist der Unterschied, und er hat das ein bisschen propagativ, ich habe gesagt, ja, dein Esel Wert, du gibst, du lässt ihn auch nicht frieren auf der Straße, aber du vergewaltigst ihm nicht, aber dein Sklavin vergewaltigst du, und das hat ihm nicht gefallen, ich Nein, sehr nur Geräusche, aber sehr weit und gar nicht, jetzt nicht, sehr, sehr, sehr leise, hast du Kopfhörer, Bruder, oder was? Also habe ich ihm gesagt, ja, also ein Esel geht es viel besser als eine Sklavin in den Islam, weil wenigstens dein Esel vergewaltigst du nicht, ne? Du gibst ihm auch Essen, du gibst ihm auch ein Dach über den Kopf du gibst ihn auch nicht frieren Ja, Nein, Bruder, kam es Ja, Salafis konvertiert, ich war nie Moslem, ja, und dann hat er gesagt, ah, und dann habe ich in die Hadith gelesen, wo Mohammed gegen Befreiung von Sklaven war, zum Beispiel, wo der Mann den Sklaven befreien wollte und Mohammed ihn beleidigt hat und die Sklaven zurück in die Sklaverei geführt hat, Der war dagegen oder wenn seine Frau die Sklaven befreit hat und der war dagegen hat er gesagt, warum hast du sie nicht deinen Onkels gegeben? Jerry rede jetzt nix bruder gar nix das ist echt seltsam bei dir leider wurde ich nicht ja und dann habe ich den Hadith gelesen wo die Sahaba die Mütter von deren Kinder verkauft haben die Sklaven weil eine Sklaven wenn sie ein Kind gewährt kannst du sie trotzdem verkaufen in der die Mutter von deinem Sohn und das hat ihn auch nicht gepasst Jerry du hast einen sehr schlechte Empfang ich höre dich nicht Freunde was hat euch gefällt den Chat mei wollt die ja nein ich höre nur mich selbst ich höre dich nicht Jerry ey wahnsinn versuch vielleicht hast du Kopfhörer hast du kein Kopfhörer ich weiß nicht wenn du kein Kopfhörer hast ich höre nur mich zurück versuch mit Kopfhörer sonst ich weiß nicht ein Update gibt es für die App oder versuche sie zu deinstallieren wieder installieren wie viel kann man sein verkaufen und kultur hast du kostenlos kannst du deine Seele verkaufen mit den islam kostenlos aber ich wünschte mir um kultur du wirst auch hier über die ganzen sklaven recht von frauen in islam aber das ist anscheinend für dich ganz normal das stört dich nicht das stört nur dass die islam reden es stört dich nicht dass wegen den islam menschen in sklaven märkte verkauft werden das stört dich nicht das hat dich nicht gestört als is die die kleinen mädchen und die ungläubige kleinen mädchen in dem markt verkauft haben das hat dich nicht gestört dass diese kleinen mädchen 13 12 jähriger vergewaltigt werden das hat dich nicht gestört da hast du gut geschlafen oder sardinische nicht gestört einfach sie kämpft für einen prophet der vor 1400 jahre gestorben ist der alles die ganzen schlimmen sachen gemacht hat ich meine wir finden oft menschen die irgendwelche schlechter charakter haben der prinzipien ja aber wir finden nicht eine person die alle schlimmsten sachen überhaupt zusammen hat in seinem charakter wie alles 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 mörder versklaver alle schlimme sachen haben sich gesammelt in diesem menschen und dann soll er der beste mensch sein also ich bitte euch ja ich sage immer muslime sind wie kleine Kinder wenn du den kleinen Kindern erzählst dass es keinen Weihnachtsmann gibt und die rasten auf und schreien wollen es nicht wahrhaben das ist genau die gleiche reaktion wie bei muslimen weil das nennt man kognitive dissonance der ist sein ganzes leben sicher dass er die absolute wahrheit hat und du kommst und sagst dem das ist nicht die absolute wahrheit das ist ein riesen problem das sind wirklich die sind nicht erwachsen die sind wie kleine kinder die können ihre kopf nicht benutzen ihr gehirn ist betäubt weil die erwarten alles von Allah alles macht alles Allah macht dies wurde deswegen die haben sich nicht entwickelt und die können sich auch nicht anpassen ja aber du weißt doch um köln dass die neben kärpa bis 1964 sklavinnen nackt verkauft wurden schreibt bitte um köln schreibt bitte sklaven markt mecca in youtube und gucke dir das video die ausbildungsstelle für kleine sklavinnen in afrika bevor sie die wegnehmen von deren mutter und ausbildende damit sie die männer befriedigen wie sie verkauft werden nackt wie sie die durchsuchen ihre zähne und so als wäre sie eine ziege guck dir bitte das an du bist eine frau du musst mehr mitgefühl haben und empathie haben mit den frauen guck dir wenn du denkst das ist eine gute art eine respektvolle art mit frauen umzugehen dann komm wieder zurück aber bitte guck dir das video schreib einfach sklaven markt mecca neben den kaaba neben den kaaba standen frauen nackt zum verkauf in 1964 also vor 60 jahren das ist gar nicht so lange her bitte das gibt alles du musst nur die Augen aufmachen und gucken jerry nein reden ich höre nur mich schnecke rebeka drei jahre mir ist doch egal ich höre nur mich auf 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 gewertet ich werde dich stimmen jerry ich höre nur mich wenn ihr scheißen müsst oder frauen angefasst haben in den koran der vergleicht frauen mit scheiß leser die sagt dir jektar salat drei machen deine gebet kaputt die frau und der esel und der hund der hat euch mit hunde und esel vergleicht ich meine das hat sogar aisha gesagt warum hast du es mit esel und hunde vergleicht das hat sogar aisha gesagt ihr seid behindert und eure religion ist sowieso nicht komplett waren sie nicht wert nein natürlich die frau von mohammed war sie nicht wert war sie keine geschäft frau die frau von mohammed sie war doch eine geschäft frau sie hatte ihre zwei männer geerbt sie du sagst frauen hatten keine rechte mohammed hat bei einer frau gearbeitet die größte armee in koreish hat eine frau gehört die frauen ging es gut sogar aisha sagt in den hadith ich habe noch nie frauen in unrecht gesehen wie in islam ich habe noch nie frauen leiden gesehen wie in islam als die frau mit grünen flecken kam und sie sagte guck mal ihre haute grüner als gesagt ich habe dir gesagt es gibt ein video in mekka sind keine muslimen 1964 ich verstehe nicht es gibt video von frauen es gibt ein hadith wo Frauen schlägt weil sie Sklaven schlägt weil nur freie frauen den hijab tragen dürfen jerry sprich jetzt mein bruder wahnsinn rede 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 bruder ist eine lüge hat Mohammed nicht bei Khadija gearbeitet seine ehrfrau war sie keine reiche frau die war doch 45 und er war 25 als sie geheiratet haben keine frau wollte ihn bis 25 stell dir mal vor ein Mann der damals die Leute haben mit sechs mit neun geheiratet und er mit 25 geheiratet keine wollte ihn leider keine Frau wollte ihn haben und die einzige die ihn wollte war dass er für sie arbeitet und sie war eine reiche Frau und der Islam sagt das Jerry gar nicht bruder ich höre dich nicht ja und wenn du sagst dass Frauen schlecht ging vor der Islam warum war sie eine Geschäftsfrau wenn es den Frauen schlecht ging ja ja also dann ging der Frau nicht schlecht vor der Islam nach dem Islam wurden sie versklavt und seine große Liebe ja die war 45 und er 25 ich bitte dich also eine große Liebe naja aber die wirst sowieso nicht suchen warum ich mir meine Nerven überhaupt nicht ich habe hier gerade genannt guck dieses Video warum schreibst du nicht Slave Markt Mecca und guck wie Frauen neben den Karber verkauft das ist eine Dokumentation von 1964 da wirst du sehen wie es den Frauen gibt in recht leiden zum Kindermisshandeln oder zu was soll er mich recht leiden dein Gott dein Allah soll er mich recht leiden zum schrauben oder was zum Kindesmissbrauch soll er mich recht leiden zum Krieg und Entschwigung von Menschen soll mich recht leiden zum vergewaltigung von verheirateten Frauen soll mich Frauen verheirateten Frauen vergewaltigen solltest der Koran die Frau ist wirklich gar nicht auf dieser Welt machen warum wir das ist Koran steht in Hadith wie Muslime woher sollen Saudi Arabien das genommen haben aus Kambudja das ist doch aus dem Buch oder verstehst du Arabisch besser als Saudi Arabien und besser als arabische Länder und das Sklaverei wurde nie verboten 1400 Jahre wurden Frauen versklavt vergewaltigt und alles ich verstehe nicht wie ist der Islam überhaupt nach Spanien angekommen deiner Meinung nach wie wie was haben die dazu suchen meinst du auch Verteidigung Krieg dass wir Saudi Arabien angegriffen haben um den Sand zu klauen oder was wozu sollen die Leute dann angreifen was ist da überhaupt zu finden in Mekka außer Sand und Tod und Durst da ist nicht mal Wasser das war der Hunger der sie getrieben hat nicht Allah das war der Hunger und der Durst den die Menschen getrieben hat zum Krieg und so nicht Allah hätten sie Wasser und Grüne und Obst und Gemüse wie in Nordafrika hätten sie sich gar nicht bewegt von deren Ort wären sie einfach da geblieben hätten sie ihre Sachen gegessen und in Ruhe gelebt aber nein die hatten Hunger und Durst und dann haben sie angefangen mit ihrer kriminellen Idiot ja Christentum hat sich anders verbreitet mit Liebe die Muslime haben Nordafrika angegriffen der Krieg hat 86 Jahre gedauert außerdem du kannst nicht vergleichen dein Islam mit einer andere Sache zum Beispiel sagst ja und der hat gemacht und der hat gemacht wir reden hier über einen Gott der hat kein Recht Geh und beklau die Menschen und gib mir 20 Prozent ist eine Lügne wozu braucht er 20 Prozent von der Beute von irgendwelche verbrannten Töpfe irgendwelche kaputten Sandalen und von Frauen und Kindern braucht Allah wirklich Sandalen und Töpfe und so materielle Sachen steht im Koran das ist eine Lüge wie behauptest du es eine Lüge ist wenn du keine Ahnung hast steht Koran aber wenn du jetzt nur rollen willst eine Lüge hast du geguckt ist nach dem Video die ich dir gesagt habe neben den Frauen stehen wir haben das Video letztes Mal gezeigt hast du gar nicht also hast du keine Ahnung hast du keine Ahnung um Geld zu nein das ist peinlich europäer und christen haben mehr Sklavenmarkt Kaaba oder Mekka und guck 1964 die wird jetzt sagen Saudi-Arabien repräsentiert nicht den Islam die Muslime repräsentieren nicht den Islam und danach wird sie sagen Mohammed repräsentiert nicht den Islam war Maria eine Frau von Mohammed oder war sie sein Sklavin kennst du Maria mit 20% wo die sagt sie und sie sagt wenn ihr mich beklaut werdet ihr kommen mit das was ihr geklaut habt stell dir vor allah will 20% das ist so 41 41 41 41 41 allah will 20% vom Töpfer ja such doch ja es studiet um kaltum und wo es trotzdem nicht dass Sklaverei erlaubt ist was bedeutet was bedeutet das nicht euch sind verheiratete Frauen verboten außer das was eure rechte Hand besitzt also außer eurer Sklaven verheiratete Frauen reden wir hier um kaltum von wegen Frauen haben mehr Rechte in den Islam der sogar erlaubt dass verheiratete Frauen vergewaltigt werden die Menschen haben sich geschämt die sind zu Mohammed gegangen weil ich glaube das ist nur ein Fake Profil weil es kann ja nicht sein dass ich die Quellen sage und die beprüft nicht und schreibt Lüge 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 Ja weil das verpiss dich wenn du keinen Hass Rede Lässt keine Hass Rede Ich sage dir ein 441 Abu Fahra Richtig Ja Leute Ich gebe euch immer Munition damit ihr die Muslime bekämpft Ich gebe Quäle Nummern alles Ich habe hier nur die Hadith die ganz viele Vitamine gegessen haben Ich habe keine schwache Hadith Meine Hadith haben wie gesagt Vitamine gegessen Jerry Bruder es tut mir leid aber ich höre dich nicht Ja bitte rede Nein sehr leise ich weiß ich wurde aber das wirklich komisch Tiktok hat Angst Ja wer hat Angst vor dir Nein Lüge Lüge ich habe Islam studiert und dann sagt die Frauen haben ganz viele Rechte im Islam bekommen Das ist ein Witz Mann Der Koran sagt dir wenn du denkst dass deine Frau vielleicht nicht mit dir schlafen geht oder dass sie nicht gehorcht dann dacht du sie beleidigen beschimpfen fesseln ein Bett und dann schlagen steht im Koran schlagen und soll den Muslimen besser gehen in Islam ja also bei richtig richtig ja 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 die ganzen Lehr richtig Bruder und wie Edik sogar Aisha die damals mit Mohammed zusammen gelegt hat hat ihm gesagt warum vergleich du uns mit Hunde und und Esel mit Mist sogar die hat gerät und du redest nicht in den 21 Jahrhundert siehst du das normal Leute ich schwöre euch wenn ich hier weitermache mit diese Muslime ich werde den Verstand verlieren nicht mal die Muslime die arabische Länder leben sind so hartnäckig und so verrückt wirklich trotzdem wenn du denen zeigst die Sachen die sie nicht kennen sagen die das kann nicht von Allah kommen aber weil die Muslime eine Identitätsstörung haben und keine Identität haben keinen eigenen Charakter keine eigenen Prinzip keine eigenen Moral haben für sie ist die Moral Halal und Haram für sie ist moralisch ein Kind zu Haram für sie ist moralisch eine Sklavin zu haben für sie ist moralisch wer den ist zu Lackentherapie für sie ist moralisch Sklaven zu halten für sie ist moralisch Menschen auf den Markt zu verkaufen weil es Halal ist und für sie ist unmoralisch Adoption weil es Haram ist für sie Schweinfleisch unmoralisch weil es Haram ist für sie ist Alkohol unmoralisch weil es Haram ist für sie ist Glücksspiel unmoralisch weil es Haram ist obwohl diese Sachen gar nicht schlimm sind und die anderen Sachen tausendmal schlimmer sind sind die für sie okay und das ist die Moral von Muslimen Leute ja die sind bildungsresistent und wie als hätte man die Sachen da reingemacht und einfach Laminat oder irgendwas auf deren Kopf gemacht Zement damit da nicht nicht mehr reinkommt ja ja aber nur die ich sag immer ich sag immer der einzige nein Jerry ich höre dich nicht Bruder rede jetzt Jerry sehr leise rede ja sehr leise rede ich versuche dich zu hören ne du bist wieder weg ich sage die einzige die sagen sollen hamdulillah rede Jerry nein ich höre nichts man ich weiß nicht ich sag die einzige ja sein Handy ist kaputt wir sind islam virus die einzigen die sagen dürfen hamdulillah für den islam sind schweine weil die ihre Ruhe haben von muslimen schweine dürfen sagen hamdulillah für den islam das kann ich verstehen wer noch waffen fabrik und waffen verkäufer sollen sagen hamdulillah für den islam weil sie sehr gute geschäfte machen mit muslimen ganze zeit krieg und und die industrie und filmen ihr wisst welche filmen srx filmen die muslimen sind die meisten die sich das angucken da drei sachen nur die drei dürfen sagen hamdulillah für den islam wie gesagt der schwein weil er nicht getötet wird der hat glück der darf sagen hamdulillah für den islam und die waffenhändler dürfen auch sagen hamdulillah für den islam und die genau wiki das habe gemeint und oder oder die filme auch diese kennt ihr welche filme die sollen auch sagen danke für den islam nur die drei jeder andere die so was sagt es ist ja eine lüge ich habe mehrmals die polnische dass ich rede ja jerry ja bruder wahnsinn man ich weiß nicht ob vielleicht sollst du die app installieren und wieder installieren hey Dick hat es dir gefallen mein vergleich meine neue these zu der anderen these von wasser und wüste und und hungernot das nicht allah war das ist der hunger der sie getrieben hat ich muss zugeben ja ey ich habe immer so gesagt mein am strand in marokko die tragen doch diese klamotten die tragen doch so wie eine dinge und schwimmen damit und dann sieht man alle merkmale weißt du sie sind wie shakira in ihrem videoclip wo sie ganz nass ist mit ihren klamotten und du alles sehen kannst genau so sie sind noch attraktiver oder wie soll ich sagen ja das ist schlimmer ja das ist wirklich so ja diese these und die andere these was war die andere these leute ich islam das werde ich machen versprochen leute die wasser und wüste und ungenutzt die these von fußpilze in der mode das was die haben das sind fußpilze das ist hauspilze das ist keine marke für gebet sie haben einen pilz im stirn laufen damit und geben sie laufen mit parasiten auf die auf ein mensch läuft und auf ihn leben Parasite ja den punkt auf dem kopf das ist beobachtung bruder die haben da wirklich die denken das bedeutet von salat khusur dass er gläubig ist und dann sagt bruder die guckt wer den größten punkt hatte mehr wissen über den islam er hatte nur mehr pils in dein stirn man der hatte nur mehr haut pils jerry jerry ich höre dich nicht man sie tust mir so leid ich wirklich ich sollte langsam anfangen meine Thesen zu schreiben damit ich sie nicht vergesse ja man der 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 schöpfer von 200 milliarden galaxien will 20 prozent von irgendwelche kaputten ledeschuhen irgendwelche verbrannten töpfen einen löffel will Allah auch haben sein Anteil davon sein Anteil an Frauen an Kinder obwohl er ein ganzes Universum hat voll mit Gold Planeten komplett mit Gold oder Kometen komplett mit Gold mit Diamanten was weiß ich aber die will trotzdem das ist kein bisschen was wir hier auf der Erde haben und spuckt auf Abu Egal du hast doch gerade einen anderen namen genannt weil du bist mich hier hör auf mir da und da war der sekretär des propheten noch mit dem geteilt ja redig freut mich dass du lachst freut mich ja aber warum sollst Allah 20 prozent haben man ich leiste dir noch gesellschaft redig hör doch ab wenn ich wegge sagst warte noch eine stunde warte halbe stunde wie gestern ja 20 prozent das ist eine mafiaboss man das ist eine mafiaboss sind wikinger genauso wie wikinger mein gott echt die diamanten die hatten doch kein gold in der wüste die hatten doch nur kaputte sandalen irgendwelche kaputte bis ihr das mal mit einem roten teppich geklaut hat und dann kam in den koran merken die rassurin eine roulette die englisch was ist los ich glaube probleme mit mir die hassen dich man die hassen dich man ja ich weiß es nicht ich brauche halbe stunde bis ich reden kann hier auf tiktok ehrlich aber wenn ich selber live mache dann ist das nicht so dann kann man mich gut hören verstehe das gar nicht selbst ich habe die letzte update ich habe bei mir alles gut ja ich wurde in Aisha verwandelt genau und da oben ist Tito genau guck mal Tito und Aisha Tito ist so verliebt in Kinder dass er hier mit allen Christen unbedingt streiten muss Tito liebt Aisha weißt er würde am liebsten Aisha heiraten Tito oh Gott die Frau die waren ja gestört die Arme ja Leute ja weil ich sage wenn der sagt 20% diese Leute hatten nichts die Leute haben in der Wüste gelebt warum glaubt ihr haben die die Hände abgehackt und Kopftherapie gemacht warum weil die konnten kein Knast bauen stell dir mal vor du baust in der Wüste ein Knast aus ein Zelt ich könnte es doch tragen und damit abhauen mit meinem Knast oder nicht deswegen haben sie diese ganzen radikalen Gesetze machen weil mit einem Knast aus Stoff kannst du ja weghauen die können dich ja da nicht reinsperren ich würde den ganzen Knast tragen und rennen ja aber weil die auch hier kein Knast hatten glauben weil wir haben ja nicht mal Häuser gebaut die hatten kein Holz nur Sand man nur Sand weißt du warum die vorhin Autobro weggangst ja weil die mich gesehen wer die was hat mit dir ja weil das orthodoxen ach so keine ahnung ich will keine mit dir reden die sind mir sowas von scheißegal also ein ein gützendiener nach dem anderen ähnlich nicht naja bitte nicht beleidigen das ist aber das ist doch ihre freiheit solange sie nicht an oder weißt du warum sind die darunter gegangen ich habe doch nichts gemacht ich weiß nicht ich habe ihn ja nochmal antrag geschickt die wollte nicht brauchst du nicht diese leute sind nicht normal die verbreiten nur lügen hier auf tiktok die haben da gar nichts geschafft die haben nicht mal treppen geschafft die haben nicht mal zweite etage gebaut oder diese häuser was die euch zeigen in mecca sind wirklich von dem damals das ist doch alles nur es gab 24 körper bis 1921 gab es 24 mecca 24 körper und die Leute sind zu körper der letzte körper der König der erste König von Saudi Arabien kaputt gemacht hat ist die körper von taif schreibt leute körper taif taif das eine stadt in saudi arabien ihr will sehen das ist genau eine körper wie die jetzt in mecca und die leute sind dort gegangen ja genau das ist Petra eigentlich das ist eigentlich Petra normal die erzählen über Petra die erzählen nicht über mecca in Koran da ist nicht mecca gemeint in dem Koran ich glaube auch dass diese leute in jordanien waren weil da ist nur sand die können da nichts machen die haben nichts gemacht die haben nicht geschafft und es gab mehrere Kaaba wirklich und die Leute sind auch dort zu Hajj gegangen zu deren eigenen Kaaba 21 Kaaba gab es bis in den 20 ern und das letzte war ja in Taif wie gesagt ganz bekannt und wie gesagt ja stell euch mal vor die Leute hatten nichts die hatten gar nichts die hatten einfach kaputte Sachen und Allah wollte trotzdem davon 20 Prozent haben stellt euch mal vor der Schöpfer von 200 Millionen Galaxien hat Interesse an irgendwelche materielle Sachen auf einen Brocken Sand ist in der Universum naja aber die hatten da schon die Steine da man Petra die haben Steine allerdings in Saudi-Arabien in Mekka gibt es keine Steine es gibt nur Sand da gibt keine Berge wo sie was rausschneiden können oder was auch immer die waren nicht interessiert an Zivilisation eine Zivilisation kannst du nicht bauen während du jeden Monat einen Krieg führst du brauchst Stabilität für eine Zivilisation um eine Zivilisation zu bauen braucht man Stabilität Ruhe Menschen müssen sich frei fühlen müssen keine Angst haben jede Minute angegriffen zu werden um dann sich weiter zu entwickeln und weiter Erfindungen zu machen und zu bauen wie wirst du bauen wenn du 24 Stunden Krieg führst wie Warum haben warum haben wir keine Zivilisation in Mekka und Medina wo Islam kam warum haben wir da keine Zivilisation warum warum haben wir da irgendwelche Gebäude irgendwelche Monumente wie die Pyramiden oder wie die anderen Maya Pyramiden oder wie viele Sachen und haben gar nichts gebaut da ey wir finden Knochen von Dinosauriern Mann und wir finden nichts von Mekka wir finden Sachen von Mekka die 1400 Jahre und finden Sachen von Millionen von Jahren Ja Mann weiß was die Scharia heißt genau Bruder die haben da gar nichts gebaut das war keine Zivilisation guckt euch mal die Bilder schreibt mal Araber vor 100 Jahren ich werde euch totlachen scheiße schreibt mal vor 100 Jahren voll peinlich die sahen aus wie Monster wirklich und die sollen Zivilisation gebracht haben die sollen mit denen soll Allah gesprochen haben guckt euch mal die Bilder schreibt schreibt einfach Araber vor 100 Jahren und guckt euch mal bitte die Bilder bitte kannst teilen guck mal ob du ein Bild findest schreibt Araber vor 100 Jahren bitte bitte wenn du ein Bild findest zeig es hier die Leute sollen Zivilisation ja bitte keine Ton hier bitte hör auf wenn du was schreiben bist kann ich gerne antworten aber wenn du die gleich Worte wiederholst macht ja keinen Sinn ein bisschen ein bisschen in deinem Gehirn anschalten und denken ein bisschen kreativ sein kreativ aber der kann nicht kreativ sein der kann sich nur wiederholen genau wie der Koran alles Wiederholungen nein Fashida ich bin nicht Christ und ich schätze nicht ich erzähle nur die Wahrheit ich erzähle nur Geschichte was was ist das für Hitze nein Fashida ich bin nur Ex-Post aber bitte mach doch Arab vor 100 Jahren damit wir gucken wer uns die Zivilisation gemacht hat und mit wem Allah gesprochen hat also er hat nicht mit den Ägyptern nicht mit den Maier gesprochen nicht mit den Römern nicht mit den Griechen der hat mit irgendwelchen Leuten in einer Wüste gesprochen und als er gesprochen hat er erlaubt Kinder zu heiraten und Sklaven zu halten also was ist das für Moral keine Kinder heiratet man nicht und ältere Männer gibt man nicht die Brust ja ja außer naja ich habe Koran nicht verstanden ich habe Koran nicht verstanden Arabisch ist doch meine Muttersprache ich bin in einem islamischen Land geboren in einem arabischen Land geboren groß geworden studiert Ausbildung gemacht du merkst ja wahrscheinlich an meiner Sprache dass ich gar nicht so lange her in Deutschland bin ich bin gerade seit acht Jahren in Deutschland neun Jahren also ich bin nicht Christ ich bin nur Ex Moslem Agnostiker wie gesagt Araber aber Koran ist meine Muttersprache ich verstehe sehr gut was da steht sehr sehr gut ich kenne es ja auch auswendig wenn du hier ein bisschen länger bist also wenn du jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Stunde bist dann hast du ja gehört dass ich viele Verse auswendig kenne und aus meinem Kopf ich habe auch erwähnt und den ganzen Besucher gelesen immer wenn ich das erwähne lese ich auch war nicht verstanden warum habe ich den Koran nicht verstanden was bedeutet du mh von mh 2 2 2 2 4 1 3 4 Ich frage mit den Fatiha. 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 Du darfst das auch machen. Du hast keine Ahnung über deine Religion. Du hast keine Ahnung. Bruder. Ja. Ich habe eingegeben. Vor 100 Jahren. Das hier kam raus. Scheich Abu Pavian Scheich Abu Pavian Das kam hier raus Scheich Abu Pavian Nein, du willst wirklich, nein, es gibt auch echte Bilder Bruder, es gibt auch echte Bilder von denen Wirklich Wie die aussahen und so, damit wir gucken, wie die Zivilisation kam Mach einfach Bilder auf Google, Bruder Dann wirst du Bilder von denen sehen Ich meine, Emirat hatte erst in den 70ern einen ersten kleinen Flughafen Ja, mein Gott Ja, aber der ist hier schon sauber Das war bestimmt in einem Prinz oder so Ja, mein Gott, ey Ich bin nicht Christ Wie viel, wie viel Ich bin Agnostiker Ich glaube nicht an eine andere Religion Ich habe gar keine Religion Gar nichts Ich habe nur den Islam verlassen, Punkt Bruder, ich habe kein Bild gefunden Außer diesen Affen Ja, vielleicht auch Arabisch Deswegen Sebi Ja, ja, natürlich nichts ist vom Gott Natürlich nicht Das ist alles katastrophal Wenn man versteht, was da steht im Koran Versteht man, dass es nicht von irgendeinem Schöpfer kommen kann Niemals Also da sind Ein Schöpfer, der dir sagt Geh, töte Menschen Entführe deren Frauen und deren Kinder und deren Gut und habe und teile mit mir und gebe mir 20% Ist das ein Allah? Na, da nimmt doch für die Was ihr klaut gehört Allah 20% Das ist doch ein Mafia-Boss Kein Gott Sorry Küsst doch dein Herz Heil, Claudio Komme wahr Ehi, guten Morgen Buongiorno Bene, bene Buonasera Buongiorno Sì, buongiorno Shalom, shalom Sono già letto Ciao, Jerry Sì, sei andato a letto Sì, sei andato a letto Le 9 Devo andare al bagno Ok, ok, ok E poi ritorno a dormire No, ora sono con te live Forza Benvenuto Willkommen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Ja Sag mich, wenn Leute im Chat schreiben Weiß ja, über 17.000 Abonnenten haben Warum die nicht hochkommen Wenn der zu dir sagt Du hast den Koran nicht verstanden Dann soll er doch hoch Und dir den versuchen zu erklären Ja Hab ich dir jetzt dreimal geschrieben Ja, er hat gesagt Er will sich nicht zeigen Ich hab gesagt Du brauchst dich nicht zeigen Ja, das stimmt Was ist das für eine Ausrede? Aber ich kann verstehen Dass sie die Religion unterstützt Guck mal Weil es steht Verkaufe Albea, Gilbeb, Homor Also sie arbeitet mit der Religion Sie muss ja daran glauben Man muss gar nichts Es sterben Ja, aber sie verkauft Albea Soll sie Albea an den Koffer verkaufen Sie muss doch diese Religion unterstützen Sie lebt davon Sie verkauft Albea Es guck ihr Profil Aber leben Gläubige Für das Leben hier auf Erden Babo Oder für die Ewigkeit? Ja, Sebi Leider hast du Sebi Du hast wenige Follower Gerne Guck mal Wenn du 200 Follower Kannst gerne hier auch kommen Alles Fragen Ich antworte immer Wenn du eine Frage hast Kannst du mir auch schreiben Privat Folge mir Schreib mir eine Nachricht Ich antworte dir Wenn du eine Quelle brauchst Oder irgendwas Schreibe ich dir Ich antworte immer auf die Nachrichten Immer Ich antworte auch jede Auch die Leute Die mir nicht folgen Ich antworte wirklich jede Mache ich sehr gerne Sonst Leute folgt doch mal alle Der Sebi Damit die schnell auf ihre 200 kommt Ja Wer möchte Wer nicht Raus hier Nein Ich antworte aber das ist zwar anstrengend auf Nachrichten aber ich mache es trotzdem wirklich wenn ich weiß dass die Person wirklich die Information will Erste gemeint ist Die antworte ich ich führe keine Debatten mehr weil ich habe jetzt zwei drei Debatten im Chat geführt das ist bescheuert Das habt ihr noch eines gesehen irgendwo Könnt ihr noch diese Ich habe mit ihm debattiert Am Anfang Der hat sich total blamiert Anas Ja und der hat mir dann noch privat geschrieben Und wir haben debattiert Nein Anas In Nachrichten Und seitdem sehe ich mich Ich hatte das letzte Wort Ich habe ihn alles gegeben Der wusste ich recht habe Und seitdem ist er verschwunden Ich sehe mich Eine andere Wieder Ah Jerry Biss im Urlaub Jerry Der war gerade Ja ist im Urlaub Guck mal Ah der zeigt doch mal wo der gerade da ist im Urlaub Urlaub Ja Was ist das für ein Video Das ist das Saudi-Arabien Ja Ja Rotana Guck mal wie es war Ja man Die hatten gar nichts Die hatten Öl unter sich Und die wussten Es mussten andere Leute kommen Und das für sie finden Ja Aber mach das weg Jerry Jerry du weißt doch Wegen Dings Damit sie das nicht sperren Ähm Mido Du kannst ganz schnell Deine 200 Follower Geh auf Follower Fabrik Merk dir das Follower Fabrik Ja Dann klickst du auf Tiktok Und dann auch auf Follower Und dann kannst du dir 200 kaufen Wohl aber dir fehlt 130 Kostet vielleicht 2 Euro Da hast du die 2-3 Stunden später Und kannst direkt hoch Kannst du jetzt noch machen Follower Fabrik Und danach kaufst du dir diese 200 Das sind echte Menschen Das sind keine gekauften Namen Das sind wirklich Follower Die dir dann folgen Die kann ja auch keiner mehr wegnehmen So 24 Hours In Action Martina Sehr Ich habe kein Ich weiß nicht Bei wem das war Mit eines Das war ja Das war ja Das war ja nicht mein Leid Doch Mit der wahren Glaube Hat er sich voll blamiert Anders Mit der wahren Glaube Ja Ja Und das war Das war Ja genau Richtig Weil das Die sagte Ich wurde schrocken Der Prophet hat mich erschreckt Und er hat es anders übersetzt Der dachte ich verstehe kein Arabisch Und dann habe ich ihm gesagt Was erzählst du da Warum lügst du Und den anderen Hadith Wollte er nicht zu Ende lesen Von Da ist kein Unterschied zwischen schwarze und weiße Außer mit den Islern Aber das wollte er nie sagen Also wenn du kein Muslim bist Ist doch da eine Diskriminierung und Rassismus Und so beide seine Argumente waren falsch Und ich habe es nicht korrigiert Da hat er sich nicht mehr blicken lassen Wie Tito Dieser Lügner Der hat auch Ein Vers Haben wir den vorgelesen Dann hat er selber in seinen Büchern gelesen Und wo er gesehen hat Der Vers ist richtig Hat er nicht mehr weiter gelesen Hat die Kamera ausgemacht Da steht Da gibt es doch ein Hadith Wo Ach wie heißt nochmal Der Wal Der Wal bei euch Der im Bauch war Hier Ja bei euch Der Wal Der drei Tage im Bauch war Ah Yunus Yunus war das Also der im Bauch war Yunus glaube ich Ja ich glaube ja Ich möchte Da gibt es ein Hadith Wo Mohammed sagt Wer sagt Dass ich besser bin als Yunus Der ist ein Lügner Ja 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 Richtig Und dann hat Tito das vorgelesen Wo er dann am Ende kam Wo drinsteht Dann der ist Da hat er nicht mehr weiter gelesen Hat Kamera rausgemacht Hat so getan Ist weg Dann Und wie so ein Kind ist er dann Hat er so Videos abgespielt Als wenn nichts wäre Als wenn er das nicht mehr Statt ehrlich zu sein Weißt du Da waren keine Ahnung 200 Leute Du liest das Ja okay Wenn das da steht Dann ist das so Was da waren jetzt so schlimm Zum Beispiel Aber das zu verstecken Das war ja peinlich Ja ja Weil die wissen es selber nicht Und wenn sie damit Konfrontiert werden Werden die geschockt Ja Und dann wollen sie Ja das steht ja da drin Steht ja da drin Wer sagt Kennst du den Wo das drinsteht Wo steht was das hier Mit Junus Nein Ja genau Wer sagt dass ich besser bin Ich weiß nicht Wie heißt der Junus Wie heißt der bei uns Oder Junus Nochmal Nein Jerry Bist du noch da Jerry Wie heißt nochmal Wie heißt nochmal Der im Wahl war Bei uns Wie heißt der Ich komm nicht drauf Nun meinst du Nun Ja ja Josef Nein Nicht Josef Bei uns war doch Josef Bei uns Drei Tage war doch Im Bauch des Wahles Ja ja Jonas Genau Jonas 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 Genau Jonas Das ist nicht mehr wert Mann Ich dachte Du meint den Schlam Ja Blumentar Man kann Einer Jero Minion Ist Blumentar Ja Genau Ja Genau Und da steht ja drin Wer sagt Ich bin besser als Jonas Der ist ein Lügner Ja Die sind nur dumm Die können es ja auch anders deuten Die sind nur dumm Ja Der Wahnsinn Ja mega mega mach ich Könnte keiner machen Ich weiß nicht aber ob das Ja ok mach ich Ich glaube ich habe Dicef 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 ein Video stream. Perché non puoi aprire la camera? Io? No, non voglio sai, che stanno provando di sapere chi sono e poi... Sì, ma lo so per far vederle quelle. Sì, lo voglio fare però aspetta un po', lo farò. Se no, quando vai e tu apri la camera, ti metti una maschera, non puoi fare niente. Sì, sì, perché guarda che la ultima volta hanno provato a riconoscere non so chi, solo con su... su... Rappi? Non, einfach sulle Silhouette sullo Spectro. Ha si verspiegelt sulle Laptop, selle Bilde ha si verspiegelt sulle Laptop, perché il filtro ging aus, sulle Schwarzman konnte insieme haben dann Screenshot gemacht und weitergeschickt. Es ist zu gefährlich für mich, du weißt, die bedrohen mich doch die ganze Zeit. Wir schreiben mir, wie schneiden wir die Zunge, wie machen wir dies? Ich muss sagen, bis heute nichts bei mir, gar nichts. Ja, weil du ja nicht... Die haben eine Bevormundung. Wenn die sind, du hast schwarze Haare, du bist auch wie ein Araber, fühlen sie sich ja, einfach, dass sie ein Recht haben, die irgendwie. Und außerdem, ich kenne die Quellen. Ich verspreche die Sprache und ich bin zu gefährlich für sie. Vorhin war hier einer, der hieß... Wer hieß der nochmal? So ein Moslem, der hat ein paar Hadith gegeben, dass Mohammed gesagt hat, man sollte seine Sklavin gut behandeln, Essen geben, nicht Klamotten geben, ein Dach über den Kopf. Und ich habe ihm gesagt, okay, was ist der Unterschied zwischen einem Esel bei dir zu Hause und einer Sklavin? Ein Esel gibst du Essen, dein Sklavin gibst du Essen. Ein Esel gibst du ein Dach über den Kopf, deine Sklavin gibst du ein Dach über den Kopf. Ein Esel lässt du nicht frieren, dein Sklavin gibst du auch Klamotten, damit sie nicht friert. Und ich habe gemeint, der einzige Unterschied, dass du deinen Esel nicht vergewaltigst. Also der Esel geht es viel besser, als ein Sklavin in der Islam. Das hat ihm nicht gefallen. Und ich habe ihn dann die Hadith gelesen, wo Mohammed dann angefangen zu schreien, zu beleidigen, der hat mich gar nicht antworten lassen. Ich habe ihn gelassen, reden, ich habe ihn drei Minuten gegeben, ich habe einen Timer gemacht, damit keine hinstellt, und der wollte mich danach nicht reden lassen. Dann hat er angefangen zu beleidigen. Aber du siehst doch, für jede Sache suchen wir Ausrede. Für alles. Außerdem Mohammed wollte er die Esel. Ich habe ihn den Hadith gelesen, Sahih, wie du weißt, ich habe nur die Sahihs, ich habe ja nie die Sahihs gelesen, weil ich debattiere viel, und ich darf da keinen Fehler machen. Alle Hadithe, die ich kenne, sind sahih, automatisch. Und ich habe ihn den Hadith genannt, wo ein Typ sechs Sklaven befreit hat, und dann kam Mohammed, und der hat ihn beleidigt, und der hat dann vier zur Sklaverei zurückgeschickt, und nur erlaubt, dass zwei befreit werden, und vier zurück zur Sklaverei, und der hat ihn auch noch beleidigt, weil er sie befreien wollte. Ich habe ihn den anderen Hadith gelesen, wo Maimona, die Ehrfrau von Mohammed, die Sklavien befreit hat, und dann Mohammed sagte, hättest du sie lieber deinen Onkels verschenkt, hättest du mehr Belohnung von Allah. Also hättest du sie lieber deinen Onkels verschenkt, statt sie zu befreien, hättest du mehr Belohnung von Allah. Habe ich ihm gesagt, was meinst du hier, will er hier die Leute befreien, oder ist er dagegen? Ja. Also mit mir können sie ihre Spiele nicht spielen, weil ich debattiere. Alle Ausreden, und alle Antworten kenne ich auswendig. Verstehst du? Abu Farao, ich habe vorhin die ganzen Hadithen mit Nummern und alles gezählt, und der Bruder hat das gezeigt, kann ich dir gerne schreiben. Abu Farao, schreibe mir einfach, was du genau brauchst, welche Quelle, und die gibt's dir. Also alles nur in der Sache, was ich gelesen habe. Meimun Ebn Tulhadid, seine Erfrau hat ihre Sklavin befreit. Ja, und es gibt viele. Ich habe dann den Hadith gelesen, wo Omar die Sklavin schlägt, weil sie sich bedeckt hat. Und ich habe noch den anderen Hadith, ja, dass sie die Mütter von deren Kinder, die Sklavinnen, die verkauft wurden, auch wenn sie Kinder mit denen hatten. Und man hat die Mütter von Kindern, habe ich auch gelesen. Ich habe ihn gelesen von den verheirateten Frauen, Sur Nisa 24, dem Tafsir, dass auch verheiratete Frauen vergewaltigt werden dürfen im Islam, wenn du sie als Beute nimmst. Und ich habe ihm dann gar alle Quelle gegeben. Und er wusste, deswegen fing er zu beleidigen, weil er dachte, ich würde keine Antwort geben. Aber als ich gesagt habe, okay, warte, ich antworte dir jetzt, fing er dann zu schreien, der wollte gar nicht ausreden lassen. Sogar die Muslime, die zwei Muslime, die da waren, haben ja gegen ihn ausgesagt. Sie haben gesagt, das geht nicht. Und du hast ihn nicht reden lassen. Wenn du eine Antwort haben willst, dann warte, dass er die Antworten. Und dann fing er mich zu beleidigen. So wie der gestern. Bevor ich weggegangen bin. Hoffnung heißt er, Hoffnung. Ah. Dann lass mal Hoffnung. Ja. Ja, aber ich hoffe, ich werde das haben. Ich würde das haben hier auf meinem Video, dass ich das schneiden kann. Aber ich kann nicht alles auf mein Handy hochladen. Das ist bescheuert. Nee, Alexa, ich habe gar nicht gefeiert. Ich habe gestern Lasagne gemacht. Oh. Jetzt für uns, die wir sind. Sehr frisch. Und das war's hier zu Samstag. Samstag. Mit Lasagne. Vom Barilla nehme ich die gemacht. Ja, die sind sehr gut. Die sind wirklich gut. Alle anderen kannst du vergessen. Alle anderen kannst du vergessen. Ja, ja. Und ich mache die aber, wie meine Mutter die gemacht hat. Wo immer. Ich mache die mit frischen Champignons noch. Nee, ich mache die noch mit frischen Champignons. Dann koche ich Eier. Hart gekocht. Dann zerquetsche ich die. Da kommen noch Eier rein und Schinken. Und am Ende keine Mechamel oder so einen Scheiß. Sondern nur Parmesan Schicht oben. Ich habe mit Bolognese immer und Auberginen. Genau, richtig. Das kannst du auch. Sehr lecker. Ja, das ist a la parmigiana. Das kann man auch benutzen. Statt dir als Platten tut man die Auberginen wie eine Schlitzel frittieren. Panieren. Ja, ja, ich kenne das. Das habe ich auch mal gemacht. Aber mein Lebensgefährte mag keine Auberginen. Deswegen muss ich die so machen. Ich kann sehr, sehr gut kochen, Babu. Sehr, sehr gut. Krass. Sehr gut, ja. Ja, sehr gut. Egal, alles. Selbstgemachte Pasta. Arancini. Egal, alles. Oh, Arancini. Nie, liebe ich. Arancini mit Spinat. Ja, mit Hackfleisch auch. Oder mit Jaja. Hab ich geliebt. Ja, mit Hackfleisch und Bohnen. Mit Erbs. Ja, mit Spinat. Gibt es auch die mit Spinat machen. Käse, glaube ich. Ja, habe ich auch gegessen. Gibt es. Ja, Arancini habe ich auch gemacht. Auch diese ganze Pachisserie, diese ganzen Süßigkeiten. Hat ja auch sehr lecker. Wie bei uns in Marokko quasi die Süßigkeiten. Diese kleinen Kekse und so. Genau. Das vermisse ich. Das vermisse ich auch Italien. Auch diese, diese Herzlichkeit. Die ist hier abangekommen in Deutschland. Ola Borgos frühe aufstehen. Weißt du, italienische Kaffee, Cornetto, La Crema. Ganz andere Atmosphäre. Ganz anders. Die sind herzlich und die reden laut. Und das ist wirklich immer, immer, äh, äh, Dings. Ja, Action. Das ist schön. Man fühlt sich wirklich wohl. Ja, mir gefällt es auch nicht. Ich war da oft. Wie gesagt, du weißt, ich war da fast überall. Urlaub. Und das hat mich nicht fremd gefällt. Guck mal, was für ein Unterschied. Nein, weil viele Marokkaner, äh, äh, sind ja bei uns auch ganz, ganz viele. Auch am Strand und sowas. Die sind ja schon sehr lange da. Die verkaufen ja auch bei uns am Strand und so. Aber, was mich wahrstellt, dass die Menschen trotzdem noch herzlich sind und so. Gegenüber Ausländer. Ja, bei solchen, ja. Das ist ja wie zum Beispiel bei mir, ich bei Deutschen. Weil das sind ja, wir sind ja Menschen, die in einem Land reinkommen und als Gäste da sind. Also muss man, du kannst dich ja da nicht aufführen, wie du willst. Du bist nur in meinem Haus. Nein, ich meine, nein, ich meine, dass die Italiener trotzdem sie noch dulden nach den ganzen Problemen und so, dass sie trotzdem noch hässlich sind gegenüber die Ausländer. Verstehst du? Ja, sag ich ja. Weil die sich an die Regeln halten, so wie ich mich hier in Deutschland halte. Ja. Das geht nicht. Natürlich. Aber jetzt, du siehst, in Italien haben die auch keine Kraft mehr. Da sind ja auch ganz viele, die gekommen sind. Kann ich auch verstehen. Die Rechte. Ja. Aber in Italien ist nicht wie hier in Deutschland. Guck mal, weißt du, wie viele Moschee es hier gibt? Wo in Deutschland? Keine Ahnung. Über 3.700. Und es werden immer wieder neue gebaut. Weißt du, wie es es in Italien gibt? Ja. Sieben. 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 Ja. Weil das ist ein christliches Land. Verstehst du nicht mehr? Du kannst doch nicht anfangen, da eine Religion zu ändern. Das wäre wie, wenn ich in Afghanistan hingehe und da 5.000 Kirchen baue. Oh Gott, in Marokko, wir haben 64.000 Moscheeen in Marokko und wir haben 54.000 Straßenkinder. Also hätten sie daraus wenigstens Heim, weißt du, hätten sie daraus wenigstens Kinderheim gemacht, statt Moscheeen. Weißt du? Und wie viele Kirchen? Nicht viele. Also nur die, die damals gab, die noch nicht kaputt gegangen sind, aber nicht wirklich besucht. Ganz wenige in Marrakesch noch da, wo, weißt du, viele Touristen sind, paar, aber jetzt nicht mit Glocken oder, nee. Aber darfst du da als Gläubiger irgendwie reden auf der Straße? Nein, das heißt, du machst die Muslime unsicher in deren Religion. Nein, das ist verboten. Das ist nicht Prediger. Siehst du, schon alleine ist verboten, an das zu glauben, was du möchtest. Guck mal, und dann ist schon wieder die Lüge von wegen, mein Glaube, mein Glaube, dein Glaube, dein Glaube. Von wegen. Nein, darfst du nicht. Ja, ja, haben die das recht. Hier in Deutschland können die so sagen. In Islamländern dürfen keine Kirchen gebaut werden, keine Synagoge, die dürfen nicht renoviert werden, saniert werden. Gar nicht, darfst du nicht. Bis die kaputt gehen, damit sie auch verschwindet. Das ist ja der Sinn. Ne, Oma, 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 komm mal hoch, wenn wir keine Ahnung, komm mal hoch, du alt bist da, komm mal hoch. Komm, sag uns, ich habe keine Ahnung. Wovon, wovon haben wir keine Ahnung? Was ist denn falsch? Was ist falsch? Komm, und lade dem ein. Papa, du musst doch mal die, 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 einfach, einfach mal einladen, die Leute. Mach ich auch, wenn du möchtest. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Morgen. Was haben wir falsch gesagt? Zum Beispiel in Mailand, wo ich bin geboren und von meinem Vater, wie gesagt, da gibt es Kirchen, auch Moscheen. Egal, ob das in einem Muslimland oder Christlichenland. Es hat nichts damit zu tun, weil du behauptest, ist angeblich ja da christliche, wer ist Gemeinde oder sonst was. Nein. Gibt es bei uns Moscheen, gibt es auch... Hat der von Marokko gesprochen oder von deinem Land? Woher kommst du denn? Meine Mutter ist Deutsch-Kasachin und Kasachin ist auch ein Muslim. Wer hat doch von Marokko gesprochen, Oma? Wieso lügt er jetzt? Er hat nicht von der ganzen Welt gesprochen, sondern von Marokko war gerade die Rede. In Marokko gibt es auch christliche Kirche. Hat er ja gesagt. Hat er gesagt, dass es ein paar Kirchen gibt. Also wo hat er da was Falsches gesagt? Aber darf ich in Marokko mit einer Bibel rumlaufen und evangelisieren und sagen, Jesus Christus ist Gott, bitte kehrt alle um zu Jesus Christus? Darf ich das? Nicht ganz, nicht ganz. Ich sag auch ehrlich... Es wäre gefährlicher aber für mich, oder? Ich sag auch ehrlich... Wie gesagt, wenn zum Beispiel in meinem Land, wie es rumläuft, hast du erlaubt. Aber das ist genauso, wenn hier die, wie es christliche, wie es an Häusern rumläuft. Das ist das gleiche Beispiel, wenn Muslime vor deinem Haus läuft. Das ist das gleiche Beispiel. Ich weiß, was ich wollte. Aber du hast... Aber du hast... Aber wir haben hier... Claudio, wir haben hier in Fernmoesin. Die rufen hier, können die Kirchen bei euch auch wie die Glocken? Ja, bei uns leuten die Glocken. Und in welchem Land hast du noch mal gesagt, Mutter? Ich habe nicht richtig verstanden. Meine Mutter ist Deutsch-Kasachin, Papa ist Afghana. Also wenn du sagst, mein Land, welches Land meinst du? Afghanistan? Beides. Also in Afghanistan gibt es Kirchen jetzt, die Glocken klingeln und man darf in der Straße sagen, Jesus ist Gott, folgt mir und predigen. Habe ich richtig verstanden? Das... Diese Kirche gibt es seit über 1000 Jahren. Auch in Münzland, auch in anderen Ländern. Sind Sie noch besucht in Afghanistan? Klingeln die Glocken da auch? Ja, klingeln auch. So, okay, da habe ich nicht gesehen bei Taliban. Wer war denn? Ja. Okay, wenn nicht mal Frauen sich sagen dürfen. Okay. Wenn nicht mal Mädchen in der Schule dürfen, weil es Haram ist, glaube ich, dass sie da irgendeine andere Religion erlauben. Ich sage ehrlich, es kommt an, weil viele Medien nicht viel Preis geben. Ich sage dir auch ehrlich. Weil ich selber in Afghanistan war. Meine Eltern und Familie kommen auch in Afghanistan. Die wohnen auch nicht in Afghanistan. Also alle Leute, die ich in Afghanistan kenne, sagen, eine Frau wird geschlagen, wenn sie ohne Burka rausgeht. Kleine Mädchen dürfen nicht in den Schulen. Auch der Sprecher für Taliban, als der Typ von Bild interviewiert hat, hat ihm gesagt, nein, bei uns hier wird die Scharia herrschen. Und Mädchen werden nicht in die Schule gehen. Nur Allah wird in dieser Land gebetet. Warum haben sie überhaupt die Land übernommen, wenn es nicht um den Islam, damit der Islam und Scharia herrscht? Wie viele Christen leben in Afghanistan? Wie viele Christen leben in Afghanistan? Können wir jetzt Google freuen, wie viele Christen in Afghanistan leben? Könnte man Google fragen? Ich sage ehrlich, das Problem ist bei euch, ich sage bei euch komplett, egal ob welche Religion oder Nationalität, ihr guckt nur diese deutschen Medien. Das ist das Problem. Machen so keine Videos. Oder du bist doch YouTuber. Warum postest du keine Video von Mädchen mit Mini-Rocker in Afghanistan mit offenen Haaren, Kirschen die Glocken und Mädchen die zur Schule gehen. Warum postest du das nicht? Wir würden gerne reden. Babo, Babo, Babo. Die Frau am Strand, zeig uns auch Frauen am Strand, Christen, die predigen. Warum zeigst du das nicht in deinen Videos? Wir haben keine andere Videos, außer die von Afghanistan kommen. Babo. Ich habe die Leute gesehen, wie sie sich festgehalten haben an Flugzeuge, um wegzuwenden von Taliban. Das waren sogar Muslime. Und du wirst mir sagen, dass Christen da gedudelt werden? Sogar die Menschen, die haben sich an fliegende Flugzeuge gehalten. Die sind runtergefallen und gestorben. Richtig, genau. Und das sind die Pläne, die davon abgehauen. Sind das Christen, die hierher kommen? Falsch. 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 Das ist schon komplett falsch. Wie viele Afghane haben wir hier? Wie viele Afghane sind da abgehauen von Taliban? Wie viele Afghane leben in Deutschland? Also Landen. Ich wollte, wenn du mich so fragst, dann antworte ich auf deine Frage. Also die, die Bürgergeld beziehen. Die haben letztens gezeigt, welche die am meisten Bürgergeld beziehen. Das sind Afghane 700.000 Flüchtlinge. Babo, lass mich mal aussehen, dass ich die Antwort auf deine Frage gebe. Aber es ist keine Antwort auf die Antwort auf deine Frage. Als wäre Afghanistan San Francisco. Also ich bitte dich. Wir kommen hier nicht hinter den Mond. Guck mal, Afghanistan 1930, 1970, wie überhaupt. Ja, vor dem Islam. Genau. Vor dem Islam. Was der Shah noch gab. Vor dem Islam. Ja. Punkt eins. Das war auch Muslim. Die waren viel moderner. Das war kein Scharia. Das war kein Scharia. Aber guck mal, Oma. Normalerweise diesen Satz, den du geschrieben hast in Chat, der trifft voll und ganz auf dich zu. Du schreibst, wenn ihr keine Umarmung habt, dann einfach ruhig sein. Ich müsste das eigentlich dir sagen. Baba, auch wenn du keine Ahnung hast, dann einfach ruhig. Was erzählst du ihnen da, dass ich in Afghanistan mit einer Bibel rumlaufen kann? Wovon träumst du nachts? Bleib doch bei der Wahrheit. Schreibst uns, wir reden über Marokko. Du kommst ja. Afghanistan ist ja noch schlimmer. Er sagt, Afghanistan hat eine Sklavenbörse. Warte, Oma. Er schreibt, Afghanistan hat sogar eine Börse. Ich meine, eine Sklavenbörse. Eine Frage. Wie heißt Arne? Mega, mega. Ich sag' ehrlich, wenn du behauptest so Dinge, warst du selber in Afghanistan? Hast du mit eigenen Augen gesehen in Afghanistan? Der ist doch nicht bescheuert. Der ist doch nicht bescheuert. Der ist doch nicht bescheuert. Wenn ich in Afghanistan wäre, würde ich nie wieder zurückkommen als Christ, wenn ich da mit einer Bibel rumlaufen würde. Merkst du was? Man will seinen Kopf loshaben. Man will seinen Kopf loshaben. Sogar die Militär von Afghanistan versteckt seine Klamotten vom Militär, weil Taliban sie tötet, weil sie mit den Amerikanern zusammen waren und geholfen haben. Leute haben ihr Leben riskiert, Oma. Leute haben ihr Leben riskiert. Genau. Leute haben ihr Leben riskiert, um die Bibel da reinzubringen in das Land. Nur um die Bibel reinzubringen in das Land. Sogar die Übersetzer wurden umgebracht. Die haben nur übersetzt und die wurden hinterher verfolgt und geschlachtet. Nee. Nein, ich bin ich besorgt mal Leute hier reinzubringen. Wann warst du oder tense llamen? Wann warst du schon damals? Was w출st du mehr. Ich war in März jetzt in Afghanistan. Und was? Hast du Videos, Bilder? Wie gesagt, ich hatte Bilder. Rabbi, der Kollege hat ini Fotos, mit Videos. ich habe alles. Ja, dann poste wurde, wie folgende, wir gucken, wo ist dein Kanal? Steht hier dein Kanal, Inno? Kann niemanden schicken? Ich poste das auch nicht in YouTube oder sonst was. Ich sage ehrlich, was er bei einer Frage sagt. Also Lüge, also Lüge. Keine Beweise. Nein, nein, nein. Ich war mit dem nicht alleine da, ich war mit meinem Kollegen da. Du sagst, Bruder, du sagst, ich lüge, dann sollst du mit einem Beweis kommen, dass es nicht stimmt und uns zeigen die Wahrheit. Du musst Beweise haben, nicht behaupten. Jeder kann behaupten, ich kann auch behaupten jetzt, dass Iran voll offen ist und dass die braun-nackt drauf gehen sollen, dürfen, dass sie arbeiten können und dass da, was weiß ich. Aber das wäre nur Behauptung ohne Quellen, ohne Beweise. Warte, warte. Wer hat diese Taliban erschaffen? Wer hat diese Deutsche erschaffen? Hat Amerika den Islam erschaffen? Hat Amerika den Koran geschrieben und die Hadith und die Sunnah? Nein, hat nicht. Du beantwortest nicht meine Frage, mein Freund. Du beantwortest nicht meine Frage. Die Ideologie ist das Problem. Die Scharia ist kein amerikanisches Gesetz. Das amerikanische Gesetz ist bekannt. Das ist Demokratie. Scharia ist kein amerikanisches Gesetz, es ist ein Taliban-Gesetz, ein islamisches Gesetz. Punkt. Egal wie das geschafft hat, egal wie die Hilfe bekommen hat, wir wissen, dass die Chefs bei Katar waren und als die die Macht übernommen haben, dass Katar dir geholfen hat, das wissen wir ja. Sie sind doch geflogen von Katar nach Afghanistan oder nicht? Nein, nein. Aber in Katar sind sie nicht mit einem Militärflugzeug von Katar zurückgeflogen nach Afghanistan? Wer, nein, ich habe euch mal gefragt, wer hat Taliban oder wer ist diese ISIS gegründet? Guck mal, sie haben die Ideologie, auch wenn sie Geld bekommen haben, sie haben die Ideologie für Töten und Vergewaltigung für sich. Ja, das war meine Frage. Werden sie jetzt noch unterstützt von Amerika? Werden sie jetzt noch unterstützt von Amerika? Oder nicht? Oder ist sie die Ideologie für Töten? Ja. Ja. Also Amerika gibt es jetzt einfach, damit die Scharia erherrscht, also Amerika unterstützt von Amerika? Sie werden unterstützt von Kalibanolises. Das, was die machen, steht im Koran. Das, was die machen, steht im Koran. Auch wenn du sagst, Amerika ist vor 1.000 Jahren. Nein, 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 nein. Das steht nicht im Koran. Beweis mir das, wo das drin steht. Was steht nicht im Koran? Sag mir, was haben die gemacht, was nicht im Koran steht? Oder was hat ISIS sogar gemacht, was nicht im Koran steht? Ich gehe mit dir noch weiter, ich bin Taliban. Was hat ISIS gemacht, was Mohammed nicht gemacht hat und was der Prophet nicht gemacht hat und seine Freunde und was nicht in dem Koran steht? Was? Mein Freund, ich merke, dass du keine Ahnung von Koran hast, mein Freund. Ich hole dir jede Verse, ich hole dir jede Verse raus, wenn du bist. Sag mir nur, welche Sachen und ich bin rein dir durchgegeben. Ich habe auch alles da, ich habe auch alles da, komm. Ja, dann sag mir was. Was haben die gemacht, was es in dem Islam nicht gibt? Was hat ISIS gemacht, was es in dem Islam nicht gibt? Wer, dann frage ich, wer hat den Voltzertum reingeflogen? Wer hat ISIS erstattet, wer es gegründet? Wir wissen, das waren Leute aus Hamburg, die wurden gebildet von einem marokkanischen Imam, der wurde verhaftet in Marokko, der König hat den Leschen. Ich kenne den Islam. Es gibt so Videos. Nein, nein, du hast keine Ahnung. Die sind von Hamburg geflogen, die haben hier in Hamburg die Ausbildung. Nein, nein, nein. Weißen ihr Leute? Oh Mann. Die Moschee wurde geschlossen. Ich höre nur nein, du hast echt einen negativen Aura an dir. Ich würde bei dir mal wegmachen, Ex-Moslemme, schreib einfach, du bist Christ. Feierabend. Bei dir passt nicht Ex-Moslemme. Ich bin nicht Christ. Ich bin gar nicht. Ich bin nur Ex-Moslem. Ich bin nicht Christ. Die Bibel doch gar nicht gelesen. Du bist keiner denn Christ sein. Weil du keine Ahnung davon hast von dem Koran. Aber ich habe dir gesagt, sag mir, was haben die gemacht, was es nicht in den Islam gibt? Also du hast... Also du hast... Ich hole die jetzt den Fert raus. Sag mir nur eine Sache, was die US nicht gemacht hat, was die US nicht gemacht hat. Ich wollte es. Jeder behaupte, angeblich Taliban ist eingefloh. Ich habe dir jetzt gesagt, ja, sag mir eine Sache, die IS gemacht hat. Weil ich die Recht habe, weil ich die Wahrheit zeige. Du kannst mir jetzt, guck mal, du kannst mich jetzt stimmen. Du kannst jetzt eine Antwort geben und ich sage gar nicht mehr. Sag mir eine Sache, die in den Islam nicht gibt und die von IS gemacht wurde. Was haben die gemacht, was ihnen den Islam nicht gibt? Wenn ich die denn ins Gegenteil beweisen kann, 100%. Sag mir eine Sache, such die aus. Egal was die IS gemacht hat. Egal. Und ich hole jetzt den Fert raus aus dem Koran. Aus meinem Kopf. Wer... Jesus hat Amerika und Israel erschaffen. Oh, ey Allah. Nein. Also dann... Entschuldigung, wurde geront. Also es macht keinen Sinn. Eine Frage sagt mir. Amerika hat Taliban. Amerika hat Mohammed geschaffen. Amerika hat den Islam geschaffen. Amerika hat Aisha... Immer die anderen. Immer die anderen. Amerika hat Aisha geheiratet. Amerika hat Menschen versklagt in Saudi-Arabien und verkauft in der Märkte in 1962. Du darfst... Also wer hat die Leute verkauft auf dem Markt neben den Kabern? Bis 1964 wurden Menschen neben den Kabern verkauft. War das Amerika? Amerika hat sie sogar boykottiert. Sie hat Druck gemacht, dass sie gar nicht mehr verkaufen oder kaufen können von dem Ausland, damit sie das verbieten. Das ist mir für den Müll. Sie konnte nicht eine Sache nennen, was die IS gemacht hat, was es nicht in den Islam gibt. Deswegen wollte ich ja, dass der hochkommt, weil er gesagt hat, wir reden über Lügen. Wir reden gerade über Dinge, über Marokko. Aber Afghanistan ist ja noch schlimmer. Ja, Mann. Ja, Aka, Cappuccino hat 9000 Juden. Ja, die haben sogar die Schiiten hingerichtet. Die IS haben sogar die Schiiten hingerichtet. Die haben die auch als Profil geklärt. Bavos haben Leute ihr Leben riskiert, um die Bibel reinzuschläuchten in Afghanistan. Ja, Mohammed Mokoni schreibt mir, die werden mich verrückt machen. Ich weiß, ich werde meinen Verstand verlieren, diese Muslime. Mit Finca. Danke. Wahnsinn, Claudio, oder? Ja. Ja. Guck mal, was für eine Takija. Stell dir mal vor, Babo, Hand aufs Herz jetzt. Einfach nimm mal deine Hand, tu dir aufs Herz und überleg mal, was der gerade gesagt hat. Stell mal vor, das wäre jetzt so mein Freund, den ich so kennengelernt habe und so. Und der redet dann so schön, nein, klar, du bist präsent. Und du gehst nach Afghanistan. Geh doch nach Afghanistan. Geh doch da Urlaub machen. Dann geh ich nach Afghanistan, geh spazieren so mit Bibel und so. Und wie hier in Deutschland willst du Jesus kennenlernen und bin dann auf einmal tot. Überleg mal. Allein mit, Bruder, allein mit einem Kreuz an deinem Hals bist du schon Eleni. Richtig, überleg mal. Überleg mal, was für... Peinlich. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, aber das ist... Das sagt ja... Nicht viel zentrales Cappuccino. Drei Tage. 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 Hat der gestern noch zugegeben, hast du gehört, ne? Diese eine. Mhm. Der bei dir war. Wo ich den rausgelockt habe. Wie sein wahres Innere war. Mhm. Natürlich wurde das weiß ich. Natürlich sind doch so schlimm. Und für die bist du noch schlimmer als ich. Ja, klar. Ich bin für sie. Ja, ich bin für sie. Die hassen mich. Weißt du, wie sie mich hassen? Wie der Typ vorhin mich beleidigt hat und sie spricht auf Arabisch. Du bist doch Marokkaner. Ich sage, ja und? Nur weil ich Marokkaner bin, soll ich für diese Sachen stehen oder was? Ja, was hat das mit der Herkunft? Du bist doch Araber. Du bist ja mein Gott. Schande. Also, ey, Gott. Gott. Also, ich verstehe dich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es hier um Nationalstolz geht. Hier geht es um Gott. Gott hat keine Religion. Gott hat uns alle Menschen geschafft. Jeden Einzelnen. Weiblich und frage. Das heißt, es gibt nicht. Ich bin Italiener. Ich bin Deutsch. Ich bin Türkisch. Ich bin Marokkaner. Da macht Gott keinen Unterschied. Ob sich die Länder dann aufgeteilt sind im Laufe der Jahre ist was anderes. Ja. Aber wenn du gottgläubig bist und glaubst an Gott, dann ist es vollkommen egal, wie du kommst. Was ist das für eine Aussage? Und wenn Gott nicht sagen, dass wir losziehen und Leute hinrichten sollen und deren Hab und Gut klauen sollen und ihm dann 20% geben. Ich meine, was ist das für eine Mafia? Ja. Ja, das stimmt. Schnappt sich auch die Beute. 20%. Und wer mich beklaut, wird damit kommen vor mir mit den Händen voll mit das, was er geklaut hat. Der Insass von meiner Beute klaut, kommt damit voll mit seinen Händen und ich werde ihn ja bestrafen in den jüngsten Tag. Der streitet mit denen, der hat Angst, dass sie ihn beklauen. Dass sie sein 20% Insass von Frauen, irgendwelche verbrannten Töpfe, irgendwelche kaputten Sandalen. Was hatten die Leute überhaupt damals in der Bibel, das so wertvoll war für Allah? Was hatten diese Menschen überhaupt, was so wertvoll für Allah war? Die hatten gar nichts. Die hatten nur kaputte Sachen, die schon voller Löcher waren, nur gefressen von irgendwelchen Bakterien oder irgendwelchen Insekten. Kaputte Klamotten, kaputte Leder-Sandalen. Die hatten selbst nicht mal was zum Anziehen. Wer soll Allah davon haben wollen? Und Frauen und Kinder. Aber was will Allah überhaupt? Was will Allah überhaupt mit der Beute? Der Schöpfer von 200 Milliarden Galaxien streitet in einer Wüste für irgendwelche Sandalen und kaputte Töpfe. Und führt Kriege. Du musst echt anfangen, die Bibel zu lehnen, Papu. Oder die zu hören. Hast du die runtergeladen, die App? Noch nicht, kann ich machen. Ich habe jetzt nur den Film, den ihr mir gezeigt habt, gesehen. Hast du den Fall Jesus oder welcher? Ich habe eine Serie geguckt. Ah, okay. Gott, oder was war das? Auf Netflix. Auf Netflix. Das ist eine neue Serie. Die haben geschrieben, die ist wirklich zu 100 Prozent nach Evangelien geschrieben. Die Bibel heißt die? Nee. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, Jenny kennt das. Wie hieß das? All the chosen, meinst du? All the God. Ja, God. All the chosen. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich irgendjemand hat mich da angelogen. Die ist nicht sehr, man kann viel ableiten, aber es ist nicht sehr biblisch. Ja. Ich hätte lieber die andere geguckt. The Bible heißt die. Gucke ich. Auf Netflix? Ich glaube, ja. Auf Netflix oder auf Bibel TV, kann man auch. Aber ich gucke auf Netflix, ja. Gucke ich später. Okay, gucke ich, Bruder. Ja, weil da ist viel erfunden in chosen auch. Das ist... Ja, gucke ich mir. Ich hätte sowieso nicht angefangen, Barbara, für dich die Serie. Ich hätte einfach nur, wenn du auf YouTube einfach nur Jesus Christus Film eingibst, dann gibt es einen Film, drei Stunden geht er, damit du weißt, wo er wiedergeboren ist, von Maria und bis zur Kreuzung. Dann weißt du schon mal ein bisschen was über die Evangelien, über das Neue Testament. Okay, verstehe. Das habe ich nicht gesehen. Da stand das nicht. Ja, hast du recht. Von Kindheit und so gibt es nicht die Serie, ja. Genau, einfach nur ab der Geburt von Jesus Christus, wie der Engel Jibril kommt. Genau, wie der Engel Jibril kommt und sagt, Maria, fürchte dich nicht. Du wirst... Gott hat dich auserwählt oder berufen dazu. Und du wirst ein Kind bekommen. Und sie sagt ja, wie? Ja, der Heilige Geist wird über dich kommen. So, und dann... Ja. Fängt es an. Fängt es an. Vor ich schlafen gehe oder morgen mit drei Stunden sind, dann gucke ich es mir eher morgen tagsüber. Genau, einfach das Leben Jesu Christus. Er gibt einfach Jesus Christus. Da gibt es drei Filme. Die sind aber alle drei gleich. Nur drei verschiedene Schauspieler. Eine gibt zwei Stunden, eine drei Stunden. Und... Ich glaube, ich habe schon mal... Da hat mir, ich glaube, Dings gezeigt. Oban, glaube ich, hatte mir damals gezeigt. Diesen, ja, ja, glaube ich kennen, wo er mit einer Hölle, in einer Hölle mit dem Typ redet und ihm zeigt seine Hände, dass sie gekreuzigt wurden. Das meinst du? Ja, das kommt dann am Ende dann später bei der Auferstellung, ne? Ja, okay. Guck ich mir. Weil Muslime vergessen, dass ja bei uns... Muslime vergessen ja, dass bei uns Jesus Christus nach drei Tagen auferstanden ist. Komisch, dass das immer... Wie kann Gott sterben? Oder Gott kann sowieso nicht sterben, selbst Fleisch. Aber selbst das überall sehen die. Das kriegen die gar nicht mehr mit, dass Jesus aufgestanden ist nach drei Tagen. Und über 500 Menschen ihn gesehen haben. Überleg mal. Ja, ja, das ist mir schon... Ja, die sagen nein, das hat ihn keine gesehen, ja. Doch, natürlich. Die Muslime sagen nein, das hat ihm keine gesehen. Nein, selbst der Römer. Der Römer, der Jesus Christus dafür verantwortlich war, ihn einem Speer noch in die Seite zu stechen. Selbst er war danach nach drei Tagen auf der Suche, weil ja viele drüber gesprochen haben wegen der Auferstehung. Und er war dann Nachfolger Christi. Er hat ihn tot gesehen am Kreuz und dann lebendig. Und er hat ihm gefolgt. Ja. So, okay. Das wusste ich nicht. Doch, es gibt auch einen Film auch noch darüber. Es wurde auch verfilmt. Der Film heißt die Auferstehung. Warte, warum komme ich? Linguinus heißt der. Genau. Das war der Römer Linguinus. Der dafür verantwortlich war am Kreuz. Du musst dir vorstellen, pass auf, Jesus Christus wurde ja gekreuzt. Aber es war ja schon vorher, wussten ja die Menschen, dass er nach drei Tagen wieder aufersteht. Das hat er ja schon vor prophezeit. Und deswegen haben die Römer oder die Pharisäer natürlich Angst bekommen durch den Schriften, was da passiert. Und vor seinem Grab haben sie ein paar Römer aufgestellt zur Wache und das Grab versiegelt. Also wie ein Container, weißt du, wie ich meine? Dass man es verschließt. Genau. Dass da keiner raus kann. So. Und nach drei Tagen, ja, war das Grab komplett leer. Ja, Bruder Kuss, David, komm, komm, David, hoch. Schick Anfrage. Ich werde sowieso nicht mehr so lange machen. Ich habe morgen einen Termin. Sehr früh. Das heißt, sehr früh um neun. Deswegen müsste ich noch ein paar Stunden schlafen, wenigstens vier, fünf Stunden. Komm hoch, Bruder Kuss, David. Können wir uns ein bisschen unterhalten? Noch eine halbe Stunde vielleicht und dann gehe ich auch schlafen. Ja, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Ich kann auch um fünf nochmal einschlafen. Aber mit Kaffee? Ja klar, Kaffee mache ich mir jetzt. Trotzdem schlafen danach? Ja, ja, doch. Italien ist kein Espresso. Okay. Mir ist egal, ob ich einschlafe, nicht einschlafen. Du bist, weißt du, ich bin selbstständig. Ich kann um zwölf einschlafen, um eins, um drei. Ich auch, Bruder, nur wegen dem Termin. Wichtigen Termin und Schmuss raus. Bestellst du, ich muss ja. Weißt du, wach sein ist bisher was ernsthaftes oder so was Wichtiges. Und jetzt. Und ich habe ja schon ein bisschen geschlafen. Ich bin ja zehn reingeschlafen und um vier. Ich habe schon vier Stunden ein bisschen geschlafen. Ich bleibe nicht bei vielen in meinem Alter. Ich brauche höchstens sechs. Ich bin seit neun Stunden live. Ich bin seit neun Stunden live. Das macht ja auch müde und die ganzen Nerven mit dem Ich freue mich. Debatten. Ich hatte heute mehrere. Hi David, wie geht's dir? Guten Morgen. 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 ich mit meinem angeblichen islamhass dort nicht dass wir ohne kopf was wir kopf passiert nicht es gibt kirchen die glocken klingeln und so videos gemachten wo du märz da warst du mir sicher der war nicht alles trocken die arme leute die leiden und sagte der war dahin im märz dieses jahr und der hätte videos und bitte gemacht aber der möchte es nicht zeigen dass er doch ganz gemeint auch so richtig gemeint ja also überzeugen soja was ist das für ein teil damit wir auch fair sind klar da bekommt man nicht vernünftige möbel du meinst du in afghanistan schwester nicht weiß dass afghanistan ein schönes land und alles ja die hatten ja auch diese ganzen probleme mit dem islam ist wie war früher eine zivilisierte gesellschaft schaut euch um die alten gebäude ja aber leider wird das alles zerstört von den muslimen schwester weißt du die die zerstören die die monumente die zerstören ja die ganzen schöne statuen oder was auch immer weil die denken das ist götzen die ihnen ja leider die lassen uns nicht sehen stell dir mal vor wie viel wie viele sachen schon die muslime ja gestört haben wie wir als guck mal als is in danach also losgefahren sind so die haben ja auch schon tausende von jahren sind kaputt gemacht jetzt woher sollen wir wissen die konnten ja nun in die pyramide nicht kaputt machen sonst hätten sie auch kaputt gemacht die waren denn nur zu groß wahrscheinlich zu schwierig die hätten sie wahrscheinlich auch kaputt gemacht als die dann ägypten übernommen haben aber wir wissen nicht wie viel zivilisation ausgericht wurden auch in marokko werden auch wir hatten auch links pyramiden in marokko das wort pyramid auf arabisch kommt von einem alten wort von unserer sprache und das heißt arm das bedeutet ein stein auf den anderen so wenn du steine über den anderen macht bis sie so hoch sind heißt das arm und daraus kam auf arabisch dass wir das sind und die hatten auch welche in marokko aber die haben die gespürt haben sich zerstört die haben unsere kultur zerstört unsere schöne zivilisation zerstört weil das gegen islam die wollen wenn ich dann in ein land kommt muss er alles auslöschen damit die die bevölkerung seine geschichte nicht mehr kennt verstehst du damit man nicht weiß ob er eine seine zivilisation hatte oder nicht und man denkt ist nur einfach muslim und er war immer muslim ich kannte die geschichte von natafrika gar nicht ich habe meine wahrheit gefunden dank klarer schön freut mich für die schwester freut mich dass du die wahrheit gefunden hast ja und dann haben wussten wir auch unsere geschichte nicht die erzählen uns dass wir marokkaner aus jemen kamen als araber das stimmt erstmal nicht wie sind einmal sie wir sind eine sehr alte zivilisation der die älteste schrift von amazigh ist 4000 jahre alt der erste roman die geschrieben wurde ist ein amazigh roman die die mehrere farben von dem goldenen esel das eine der ersten romane und das war amazigh sprache und dann sagen die wir sind gekommen und uns und die leute da haben gelebt in höhlen und die hatten keine klamotten die haben einfach tiere gejagt das wären wir das waren die einfach wilde menschen und wir haben sie zivilisiert und so das stimmt aber nicht die geschichte ist falsch doch wie sie das erzählen das stimmt gar nicht deswegen sage ich das ist wirklich traurig dass wir haben die muslimer heute auch ein identitätsproblem wir sind der islam als die erst identität weil sie keine andere sie haben keine kultur die haben keine geschichte als wurde gelöscht und sie haben ja nur noch den islam der hat den alles genommen und nur diese glaube gelassen deswegen beschützen sie diese glaube weil das ihre identität sind die können sich nicht mit etwas anderes identifizieren ich meine man kann einfach sagen ich bin ein mensch muss ich unbedingt sagen ich bin ein moslem man kann auch einfach ein mensch sein sag mal weißt du zufälligerweise ab wann das anfing dass es im islam diese beschneidung gab was ich letztens gefragt habe ab wann es denn diese beschneidung vielleicht auch nur kulturell gibt in den amerikanischen ländern und der mohamed hat das empfohlen mohamed hat das empfohlen für frauen aber er selber also darüber gab es keine quellen dass er selbst beschnitten war ich glaube nicht nein nein es gibt nur den fall ich habe danach gesucht ich finde es nicht nee nee es gibt nur den fall wo er sein wo die ihm seine brust geöffnet haben aber das war glaube ich eine vergewaltigung zwei männer die haben ihn auf den boden geschmissen die sagen dass ne aber ich glaube der wurde da missbraucht als kind dreimal sie sagen die haben ihm da sein herz raus geholt und gewaschen und eine schwarze punkte auf sein herz genommen und dann zurück gemacht in seine brust und geschlossene als kind aber von beschneidung gibt es nicht wie gesagt von frauen die sagt ihr beschneidet da hat er gesagt beschneidet die frauen und deswegen werden auch heute leider mädchen beschneidet und und leider verletzungen verstümmelung das ist sehr traurig in ägypten passiert es auch sehr oft immer als ägypten und afrikanische oder islamische länder da wir machen das sehr oft ja ah der der miru ja der von den jonen ja die mohamed hat alles von den juden genommen sogar das waschen nach dem sex ist komplett 100 prozent von den juden genommen dieser rüssel bei der geneva nach dem sex dass du diese art das genauso wie den juden der hat komplett genommen von denen von den sahabi al-mende hier hat er die gebete genommen genau die gleiche uhrzeit sind gebete genau gleich wie die beten beten wir auch hat er auch von jedem was genommen die beschneidung der frau aber nicht ne das gibt es glaube ich gar nicht im judentum oder weiß ich nicht ne ich glaube das war bei den arabern nur so weil der hat das aber empfohlen es gibt ein hadith sahih wo er dann sagt genau das habe ich gelesen wenn sie mehr falls je länger dass ich mich das jetzt nicht weiß was ich meine die gelüste anregen könnte oder würde dass man das kürzt ne das um das zu minimieren ne er hat gesagt schneide so viel damit die frau und der man auch es genießt ja genau wir machen das auf klein fall das auf klein fall ne ne ich weiß ja aber wie du gesagt hast ja da müsste keine gefühl haben ja dann reden wir hier danke mir so gut dass du das sagst also die juden machen es schon mal nicht also das weiß ich dann jetzt schon mal so aber die männer aber die juden schneiden die jungs überhaupt den siebten tag oder achten tag genau ja das weiß ich genau als bunt die märchen noch nicht entwickelt sind die haben noch nicht die ganzen gefühle und so ja bei frauen ja nee nee kein nee weiß ich jetzt gibt es nicht ich weiß irgendwie du ja er meint das mit den frauen mit der beschneidung das gibt es bei den jungen nicht sagt er nein jenny ich habe gar nicht runter gemacht hat jemand jenny ich glaube wir haben gar kein modis mehr hier nee nur 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 claudius moderator ich habe dich nicht runtergerutscht oder nee nee jenny wo bist du mein Name ich bin jenny 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 Klara damit fängt doch hier zum Beispiel mit den Brüdern wie Babu und auch weitere, fängt es doch an, diese ganze Bewegung, dass wir immer mehr Menschen erreichen. Kleine Schritte und immer mehr. Die Leute werden immer aufmerksam. Immer mehr. Ja, also der Chat kann Jerry auch nicht hören, also zu dem, wie wir ihn auch nicht hören können. Jerry, falls du mich hörst, lieber Bruder, versuch doch nochmal rauszugehen, also komplett zu schließen und nochmal reinzukommen. Der hat es vorhin geschafft. Jerry? Oh, ich will ein bisschen. Klara, Schwester, guck mal, ich sag euch immer, ihr sollt euch beruhigen. Der Islam wird nicht hier... Jerry, redet jetzt? Ja. Nee. Der Islam wird nicht hier. Der Islam findet sein Ende in islamischen, arabischen Ländern, wo die Leute die Sprache verstehen. Das sag ich immer. Bei uns in unseren Ländern verlassen der Islam jeden Tag so viele, so, so viele. Sogar die Imame haben davon gewarnt, die sagen, der Koffer wird aus Marokko kommen, weil wir sind da sehr, sehr gut in der Sprache, weißt du. Und wir recherchieren und wir predigen auch auf Arabisch. Wir haben, wie gesagt, andere Apps, wo wir gearbeitet haben, einfach die Leute aufgeklärt haben. Und wie ich euch gesagt habe vorhin, es gibt ja immer noch die Videos von mir, meine Debatten auf Arabisch, die die Leute einfach gepostet haben. Ich habe die nicht selbst gepostet. Und die Leute gucken das. Jerry? Jerry, ich höre dich nicht, Bruder. Ganz vielleicht nur, ja, habe ich hier gehört, aber wirklich weit entfernt. Ja, sehr weit. Wie gesagt, und dann dort verschwindet der Islam. Auch in Saudi-Arabien, man, ihr habt gesehen, die Korane, die geschmissen wurden in den Abwasserkanäle. Habt ihr gesehen, die Bilder von Korane in den... Ja. Und deswegen, wir werden es schaffen in unseren Ländern und dann werden die Leute hier es merken. Die Leute hier werden radikaler und bei uns verlassen sie mehr die Religion. Ja, es wird nicht lange dauern. Glaub mir, auch die Länder, auch die muslimischen Länder zum Beispiel, die wollen das nicht mehr. Weil sogar ein... Die haben uns... Da war ein Typ von der königischen, saudiarabischen Familie. Und der kam in unseren Live und hat zugehört. Und dann hat er geschrieben an den Professor Mohammed El-Msiyeh, der mit dieser Schrift... Professor und all die Schriften und so. Der war mit Hamid Abdel-Samad in ein paar Videos. Und er hat uns gesagt, dass der Typ aus Saudi-Arabien ihm aus dem Palast gesagt hat, das ist sehr gute Arbeit, was ihr macht. Sehr gute Aufklärung, weil wir machen es auch wirklich sachlich und auch wissenschaftlich. Die ganzen alten Dokumenten und Schriften und so werden da geklärt. Die ganzen Fehler im Koran. Warum wurde das Wort so geschrieben und nicht so geschrieben? Woher kamen diese Fehler, diese 8e Al-Nusseh? Die kopieren, die Kopiefehler, weil das waren Leute, die kein Arabisch gesprochen haben. Und die haben nur kopiert und dabei Fehler gemacht. Und das merkt man, wenn man die Unterschiede zwischen den Koranen kennt. Zwischen alle Koranen sind ja nicht gleich. Und er hat gesagt, das ist eine sehr gute Arbeit, die ihr da macht. Und so, da gehe ich davon aus, dass auch die Regierungen keinen Bock mehr haben auf den Islam. Ihr habt gesehen, alle islamischen Regierungen haben verloren, außer in der Türkei leider, weil wieder die Sprache eine Barriere ist. Guck mal, da war die Nahda von den Islambrüdern in Tunesien. Marokko hatten wir, ich war Muslimin auch. Die gleiche Partei wie die Türkei. Entwicklung und Gerechtigkeit, wie es heißt. Die anderen, viele Länder haben die Muslime gewonnen, aber danach haben die Leute verstanden. In den letzten 18 Jahren haben die sie nicht mehr gewählt. Das letzte Mal haben die nicht gewonnen in Marokko. Und da merkt man schon, dass sie ihre Kraft einfach und ihre Macht verlieren. Das ist sehr gut. Und da merkt man schon, okay, die Länder wollen das auch nicht. Marokko, der König, hat gesagt, ich bin nicht Emir-Mu'minin, ich bin nicht nur der Emir von den Muslimen, ich bin der Emir von allen Gläubigen. Also auch Christen, Juden, Nichtgläubigen. Der hat gesagt, ich bin nicht nur der Emir von Muslimen, ich bin der Emir von allen Gläubigen. Also es ist das erste Mal, dass ein Marokko-König sowas sagt. Davon gehe ich davon aus, die wollen diese radikalen Sachen nicht mehr. Die haben diese Religion benutzt, als sie deren Macht befestigen wollten, in den 80er, 90er. Aber jetzt brauchen sie das nicht mehr. Unsere Länder sind stabil. Die meisten Länder, die ich jetzt meine. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie das noch brauchen, die Herrscher und so. Und es wird jetzt weggemacht. Das ist ja Politik. Wenn man den Islam bekämpfen kann, dann sind die Ex-Muslimen. Ja, ja, Milo, auf jeden Fall. Ja, ja, und man muss ja wirklich die Sprache kennen. Du merkst, wenn die sehen, dass sie die Sprache kennen, wollen sie gar nicht mehr debattieren, weil die wissen, dass ich die Wahrheit sage und dass ich da mehr Wissen habe. Ihr habt gesehen, das ist mal hier vermietet, gesagt, ich habe mehr Wissen als manche Imame hier. Und er hat zugegeben, dass er eine sehr gute Wissen hat, sogar ein Salafisten-Wissen. Also, das ist das Ursprung von Islam. Das Salaf Saleh. Von dort nehmen wir die Religion. Von den alten, die ich meine, die ich habe, seine Freunde. Jerry, ich spreche jetzt. Sehr gut, Milo. Ja, Luxemburg. Ja, kenne ich. Er war der berühmte, sagt. Ja, der hat ja ein Buch geschrieben, der hat ja 25 Jahre lang studiert den Koran um diesen Buch, diese Sprache in dem Koran. Meinst du denn, oder, Milo? Ja, der war sehr gut. Der war auch bei uns einmal, wir haben ihn reingeladen. Sehr nett, ein älterer Herr, der kann nicht mehr so lange gelassen, wie es ist oder so, aber sehr, sehr, sehr nett und eine Wissen. Ja, Maschallah, Maschallah. Ja, ich habe da richtig viele Kinder anziehen, mit den Umarmen, mit den richtigen Gelehrten und mit den richtigen Büchern und mit den richtigen Büchern. Du hast dich gerade selbst gestummt. Ich hatte wirklich Angst von der Hölle, ich wollte dem Paradies, ich habe an alles geglaubt und ich musste immer mehr recherchieren, um ein besserer Muslim zu sein und dann wurde ich schockiert. Warst du richtig tief in diese, ja, dieses Wort, glaube ich, gibt es gar nicht so richtig, diese Salafi oder diese Hanafiten-Spiele so? Ich war die Salafi, ich habe immer gebetet, auch die Gebete, die nicht Pflicht sind, habe ich gebetet. Dann habe ich gebetet, nach dem Abendsgebet, nochmal drei Rakaar, Shafa al-Ul-Ulter, ich habe Qiyam al-Layl gemacht. In Ramadan haben wir die ganzen Nacht gebetet, am 27. bis morgens durch den Moschke. Und ist das auch so, dass das, also so wie ich das so, ich kann ja nur sagen, was ich so höre, ne? Also man sagt oft zum Beispiel, dass Muslime uns halt in ihren Gebeten so qualvolle Tode wünschen, uns Christen zum Beispiel auch, oder Andersgläubige oder Ungläubige sowas zum Beispiel. Ist das wirklich so, ist das jetzt nur so, um jetzt die Schlimmes zu machen, oder ist das wirklich so? Ja, wirklich, wir predigen, nach dem Gebet, wir machen die Gebete, wir beten, wir essen Salat und danach machst du Dua. Das Salat heißt Gebet, ne? Ja, das ist diese Bewegung, die du machst, ne? Und das Gebet, und Dua ist ja auch kein Gebet, aber das ist ja nur Sprechen, ne? Fragen, Allah, Fragen und Sachen. Und da werden die Juden, wir wünschen denen das Schlimmste, auch für den Christen, das stimmt. Machen das alle Muslime, oder ist das nur eine bestimmte Richtung, weil ich habe viele muslimische Freunde? Es wurde auch in Mekka gemacht, ich meine, es wurde auch in Mekka gemacht. Jetzt zeigen die das nicht mehr rein. Wir haben früher in den Gebeten, wenn sie sich das anhören, jetzt zeigen sie keine Gebeten mehr live aus Mekka, in den Fernsehen. In den saudisch-arabischen Fernsehen zeigen sie keine Mekka mehr, keine Gebete mehr live. Das ist schon ein Lernanfang, das ist gut. Die wollen sich auch davon entfernen, die Saudi-Arabi. Was wünschen die uns da in diesem Fluch, weil ich verstehe die Sprache ja gar nicht, was wünschen die uns in so einem Fluch? Außer qualvollen Tod jetzt so, was ich so höre, was wünschen die uns so? Dass deren Kinder zu weise werden, dass deren Frauen zu Witwen werden, dass man den Blut in ihren Venen, links zu Knochen, zu Stein verwandelt, so Sachen. Ich habe noch eine Frage. Babu ex-Muslim, ne? Heißt du, ja, da. Ich habe jetzt ein bisschen zugehört. Du bist, also du bist muslimisch geboren und bist konvertiert, oder wie? Nein, ich habe nur den Islam verlassen, oder? Also du bist einfach nur den Islam verlassen. Ja, ich habe keinen anderen verlassen. Okay. Und du? Ich bin christlich, ja. Und wie bist du dazu gekommen, so? Ich sage, dass wir haben ein Sprichwort aus Marokkanisch, der sagt, der mit einer Glatze, egal wo du ihn schlägst, blutet er, genau so der Islam, egal wo du anfassen willst, ist er eine Katastrophe. Man muss nur tief gehen. Also ich habe nur einfach, wenn ich die, also ich dann die Gesetze studiert habe und so, und die ganzen komplizierten Sachen, ne? Übersklaverei, Kindererheer, Frauenrechte, Dschihad, also den Angriffskriege, ja, Menschenrechte, die Erbe in der Islam ist falsch, ne? Allah kann keine Pizza schneiden, verstehst du? Ja, einfach so einfache Sachen. Und du bist Marokkaner, bist du? Bitte? Bist du Marokkaner? Ja, ich komme aus Marokko, ja. Das ist interessant. Und jetzt bist du so für dich und deine Familie und so, was haben dir gesagt? Ich habe keinen Kontakt mehr, also die sind dagegen. Ja, das ist das Ding. Ja, weil ich finde halt immer so in Deutschland, wo ich in Deutschland gewohnt habe, ich habe nichts gegen Muslime, jeder hat seine Religion und sowas, aber ich finde halt in Deutschland ist das immer so, wenn ich auf der Straße laufe, dann immer denken, die reden dann alle mit mir Türkisch oder Arabisch oder sonst was, verstehe ein bisschen so, aber, und dann geben die mir mal die Plättchen von deren Vereinigungen, oder Koran oder sowas. Und ich sage immer so, nein, danke, so, ich werde das nicht benutzen, ich werde das wegschmeißen, ist schade, deswegen lieber nicht. Und dann, wieso, du musst aber dann, das fand ich halt immer so, nicht alle sind so, aber immer, also ich kann in Deutschland finde ich immer so, die ich kennengelernt habe, die sind so fanatisch, die wissen ja auch nicht selber, was der Islam ist, die meisten, die wissen ja auch nicht mal, worum es da geht, aber erzähl mir dann immer so, komm mal mit mir mit, ich zeig dir die richtige, wahre Religion, ich so, nein, ich brauch das jetzt nicht und sowas. Das ist verrückt mit der wahren Religion, oder dass die Gelehrte das nicht verstanden haben, und hier kam eine Freundin, die sagt mir, ja, ich will dir einen Gelehrter nennen, der nennt mir irgendeine Gelehrte aus, was weiß ich, seine Nachbarschaft, oder ich weiß nicht, noch nie davon gehört, ich habe gesagt, wann hat der Typ überhaupt gelebt? Die sagt mir, ja, der lebt immer noch. Ich habe gesagt, willst du mich veräppeln? Also, willst du jetzt sagen, dass kein Mensch den Koran verstanden hat, in 1400 Jahren, bis jetzt dein Freund kommt, hier aus Albanien, und den Koran besser versteht, als der Araber, die Araber haben keine Ahnung von deren Muttersprache. Ach so, also hat sich Allah, hat Allah versagt, seine Nachricht oder seine Botschaft uns zu geben, und keiner hat es verstanden, 1400 Jahre. Also Allah hat es gesagt, habe ich gesagt, wenn du es so meinst, dass die Leute damals nicht verstanden haben, und alles falsch gemacht haben bis jetzt. Oder wie soll ich das verstehen? Der war wirklich dann genervt. Die hören sich nicht selbst beim Rinken. Ja, ja, aber ich habe meistens halt die Erfahrung gemacht, dass auch Türken oder egal jetzt welche Nationalität, meistens, wenn die aus den Ländern sind, so ein bisschen mehr wussten, als jetzt in Deutschland geborene Arakaner oder Türken, oder das sind dann immer so, die haben immer so wehres Zeug geredet, so eigentlich alles falsch, was die geredet haben, und die haben auch irgendeine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die hingehen, wo die so eingechippt werden. Mir kommen die immer sofort so raus, dass sie den Mund aufmachen und dann irgendwas erzählen, so aus Zwang, oder weil die das irgendjemand denen gesagt hat, meistens. Die behaupten einfach so Sachen, oder die denken, dass Allah mit deren Moral eins zu eins ist, und die denken, alles, was für sie moralisch ist und ethisch und so, kommt von Allah. Und die kennen ihre Schriften nicht. Das ist total das Gegenteil. Und das wissen sie nicht. Das ist, was mich nervt. Die sagen, nein, du hast keine Ahnung. Die sagen, okay, sag mir, du hast Ahnung, dann sag du mir, was da ist. Das ist selber nicht. Die haben keine Ahnung, aber sagen, nein, du hast kein Recht, du weißt es nicht. Der eine sagt mir, ich kenne mich mit dem Islam gar nicht. Ich habe keine Ahnung über den Islam. Den Koran hat er nicht gelesen. Der Osmani vorhin, der Albaner, der hat den Koran nicht gelesen. Der betet nicht. Der macht gar nicht. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich irgendwas spreche oder irgendeine Sache sage über den Islam, sagt er, das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Und ich sage ihm, okay, gib mir die Quelle, die das Gegenteil behauptet, oder wo es das Gegenteil steht. Er sagt, okay, weiß ich nicht. Ich habe mir gesagt, woher willst du wissen, dass ich hier lüge und dass das, was ich sage, nicht echt ist, wenn du das nicht gelesen hast? Wohin sollst du wissen? Du sagst, es ist kein Problem, dass du wirklich so diese Jugend oder keiner in diese Generation durchgeworden hast, ich weiß nicht, die haben so ein Dach, nicht Dachschaden, aber letztens habe ich auch mit einem, er war hier und dann habe ich mit ihm so, ich habe ja ein bisschen verstanden, was er geredet hat über mich und dann habe ich ihm kurz einen Satz gemacht, er meinte ja so, ja, wie kannst du denn und so Arabi trinken, als Araber, Muslimer, erst mal, nur weil ich ein bisschen Arabisch spreche, heißt ich, dass ich muslimisch bin, zweitens, was du auch gerade redest, alles dummes Zeug, so, das hat mit dem einen halt auch nichts zu tun. und dann fängt er mit mir an Diskussionen an, dass ich auf dem falschen Weg bin und sowas, und ich dachte so, ja, das ist keine Ahnung, was mit dem, was die gepredigt bekommen oder so, ich weiß nicht. Der eine, ich habe mit einem Marokkaner debattiert und wir reden, auf einmal haben wir über Aisha geredet, mach mich groß, okay, ich will dich nicht, und er sagte, ja, umuna Aisha, unsere Mutter Aisha, umu menin, unsere Mutter Aisha, ich habe gesagt, wie alt war deine Mama Aisha? Sie sagte, keine Ahnung, 40, 45, ich habe mir, dass sie heiratete, der war dann schockiert, der sagt mir, wie, warum nennen wir sie umuna Aisha, wenn sie ein Kind war, absolut, okay, jetzt hast du ja bei selbst geantwortet. Ja, Jerry, was willst du machen, aber du musst machen, für Tito, das hat er vor zehn Minuten geschrieben, der Jerry, damit mache ich mich groß, ach so, echt? Ja, schon länger her, David, ich habe eine Stelle gefunden, in der Bibel, sowas von, wir reden, Babo, vom Alten Testament, vor Jesaja sogar, das sind die Psalmen, soll ich mal vorlesen, was da drin steht, unglaublich, guck mal ab 9, darf ich, Babo, pass auf, er, also, Alte Testament, nicht neu, hör genau zu, was da drin steht, Babo, er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, er soll ihn retten, er hat ja die Lust an ihm, ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutters Brust, auf dich bin ich geworfen vom Mutterschuss an, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott, sei nicht fern von mir, dein Drangsal ist nah, und kein Helfer ist da, es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere, von Baschern umzingeln mich, sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie eine reißende und brüllende Löwen, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, und alle meine Gebeine sind ausgerenkt, mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt sich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, oder durchbohrt, das sind Beinübersetzungen, ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an, sie teilen mein Kleid unter sich, und werfen das los, genau, mein Kleid unter sich, und werfen das los über mein Gewand, das ist eine Prophezeiung. Ich weiß, das ist die Prophezeiung, und zwar die Kreuzigung, Amen Bruder, Ja, ich weiß, ich weiß, sie sagen, Kreuzigung gibt es erst seit, dass Jesus Gott ist, steht erst im Paulus, Maulus, so Geschichten erzählen, die immer, nein, wir sehen das auch in dem Psalm, also das ist, also, ich weiß, was du meinst, also ich gehe da voll mit, Bruder, schöner, überleg mal, Babo, was die sagen, Wahnsinn, vom Mutterleib, bist du schon mein Gott, und die Kreuzung wird ja weh, dass er durchsport wird, Füße und hin, und nach der Kreuzung, Babo, ist ja das Kleid, die Römer haben ja dann da drum gelost, die haben da drum gespielt, wer das Kleid, dieses Gewand vom Herrn Jesus Christus bekommt, guck mal, das steht schon, Auch, dass er um Single von Hunden ist, auch von diesen Feindseligkeiten und so, von diesen Feindseligen, damit sind natürlich nicht Menschen gemeint, dass sie Hunde sein sollen, also nicht, dass das hier jemand falsch versteht, sondern es geht um was ganz anderem, es geht ja darum, um die Feinde Jesus Christus, das ist eine ganz klare Prophezeiung, definitiv, hast du schon was geholt. Das mit den Kreuzigungen, vor allem finde ich stark, ja, ja, ja. Hallo, Nehemiah, hallo, hallo, wie geht's dir, wie geht's euch? Gut, mit dir, auch, guten Morgen, Nehemiah. Gottes rechten, segen euch allen erstmal, auch allen Anwesenden, die neu sind, ja, sie auch. Dankeschön, ja. Mutter, grüß David und so, ihr sagt immer diese Psalmen und findest interessant, aber ich weiß nicht, jeder muss auf der Sichtung bleiben, ich hab nie die Bibel komplett gelesen und sowas, ich finde, ich muss das auch nicht, für mich persönlich, aber dann irgendwie auch, ich hab letztens einen, der dann immer sagt, jetzt auch beim Islam, hat er dann gesagt, wenn du keine Verse oder vom Koran nicht zitieren oder mindestens so viele nicht sagen kannst, dann bist du kein wahrer oder gläubiger Moslem oder sonst was und so und das gleiche jetzt auch bei Christen, finde ich jetzt, okay, sag mal, wenn du sowas bei jemandem sagen würdest, finde ich jetzt nicht so, ja, wichtig oder eine Bedingung dafür, weil ich gehe auch nicht jeden Sonntag in die Kirche, ich gehe dann, wann ich will, ich gehe einfach für mich dahin und ich versuche auch nicht, irgendwelche Zahlen für mich auszusagen, ich kann mein Gebet auf Armenisch sagen, das reicht mir, aber ich finde, bei Religion muss man nie dieses ganze Buch gelesen haben oder irgendwelche Sachen auswendig, wie ein Roboter vorsingen oder sowas, akzeptiere das, aber ich finde die immer ein bisschen fanatisch, die dann so alles das so singen oder bei diesen amerikanischen Kirchen dann so wie eine Show das so machen, ja, ich finde das interessant so, was du so machst, so mit Zahlen lesen. Also ich glaube, Ammo, dass jeder seine Beziehung sowieso zu dem Herrn selber pflegt und auch die direkte Leitung nutzt, aber ich muss dir ehrlich sagen, also dieses auswendig lernen, kann ich auch einen Rap-Text, aber ob ich den verstehe, ist auch eine andere Sache, das können wir ja alle, wir können alle was auswendig lernen, ob was dann verstehen, ist eine andere Sache, aber es ist natürlich für den einen oder anderen, Koran gelernt habe, habe ich da nichts verstanden, wir wurden geschlagen als Kinder, um zu lernen auswendig, ohne es zu tun. Leider. Das merke ich aber, die reden irgendwas auswendig, da einer, also ich kann so viele, diese Verse, singt er dir auf, und da habe ich gemeint, was heißt das alles, er meinte so, was hat dir das gebracht, Koranschule zu gehen und alles auswendig zu können und Arabisch zu lesen, aber du kannst nicht Arabisch sprechen mit den Leuten oder so, ich finde das ein bisschen von der muslimischen Seite ein bisschen strange, du singst irgendwas vor mir, aber du weißt nicht, was du singst, ab und an hören, ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist oder ein Jürger, hallo. Dein Ernst, hast du schon wieder vergessen, wer ich war? Ja, ich weiß nicht, 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 Ababu hat gesprochen, ich dachte, küsst doch dein Herz, sorry, pardon. Ich, Ababu, hab ich nicht noch mal gesprochen? Ich glaube, wüsstest du schon, ab und an, ich glaube, küsst doch dein Herz, ich dachte, er hat gerade gesprochen, ich komme von ihm. Achso, nein, nein, Amu, darf ich dir noch was sagen auf eine Sache? Weil du sagtest, du findest es nicht wichtig, dass man das auswendig lernt, was in der Bibel steht. Da bin ich mit dir, ich kenne viele Priester, die haben immer die Bibel zur Hand, das kann man gar nicht auswendig lernen, das ist so viel, das ist nicht so ein kleines Büchlein, das kann man gar nicht auswendig lernen, aber ich muss sagen, wenn man nicht dieses Gefühl hat, die einzige Nachricht, sag ich mal, die einzige und letzte Nachricht vom Herrn lesen zu wollen, also dass man das Bedürfnis hat, danach zu streben oder diese Ambition zu haben, es wissen zu wollen, was will er mir sagen, was will mir der Herr sagen, dann ist das natürlich für den einen oder anderen Christ fragwürdig, aber für mich, muss ich sagen, ich würde, wenn du sagst, das ist für dich die Trinität, zumindest du liebst den Herrn Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ganze Paket ist gesichert, sag ich dir, Halleluja, mehr kann ich nicht dazu sagen, alles andere wäre ein Urteil. Das war es eigentlich nur. Also ich finde das auch so und mir ist es auch immer egal, wenn dann, also ich finde halt auch, ich wollte ja auch mal, schon zweimal wurde ich abgewiesen, einfach aus Interesse, diese Synagoge reingehen, ich wurde nie reingelassen, ich wollte einfach mal gucken, was da so drin ist und das finde ich halt, wenn jetzt auch mit diesem Gaza und Israel und alles, dann habe ich gedacht so, okay, ihr seid doch alle so Frieden, offene Religion, so Moschee konnte ich reingehen, keiner hat mich gefragt, so, zeig mal, bist du muslimisch, hast du eigentlich nicht, Armo, Armo, warte, ein Nicht-Muslim darf nicht in eine Moschee gehen, die machen es hier nur, weil die die Leute konvertieren wollen, normalerweise darfst du. Ich bin einfach gegangen, die haben mich reingelassen. Wenn du jetzt in ein islamisches Land bist, ich hatte es auch, als ich mit Freunden war, in Marokko und das waren nur Moscheen nur so zum Besuch und die durften nicht rein, weil sie kein Gläubiger waren und ich war, ja, nicht gläubig, aber die konntest nicht wissen, weil ich habe schwarze Haare, versteht ihr, ich war nicht gläubig, ich war nicht hier. Ja, bei mir haben die dann auch, glaube ich, gedacht, ich bin auch einer von denen, ich komme mit rein, kann sein, die haben mich nicht gefragt, ja, das kann sein, ja, dass die gedacht, ach, das auch hier mit denen zusammen geht, so, sie hat auch keine Ahnung, ja, ja, das kann sein, weil ich jetzt auch nicht aussehe, wie ein Deutscher oder so. Ja, wenn die denken, dass du vielleicht den Islam anziehst, ich meine, du weißt, man darf nicht in den Moschee reingehen, wenn man nicht gewaschen ist, in Russen und dann diese ganzen kompletten Waschen und den Wodok, diesen Waschen vor oder den Tejemum, auch als Muslim, aber ich hatte das nicht gemacht, weißt du? Für sie war ich genauso unreinig, für die anderen, aber die gucken nur nach Aussehen, die hören, ich rede Arabisch, Amu sieht aus wie Waisel irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, Waisel ist da, der deutsche Waisel so. Kennt ihr Waisel? Sie dürfen in Saudi-Arabien, in Saudi-Arabien, wo es steht, in Saudi-Arabien, verboten, es steht eine Plakate in der Autobahn, verboten, für nicht Muslime und Medina, verboten, dürfen nicht diese heilige, sogenannte heilige Boden betreten. Die Moscheen sollen nicht mal sich annähern. Ab und an, willst du vielleicht was sagen? Ab und an? Möchtest du vielleicht was sagen? Nö, der sagt nur ab und an was. Ab und an was. Ab und an was. Sein Name ist gut, wa? Ab und an vergessen. Vergiss mal ihn. Wir brauchen jetzt keine Sorge machen. Ja, aber jetzt manchmal auch mit Mekka, wo du gesagt hast, ein Kumpel, er wohnte auch in der Nähe, er ist gar nicht religiös, also gar nicht. Also er ist schlimmer als, keine Ahnung, ist ja egal sein Verhalten ist, aber null halt dementsprechend. Und seine Familie geht jetzt von Syrien dieses Kreis drehen und sowas. Ich weiß nicht, wie das heißt. Breidel. Dieses der Laufen und da, diese heilige Stätte. Ja, und er meinte so zu mir, ja, ich muss da auch gehen, die haben mich jetzt angerufen und sowas. Das ist für mich und für die und da habe ich gemeint so, aber du machst das jetzt eigentlich aus Zwang, weil die dich jetzt da angerufen haben und du musst jetzt dein Ticket buchen und eigentlich macht er das jetzt halt auch aus Zwang dahin, weil er will das glaube ich auch gar nicht, weil es ja gar nicht religiös, er macht ja nichts, kein Ramadan und er isst alles, er trinkt alles und sowas. Und dann denke ich mir so, tja, okay, du musst er halt entscheiden, aber ich finde das halt sinnlos. Er ist auch keine 22, er ist nur 36 oder so. Ja, er geht halt in diese heiligste Stätte, tut einen auf Prophet oder keine Ahnung, auf Gläubiger oder sonst was und dann kommt er zurück und tja, macht das halt Sinn? Eigentlich nicht alles. Das ist ein bisschen irgendwie schwachsinnig, aber ich kann jetzt, ich will jetzt auch nicht die Leute kriegen, was überreden, aber ich finde das halt sinnlos und am schlimmsten finde ich in Deutschland vor allem diese Teilzeit-Muslime, die dann irgendwie zu Ramadan hochgläubig sind und sobald es vorbei ist, ist alles scheißegal halt, ne? Menschen sind nicht perfekt. Ja, aber das ist nicht, also entweder machst du so ein halbes Ding nicht, so ein ganz oder gar nicht. Ramadan ist gar nicht du Bruder, es gibt keine Strafe, wenn du keine Ramadan machst, es gibt keine Strafe, weißt du, islamisch gesehen, es gibt keine Strafe, wenn du nicht fasst, ist kein Doppdegen, das sagen und es ist jetzt nicht so schlimm wie andere, wie beten, wer drei Tage nicht betet, ist er kein Muslim und daher braucht er auch gar nicht zu fasten, weil das ist ja sowieso nicht angenommen, auch wenn er in Ramadan ist. Darf ich fragen, was ab und an bist du Gläubiger, wenn ich fragen darf und wenn ja, was glaubst du? Agnostiker? Agnostiker, das ist ein Muslim verstanden. Wie ich, ich auch ab und an, ich bin auch Agnostiker. Ja, und ich habe mir eine neue Meinung jetzt gebildet seit kurzem und die empfand ich tatsächlich dann doch für sehr logisch, aber halt in meinem reellen Verstand nach dem Motto. An was glaubt man so als Agnostiker? Du glaubst nicht an einem spezifizierten Gott, sondern pauschal so. Ja, es gibt eine Übermacht, ich kann sie nicht verstehen, aber ich spüre diese spirituelle Kraft oder wie, klär mich auf, ich habe gerade wirklich keine Ahnung, ich will dich nicht vorführen oder sonst was irgendwie, also nicht falsch verstehen. Alles gut, alles gut. Ja, du, das ist ja das, was ich mittlerweile als großes Problem in der Religion sehe. Ich glaube nicht an irgendeine Gottheit oder irgendwelche Richtlinien, sondern an etwas, was mir Kraft gibt und mittel, ich weiß nicht, ob ich sauer bin, ich kann das Gefühl noch nicht einschätzen, alles was mit Religion zu tun hat und wo Leute debattieren, diskussieren, sich an etwas halten, wo vielleicht irgendein Geisteskranker einen Koran oder einen Bibel geschrieben hat, wo sie gar nicht wissen, wie es entstanden, was war davor für eine Story, hast du nicht gesehen. Das ist gefühlt so fast schon sektenmäßig. Der Glaube sollte eigentlich so sein, dass es dir Kraft gibt, dass es für dich was aufbaut, es soll dir Stärke geben und für dich alleine sein. Komplett für dich. Das macht Jesus. Wie ein Elternersatz. Weißt du? Ja, das macht Jesus. Ja, ja. Bei mir zumindest. Bei mir auch. Bei mir ist es, kein Gott, bei mir ist es etwas, was mich aufbaut, was nicht mein Sündenpool ist, sondern eine Stütze in Zeiten, wo ich sie mehr brauche. So spirituelle Kraft, meinst du sowas, ne? Kann man so sagen. Entschuldige, wenn ich mich so unwissend ausdrücke, ich habe da wirklich nicht viel Ahnung von, ja? Ich bin ein Jahil. Und meine Großmutter sagte immer so, die meisten Kriege sind durch Religion entstanden, und ich sage mal so, nein, ach Blödsinn, mittlerweile kann ich doch, ich kann es echt verstehen. Tatsächlich. In 28 Jahren mittlerweile checke ich das echt, weil man verändert sich total. Oder die ganz krassen Christen, habe ich mal welche gehabt, die haben sich total dem verschworen, dem Glauben, wo ich dann einmal fragte, persönliche Meinung, was würde er dann und dann machen, wie findet er das? Dann zitiert er mir irgendwas, ich sag so, hä? Ich habe gerade nach deiner persönlichen Meinung gefragt. Er sagt so, nee, ich habe immer alles kaputt und falsch gemacht. Wie meinst du das kaputt gemacht und falsch gemacht? Was hast du immer kaputt und falsch gemacht? Was meinst du? Der Typ, der Typ, der hat sein Leben hoch und verkackt und hat sich komplett dem Glauben gewidmet. Aber ich habe mal eine Frage. Er hat seine Persönlichkeit abgelegt, der war fast schon gestört. Ja, diesen Typen, den du kennengelernt hast, eine Frage, woher kommt der? Das war so eine Dreiergruppe in TikTok. Das hört jetzt nicht viel. Also du weißt nicht, Nationalität und so, woher? Deutsche. Ja, okay. Das ist halt auch meine Erfahrung, ich weiß es nicht. Diese Leute, die, egal ob sie zum Christentum kommentieren oder zum Islam, europäisch, sage ich mal, laut europäisch geprägt, die sind dann die Fanatiker. Hören sich selbst die Tränen halt auch komplett durch. Egal ob sie zum Christentum wechseln vom Islam oder vom Islam zum Christentum oder umgekehrt halt. Die übertreiben das und das so fanatisch halt. Ich weiß noch gar nicht, warum man das preisgeben muss alles. Warum ist das der Glaube nicht für einen selber, für dich selber? Warum muss ich von etwas erzählen? Ich sage doch nicht auch, was ich mit meinem besten Freund quasi berede, um was er mir gibt, was er mir aufbaut oder was weiß ich was. Das ist ja das Ding, es gibt auch die eine Türkin, die ist doch jetzt immer im Fernsehen, die jetzt auch zum Christkotholisch oder bei Evangelisch, keine Ahnung, was geht, die ist jetzt im Fernsehshow, singend, übertrieben und so weiter. Ist doch schön. Ja, das ist daran schädlich. Schadet das einen? Ich glaube, die hat, also in meiner Meinung hat sie einen kleinen Dachsschaden auch, weil sie erzählt manchmal, sie wurde nachts einfach auferweckt von ihm und dann hat sie die kleinen, also das ist ein bisschen. Naja, haben wir ja im Endeffekt alle. Also das ist meistens wirklich diese Leute, die können, ich meine nicht alle, aber manche, die haben schon einen Film drin. Also ich kenne keinen. Serbisch, Griechisch, Russisch oder die, sowas, sowas, wie die halt. Ich frage mich vorher immer, ist das, was ich empfinde oder das, was ich da, ja, religiös ansehe, ist das gottdienlich, ist das in der Liebe. Alles, was außerhalb in diesem Kreis ist, kann nicht von Gott sein, aus meiner Sicht. Und deshalb, wenn man jetzt zum Beispiel so sagt, so, ja, so Sachen, die einem anderen schädlich gegenüber wären, schon alleine das meine ich, ja, die können nicht, aus meiner Sicht, aus einer Liebe herkommen. Wenn jemand ein Fanatiker, wird oder sowas, so extremistisch wird, es gibt ja auch sowas, ist ja keine Frage, sowas gibt es ja alles. Das finde ich schon, ja, da weiß ich ganz genau, das kann nicht von Gott kommen. Der kann nicht in der Liebe Gottes fanden. Guck mal, das ist no front und no böse gemeint, also ehrlich nicht, aber im Endeffekt, dass du ja auch knackst, dass du auf diesen Gott beziehst, auf etwas, was vielleicht gar nicht existiert. Weißt du, Ja, das sagst du, aber ich habe dir ja gesagt, ich empfinde das anders, Gott, eine Beziehung, deine Kraft, die du zum Beispiel spirituell erfährst, an dir oder in dir drinnen, die kann ich ja auch nicht irgendwie anzweifeln, weil das ist ja deine subjektive Wahrnehmung, so wie meine subjektive Wahrnehmung von Gott, nach meiner Anleitung. Ja, das ist auch richtig und ich wünsche jedem, dass er mit seinem Frieden findet, aber verstehst du, wie ich das meine? Ich bin glücklich mit, sehr glücklich mit. Ich bin auch froh, wenn du glücklich bist damit, aber ich wäre natürlich noch glücklicher, wenn ich dich zu den Brüdern in meinem Glauben nennen kann, natürlich. Bloß nicht, das ist wie eine Drogen-Sucht. Ja, von Jesus kommt man nicht mehr los, das stimmt. Ohne Nachteile. Ich wurde mal von einem Muslim gefragt, als ich ihm so ein paar Sachen erzählt habe, die nicht so gut liefen zu dem Zeitpunkt, so bis meinst du nicht, der und so und so würde dich nicht erhellen, nicht beleuchtet, erretten glaube ich heißt das. Und ich sagte zu ihm, nein. Und da fragte er, warum? Ich sage, weil ich nicht denke, jemanden, den man die ganze Zeit betrügt und belügt, dass der einen hilft und helfen soll. Ich habe so oft getan, in den früheren Jahren, wie will das und das passiert, mache ich das und das, ich habe es nie eingehalten. Das ist ja nicht mein Sündenpool, wo ich alles auslasse. Also bin ich auf mich allein gestellt. Meistens habe ich nur für andere gebetet, wenn ich dann gebetet habe. Und das, was mich noch daran hält, ist, dass eigentlich direkt am nächsten Tag spätestens etwas passiert ist. Nur das hält mich noch so daran.